Ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay. Es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns, und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tos? Nein, Mann. Ich war kaum angedrungen. Ach, kaum. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest du ihre Augen sehen sollen? Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Weg nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab die Säge. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Och, ich sollte mal schlafen. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Was soll ich tun? Was mach ich denn nur? Oh *** Oh *** Oh *** Oh *** Oh *** Oh *** Niemand da? Komisch. Und damit herzlich willkommen zum Resident Evil 2 Remastered Let's Play. Im letzten Let's Play haben wir Modern Warfare 2 gespielt. Da habe ich ja schon angekündigt, dass ich Bock drauf habe, die Resident Evil Reihe zu spielen. Auf jeden Fall herzlich willkommen und ganz wichtig, das wird natürlich wieder in Überlänge rausgehen. Alles in einem Video. Ich werde euch Timestamps reinpacken. Und da bin ich mal gespannt. Das Ganze natürlich auch wieder in 4K, Ultra, HD und schlag mich tot. Ich persönlich habe damals Resident Evil 2 gespielt, aber noch nicht den Remastered Ableger. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was uns da so erwarten wird. Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Grafisch sieht das auf jeden Fall schon mal richtig geil aus. Gefällt mir richtig gut. Das Haar, da haben sie auf jeden Fall was gemacht. Na gut, das Spiel ist jetzt auch schon, ich glaube, seit 3-4 Jahren draußen. Aber egal. Was haben wir hier? Ein Verletzter. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Okay. Das Spiel hat auch zwei Kampagnen. Wir werden jetzt erstmal Leon spielen. Ob wir Claire spielen werden, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal Leon durchspielen. Habe ich persönlich richtig Bock drauf. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, Sir, nicht näher. Hey, hey. Hey, von ihm. Los, raus. Hilfe. Was zum Teufel. Stopp. Ich schieße. Ich schieße. Junge, wie viel frisst der denn? Ist er jetzt hin? Scheint so. Hier haben wir einen Schlüssel. Perfekt. Ah, cool. Inventar. Ich will mal wieder nur begrenzt Sachen sammeln. Wollen wir mal schauen, wie das so klappt. Ich bin ja jemand, der lootet wie verrückt. Könnt euch schon mal darauf einstellen, dass jede Ecke abgegrast wird. So, jetzt hauen wir jetzt hier aber erstmal ab. Wir haben noch einen einzigen Schuss. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Ich glaube auch nicht, dass wir hier... Okay, können wir den nehmen? Ah, perfekt. Mit einem Schuss haben wir natürlich hier schlechte Karten. Ach du Scheiße. Hat er uns gebissen, die Sau. Müssen wir mal gucken, ob wir hier abhauen können. Ach du Scheiße. Drei Zombies, einen Schuss. Das ist schon mal sehr, sehr schlecht. Nicht schießen. Runter. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh Scheiße. Los jetzt. Sein da. Festhalten. Nein. 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 Was heute geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte. Du bist Cobb? Ja. Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cobb. Tja. Gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. 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 Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ich treffe dich bei der Station. Ich komme hin! Das reinste Chaos. Das hat uns aber der Kollege im LKW am Anfang ordentlich zugesetzt. Mit dem LKW. Das müssen wir mal schauen, wo wir lang müssen. In der Regel habe ich immer so ein Gespür dafür, wo wohl die Ausgänge sind. Vielleicht würde ich mal annehmen, hier durch die Gasse. Auf jeden Fall war das eben eine ziemlich knappe Sache in der Tanke. Komm, mach dich weg. Ich habe nur einen Schuss. Kann ich gegen dich kämpfen. Schwierigkeitsgrad ist übrigens normal. Ich denke, das eignet sich am besten für ein Let's Play. Und wie gesagt, Feedback immer gerne gesehen bei mir auf dem Kanal. Kam nicht auch letztens ein Resident Evil Film raus, der mehr wie das Spiel sein soll? Könnt ihr ja gerne meine Kommentare schreiben. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich meine, das spielt auch in der Polizeistation. Weil die anderen Resident Evil Filme, die waren jetzt ja nicht so wie das Spiel. Das war ja eher so Zombie Matrix Remix, würde ich einfach mal so sagen. Aber die waren auch nicht schlecht. Ein paar Teile waren da schon ganz cool von. So, das haben wir schon mal geschafft. Wir gucken gerade mal, ob hier Loot liegt. Also bis jetzt überrascht mich das Spiel positiv, wenn man einmal zurück überlegt, wie alt dieses Spiel überhaupt ist. Dass man das so schön remastern kann. Ich persönlich sage euch auch ganz ehrlich, so muss ein Remaster sein und nicht anders. Also das ist schon, so sollte das sein. Ja, die Grafik ist mehr als ausreichend. Es ist wirklich ein schönes Spiel. Ist irgendjemand hier? Oh, ist das hier Tape? Da brauchen wir vielleicht eine Schere oder so. Ein Schlüssel wird wahrscheinlich nicht gehen. Eine Waffe auch nicht. Okay. Einen Schlüssel brauchen wir eh nicht mehr. Ich glaube, den können wir vielleicht in so eine Truhe reinpacken. Hier ist auch schon eine Truhe. Können wir den da reinpacken? Jo. Komm mal rein. Fertig ab. Hier haben wir einen Laptop. R.P.D. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Schick, Verstärkung. Was kocht du? Sollte den Typ suchen. Okay, mein Bester. Eine gute Idee, den Typ zu suchen. Aber, ach, hier haben wir schon Munition. Wollte ich gerade sagen, wir brauchen mehr Munition. Munition auch Verstau beim Inventar. Und dann würde ich sagen, einmal überschreiben. Fertig. Hatte einmal kurz angetestet. Wegen der Performance. Aber läuft alles supi. So, was haben wir hier noch? Erste Hilfespray nehmen wir auch mit. Werden wir wahrscheinlich gut gebrauchen können. Äh, hier ist glaube ich nichts mehr. Ich werde einmal hier kurz alles abgrasen. Hier brauchen wir einen Schlüssel für. Auch die Rätsel in Resident Evil finde ich immer sehr, sehr geil. Sind schon echt gute Spiele. Das Biohazard war es, ähm, der vorletzte Teil. Den fand ich jetzt nicht so gut. Aber Village war wieder ein sehr, sehr geiles Spiel. Kann man anders nicht sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, hier scheint nichts mehr zu liegen. Jetzt ist die Frage, wie können wir denn eine Karte öffnen? Ah, hier. Perfekt. Okay. Okay, wir sind jetzt hier. Hier oben ist Göttinnenstatur. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Und hier wird auch schon, äh, schön angezeigt. Der blaue Bereich ist immer der Bereich, der so fertig gelootet ist, kann man sagen. Und der rote Bereich hier ist noch was zu machen oder noch was, ähm, einzusammeln. Hier haben wir jetzt im Prinzip den Raum, wo wir hin müssen. Raum der Wache. Das heißt, wir müssen, wenn wir jetzt im Erdgeschoss sind, eigentlich hier durch. Dann hier. Hier. Und dann wären wir schon da. Hier haben wir noch ein großes Büro. Wir werden einfach mal schauen. Also wäre das hier durch. Kann man da... Nee, das ist zu. Einmal aufmachen. Keep out steht natürlich drauf. Ja, das sind schon mal schlechte Voraussetzungen, da rein zu gehen, wenn das so anfängt. Okay. Okay, wunderbar. Das haben wir schon mal. Hier haben wir einen Schaltkasten. Da brauchen wir anscheinend eine Sicherung für. Wir sagen, wir gehen jetzt erstmal den Haupt... Den Hauptgang entlang. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht. Hier ist schon mal eine Tür. Können wir die aufmachen? Ist das Viech tot? Oh, was haben wir hier? Pistolenmunition. Geil. Das kombinieren wir natürlich. 16 Schuss. Sehr geil. Also ich habe auf jeden Fall vor, alles zu töten und nicht wegzurennen. Außer die Muni ist halt knapp. Können wir mal schauen, wie das Management hier so in dem Spiel ist. Gut. Hier haben wir schon mal Licht. Nicht so viel Lärm machen. Okay. Das sieht schon mal gut aus. Das auch. Wir können einmal gucken. Genau, wie ich beschrieben habe. Hier ist einmal komplett durchsucht. Hier sollte jetzt nichts mehr liegen. Hier haben wir auch alles leer. Und jetzt sind wir kurz vor dem Missionsraum. Okay, da brauchen wir wahrscheinlich eine Schneider für. Ja. Können wir die auch wieder schließen? Ah, perfekt. Wichtig und richtig. Ich hol sie raus. Hilfe. Bitte. Geben sie mir die Hand. Hilfe. Ich habe sie. Jetzt die andere Hand. Oh, Alter. Ich habe sie. Oh, Alter. Oh, Alter. Fui, Geier. Also ihr merkt schon, nix für schwache Nerven. Hier haben wir jetzt ein Notizbuch. Das ist wegen dieser Gottesstern. Also Göttinnen-Statue, die wir eben gesehen haben auf der Karte. Und anscheinend ist unter dieser Statue ein Geheimgang, welches uns zum Parking, also zur Tiefgarage bringt, wie es ausschaut. Hier haben wir nochmal drei verschiedene Statuen mit Symbole. Das werden wir später sicherlich brauchen. Für die Rätsel. Ich hoffe, die sind auch schön knackig. Ich kann mich damals an diese Dinger gar nicht mehr daran erinnern. Das war ja klar. Aber wir sind doch gerade die ganze Zeit langgelaufen. Da war doch nix. Ja, bei dem ist schon mal Feierabend, Meister. Leg dich da hin. Die schlafen. Nix zum Looten. Schade. Ach, du Mistviech. Komm, gib den Kick ins Maul rein. Fertig. Ab. Oh, perfekt. Schön. Nur zwei Kugeln verschwendet. Super. Nein. Oh, jetzt aber. Blöd, dass die nix bei sich tragen zum Looten, die Zombies. Okay, hier sieht schon mal gut aus. Ach, du Kacke. Können wir da dran vorbeilaufen? Natürlich nicht. Okay, kritische Warnung. Aber was sollen wir machen? Wir haben sonst keine Muni. Wir müssen jetzt leider durchziehen. Wir müssen später wiederkommen, wenn wir Muni haben. Ja, perfekt. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte, ich konnte nicht. Hier. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte ich, wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant, ich bin so weit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, erliert. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut. Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst das. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Perfekten Kampfmesser hat er uns gegeben. Zum Verwenden, ausrüsten dieses Messer in der Verwendung ab und zerbricht. Okay, also hat es eine Lebensdauer. Wann das Ganze kaputt gehen wird. Da müssen wir drücken LB und RT. Okay. Okay, perfekt. Hier können wir noch nichts machen. Da brauchen wir nämlich Siegel für. Wie es scheint. So runde Platten. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Drei Medaillons finden. Okay. Das ist jetzt mal so unsere Hauptaufgabe. Damit wir halt durch diesen angeblichen Geheimweg durch können. Presseraum haben wir gelootet. Hier alles super gelootet. Das Einzige, was uns hier noch fehlt, ist das Büro in der Ostseite. Ich weiß gar nicht, ob das offen war oder nicht offen war. Werden wir dann spätestens sehen. Hier haben wir hallende Objekte. Steht leider nicht. Ah, komplett. Steht komplett her. Deswegen sparen wir uns das Ganze mal auf, bis der Lebensbalken so rot ist, würde ich sagen. Dann schauen wir mal. Wo gehen wir denn jetzt als nächstes lang? Ähm, hier sind wir durch. Würde jetzt sagen, wir bleiben jetzt erstmal unten. zugeklebter Kasten. Den könnten wir jetzt ja rein theoretisch mit dem Messer wegmachen. Würde Sinn machen. Ja, macht er auch direkt. Perfekt. Oh, da sehe ich schon was für uns. Nämlich Pistolen, Muni. Munition können wir auf jeden Fall nicht genug haben. Ich schätze mal, das ist schon ganz gut berechnet, was man so an Munition, an Zombies findet. Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Da haben wir schon mal einen Pflegefall. Hier ist es sauber. Ja, ist hin, wie es scheint. Hm. Verflucht. Da sind schon mal Kratzspuren, okay. Ach, scheiße. Die kommt auch noch rein, die Fotze. Ja, Kraftausdrücke werden natürlich hier auch von Gebrauch sein. Ich denke, das ist klar. Wenn man solche Szenen hat, wird man auch ein paar Kraftdrücke auskönnen, äh, abkönnen. War gespannt, ob die alte durch die Tür kommt. Ja, war ja natürlich klar. So geil, wie die wirklich nach hinten geschmissen werden. Das ist so cool gemacht. Es ist aber auch wieder super null. Jetzt haben wir wieder kaum Muni. Ah, ein Bericht, okay. Wer sich den durchlesen will, bitte auf Pause drücken. Ich persönlich werde es mir nicht durchlesen. Könnt ihr euch ja dann durchlesen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich hab da jetzt nicht so einen Turn drauf. Wird die Lore wahrscheinlich ziemlich wichtig. Karte der Polizeistation. Erstes F, okay. Ah, perfekt. Jetzt haben wir hier schon mal ein paar mehr Sachen. Hier zeigt er uns sogar an, dass hier noch ein grünes Kraut liegt. Das ist ja wunderbar. Das haben wir anscheinend eben nicht gefunden. Okay. Hier haben wir jetzt alles gelootet. Besprechungszimmer muss wohl noch was sein. Nicht komplett durchsucht. Ich glaube, da war noch Pistol-Munition. Oder? Hier? Ja, genau. Blöde Fotze, stirb. Müssen wir mal gucken, ob der hier noch lebt. Ah, wieder. Geil. Wichtig. Wichtig. Ja, sind auch schon wieder Zombies. Wo sind wir hier? Äh, Waffenkammer. Ist auch schon... Okay. Code. 102. Können wir den hier direkt eingeben? 10... Ach, das ist doch Bullshit. Jetzt brauchen wir dafür die Zahlen. Beziehungsweise die Tasten. Okay, 2 und 3 fehlt uns. Das können wir uns schon mal merken. Vielleicht können wir andere schon mal öffnen. 106 können wir öffnen. Und die 109. Da ist Pistolen-Munition drin gewesen. Machen wir das Ganze auch direkt auf. 106. Enter. Was ist da drinne? Kann ich nicht erkennen. 109. Zack. Merbar. Schauen wir hier nochmal. Ah, hier ist die Zweier-Reihe. Die können wir also komplett knicken. Hier sind schon mal sehr nice Sachen drinne. Die werden wir uns auf jeden Fall alle hoffentlich noch holen. Und hier haben wir eine Pumpe. Was brauchen wir dafür? Anscheinend so eine kleine Keykarte. So, Pistolen-Munie. Wichtig und richtig. Das ist ein Film. Okay. Hä, wo kommt der denn jetzt her? Das ist doch ein ganz anderer. So geil, wie die auf die Schüsse reagieren. Feier ich. Hier haben wir noch einen Brief. Schließfach. Terminal-Notiz. Okay, da steht das mit den Ersatztasten. Hm. Aber wie gesagt, wer sich durchlesen will, bitte auf Pause drücken. Okay. Wo ist denn der Dicke eigentlich? Der liegt da noch. Okay, der ist auch anscheinend weg vom Fenster, wie es aussieht. Aber wer nicht weg vom Fenster ist, ist die Alte, die da stand. Der lebt ja immer noch, der Noppen. Aber jetzt aber. Leg dich hin. Ja, hier haben wir schon mal Kraut und Bretter. Ich schätze mal, die können wir vorne an das Fenster dran machen. So. Weil das hatte ich eben schon im Flur gesehen, dass man das machen konnte. Jetzt können die anscheinend dann nicht mehr durch. Oder die halten vielleicht auch mehr aus. Ich hoffe, die halten einfach unbegrenzt aus. Nein. Leg dich hin. Perfekt. Einmal kurz Karte gucken. Wir sind jetzt im ersten Stock, wie es aussieht. Okay, das sieht so aus, als könnte man da nicht durch. Okay, hier brauchen wir Zahlencodes für. Ah. Drecksau. Okay, müssen wir mal gucken, wo wir die Scheiße herbekommen. Hier ist Flintenmunition. Die packen wir uns allerdings gleich schön in unsere Truhe rein. Weil wir haben ja eh noch keine Flinte. Drücken Sie einen Knopf, um die Lampe anzuschalten. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Tresor. Was für ein Tresor meint er denn? Schau mal gleich mal. Tragbarer Tresor. Ach, das meint der dann wahrscheinlich. Inventar öffnen. So. Okay. Untersuchen. Ein kleiner tragbarer Tresor. In einer bestimmten Reihenfolge. Und woher soll man die denn wissen? Warte mal. Oder muss der immer den grünen anzeigen? Das war falsch. Ah, okay. Jetzt habe ich mir aber nicht gemerkt, welcher der erste war. Welcher war denn der erste? Shit. Okay. Okay. Der erste und der dritte. Erste, dritte und der vierte auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10. Perfekt. Perfekt. Welcher könnte das sein? Ich glaube nicht, dass sie den nochmal auf der gleichen Seite nehmen. Schleuße. Schleuße. Ja, habe ich schon richtig gedacht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Obwohl, ist ja nur noch einer, ne? Ja, perfekt. Hat doch gut geklappt. Ersatzteil. Das ist doch eine Taste. Das ist ja wunderbar. Ist das Inventar auch schon voll? Ich hoffe, das können wir uns später nochmal aufwerten. Hier haben wir auf jeden Fall ein Kraut. Aber wir haben jetzt keinen Platz mehr hier drin, ne? Das ist schlecht. Dann würde ich sagen, bringen wir das erstmal weg. Der mit seinen Gestöhne geht mir voll auf den Zeiger, ey. Haben wir hier nicht was, was war das? Das ist ja eine heimische, schön. Geringer Teil der Gesundheit. Aber ich glaube, das kann man kombinieren mit dem pinken oder lilan. Deswegen, lass einmal kurz das Inventar leer machen. Scheiße. Scheiße. Kommt man denn jetzt zurück? Okay, da war ein One-Shot. Mal gucken, ob wir uns hier irgendwie... So ein Zwischenweg... Also wir müssen zurück zum Empfang. Hier ist es ja abgesperrt. Hm. Hier müssen wir, glaube ich, durch. Ne, die ist verschlossen. Hier sind wir durch. Müssen wir mal hinter uns gucken. Weil irgendwie muss man ja wieder zurück können. Die ist zu. Okay. Hier ist auch zu. Hm. Das ist jetzt schlecht. Muss doch irgendwo einen Weg geben. Büro Westseite. Vielleicht hier durch und dann da durch. Könnte das sein? Das wäre dann hier. Im West Office. Hier ist auch schon mal ein Pflege-Patient. Ja, der lebt auch noch. Der Nutten. Verschwinde meine Munition nicht so, Junge. Gib um jetzt. Nein. Gut gemacht. Schießpulver haben wir. Ja, das können wir jetzt leider nicht... Obwohl, wir haben ja... Wir haben ja einen Platz wieder frei, weil wir keine Muni gefunden haben. Puh. Hier ist ein Tresor. So. Okay, den Tresor. Da wissen wir den Code noch nicht für. Was haben wir hier? Einsatzbericht. Wie gesagt, Pause drücken gerne. Hier haben wir... Erster Einsatz des Anfängers. Verschlüsse zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Hm. Öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialien unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Okay. Schauen wir mal. Hier haben wir zwei Schlösser. Ich schätze, die Reihe hier ist für das Schloss und die andere Reihe für das Schloss. Okay, gucken wir. Initialien unserer Vornamen. Hier haben wir einmal ein N. Ein E. N, E, D. N, E, D. N, E, D. Hier ist gar keins. Wo ist das denn hin? Hier haben wir auf jeden Fall ein R und ein M. Ein R und ein M. Ah, hier. Ein G glaube, oder? Ja. G, R, M. M war das letzte, ne? G, R, M. Ach, wunderbar. Hoffentlich Pistolenmunition. Erweitertes Magazin. Perfekt. Können wir das kombinieren? Alter, perfekt. So, das haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns aber noch der Code. Hier haben wir Spinte. Gehen die auf? Jo. Inventar ist voll. Scheiße. Oder können wir da schon durchgehen? Glaube nicht. Was war das denn jetzt? Da brauchen wir einen Schlüssel für. Warte mal. Hier sind wir. Ach, hier war der Empfang. Okay. Die Save-Kombination. Aber wie kriegen wir die raus? Ich habe da jetzt alles hier gelootet. Ne, hören kann man die auch nicht, ne? Ne. Hm. Hier ist alles dicht. Hier hätten wir jetzt noch die Stelle mit dem Schließfächerraum. Aber ich glaube, da stand nix. Ach, shit, man. Können wir einmal die Notizen hier nochmal anschauen? Geht das? Ah, hier. Ja, das Schließfächer ist klar. Initialien, ja. Meck-Munition. Ne, wir haben auf jeden Fall nix eingesammelt für den Code. Gehen wir einfach nochmal zurück. Wo könnten, wo könnten wir denn noch hin? Unten ist alles dicht. Das wissen wir. Das heißt, wir müssen nach oben in 2F rein. Vielleicht liegt da irgendwas. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Wir haben hier auch noch unsere Taste. Da können wir einmal gucken, was da drin liegt. Das ist wahrscheinlich Schießpulver. Hier haben wir wieder ein Messer. Und hier haben wir Blindenmunition. Und hier haben wir eine verbesserte Tasche. Die würde ich mir dann schon holen, wenn das geht. Können wir einmal gucken. Das wäre dann die 2. Das wäre dann die 2. Dann hätten wir eh wieder einen Platz frei. Ah, hier können wir uns aussuchen. Ich nehme die 2, wie gesagt. Dann gucken wir einmal, was wir brauchen. Wir brauchen die 203. Die 203. Die 208. Also 3, 8. 3, 8. 2, okay. 3. Ach, scheiße. Das geht ja gar nicht. Notte, ey. Dann die 2, 0, 2. Ne. Was mache ich denn hier? Die 1, 0, 2. Und wie gesagt, die Tasche, die kriegen wir nicht, oder? Ach Mann, ey. Das ist doch kacke, ey. Die hätte ich gerne gehabt. Kombinieren. Wunderbar. So mag ich das. Und dann hätten wir noch hier vorne den, ne? Jo. Schießpulver. Können wir das kombinieren? Oh. Hat der uns jetzt Munition gecraftet? Jo. Perfekt. Ah, da ist noch ne Tür. Das ist Heilwirkung von Kräutern. Grüne Kräuter haien einfache Verletzungen. Blaue Kräuter seit langem als Gegengift einzusetzen. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen die zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausgefahren, äh, herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Konstitution stärkt, okay. Okay, das heißt wir müssen grüne mit diesen roten mischen. Hier mal wieder Schießpulver, wunderbar. Hier mal Pistolen-Munik, können wir kombinieren. Hier haben wir ein Fotolabor. Da hatten wir doch einen Film für. Können wir den benutzen? Erinnerungsfoto. Okay. Hier haben wir rot. Das könnten wir dann jetzt damit kombinieren. Und jetzt haben wir gemischte Kräuter. Damit können wir uns heilen. Was haben die für eine Wirkung? Haben die eine brutale Wirkung? Untersuchen. Komplett wieder her, perfekt. Also die sind so viel wertvoll wie ein Erste-Hilfe-Spray. Okay. Einen Film hatten wir ja auch noch im Dingens hier, im, diesem Safe-Baum. Würde ich sagen, packen wir die Flinten-Munition da erstmal rein. Das Messer bräuchten wir wahrscheinlich noch. Das könnten wir... Das packen wir da auch erstmal rein. Scheiß drauf, dass wir Platz haben. Munition brauchen wir. Und dann würde ich sagen, packen wir uns erstmal das Erste-Hilfe-Spray rein. Das sollte dann jetzt erstmal so passen. So, dann können wir einmal zwischenspeichern. So. Was steht da alles? Zähler 2. Na komm. So, perfekt. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal zwischengespeichert. Der Flur ist blau. Die Dunkelkammer auch. Fließfächer liegt halt noch was. Und hier liegt auch noch was. Büro-Westseite. Da sind wir ja eben vorbeigekommen. Da konnten wir ja nicht die Muni aufheben. So, jetzt können wir uns hier nochmal ein bisschen besser umschauen. Hier haben wir auch nochmal Kräuter. Die nehmen wir mit. Haben ja wieder ein bisschen mehr Platz. Und dann schauen wir mal, was hier oben abgeht. Wir brauchen immer noch die Kombination. Hier haben wir Pistolen-Muni. Alter, 20 Schuss. Geil. Safe. Wieder eine Kombination, okay. Hatten wir nicht... Ah, ein Schlüssel. Das ist doch der Schlüssel für unten, um das komplette Ding da zu öffnen, ne? Sollen wir hier ein... Sollen wir eigentlich hier schon hin? Ich glaube nicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und schauen mal, wie wir die anderen Etagen da unten aufbekommen. Da oben war ja so ein dickes Mistviech. Schauen wir uns das gerade mal an. Aber ich würde jetzt erstmal gerne den großen Safe aufbekommen. Der juckt mir jetzt in den Finger. Ich glaube, hier sollten keine Zombies mehr spawnen. Der Bereich müsste clean sein. Oder? Bin dann eher auf der anderen Seite. Aber ich meine, wir haben jetzt... Weg mit dir. Das war der... Der da uns eben schon mal entgegen kam. Kommt mal mit LB. Okay. So, jetzt wollte ich erstmal gerne hier die Tür öffnen. Benutzen. Bloß Peak-Zeichen. Da bist du hier. Komm her. Siehst du das? Ja. Wusstest du, sie schaffst. Du kennst sie? Ja. Sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Wunderbar. Was wir jetzt aber noch machen, ist... Ähm... Dieses Scout hier einzusammeln, was wir liegen hatten. Das hier. Das wollen wir haben. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder kombinieren. Hallo. 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 Kombinieren mit dem hier. So. Perfekt. Das würde ich sagen. Geben wir uns einmal so ein Ding an. Weil wir sind ja eh angeschlagen. Und wir haben jetzt erstmal... Ordentlich davon. So. Perfekt. So. Das haben wir fertig. Jetzt liegt da natürlich noch... Pistolenmunition. Die holen wir uns auch noch. Scheiß drauf. Die holen wir uns auch noch. Hallo? Ja. Wunderbar. Jetzt fehlt uns allerdings immer noch diese Scheiß-Safe-Kombination. Ich gehe gerade noch mal vorsichtshalber die Notizen durch. Aber ich glaube, sonst hätten die das... Sonst hätten die das auch als Notiz gekennzeichnet. Ah, warte mal. In eine Ecke zwischen Blutflecken gekritzelte. Steht hier doch noch die Safe-Kombination oder was? Aber kann ich mir nicht. Ja, der ist jetzt zum dritten Mal wieder aufgestanden. Leg dich hin jetzt. Dreck so. Ja, hier ist nix wegen Safe-Kombination. Das juckt mir in den Finger. Ich will den Scheiß-Safe offen haben. Jetzt müssen wir erst der Stock weg, oder? Das dritte haben wir nur ein bisschen erkundet. Okay. Gehen wir einfach mal nach oben. Gucken wir mal. Ist hier auf? Jo. Wieder so ein Noten-Safe. Stadtbroschüre. Bringt uns leider nicht so viel. Hier mal wieder ein Kraut. Das nehmen wir natürlich mit. Für die Scheiß-Kombinationen-Bissen. Ah, hier den können wir benutzen. Perfekt. Komm, mach auf. Brett haben wir auch wieder. Hier brauchen wir irgendwas für. Ich schätze mal irgendwie so ein Metallstück, dass wir das Ganze drehen können. Hier haben wir Weapon-Locker-Keycard. Damit sollten wir eigentlich an sich die Flinte finden. Beziehungsweise die Flinte öffnen. Gefunden haben wir sie ja schon. Und hier haben wir direkt den nächsten Schlüssel. Ach, jetzt ist das Noten-Inventar schon wieder voll. Das ist doch kacke. Dann müssen wir erst wieder die Scheiße wegbringen. Aber was soll's. Wieder mehr... Lieber mehr wie weniger. So, dann packen wir mal wieder rein. Ich würde sagen... Kieka packen wir so lange da rein. Das Kraut. Das Brett würde ich gerne behalten. So, dann haben wir wieder zwei Plätze. Einmal zack. Jupp. Und dann geht's wieder nach oben. Ach du Scheiße. Heli abgestürzt oder ein Flugzeug oder was? Jo. Brennt aber gar nicht, das Ding. Ach, hier haben wir wieder ein Kraut. Dankeschön. So, äh... Hier haben wir ja noch diese Statue. Ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kann wie aus dem Nichts... Ja, bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich... Ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmer dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt! Was ich immer nicht verstehe, äh... Liebe Leute, dass... Dass die da nicht einfach rüberklettern. Ich meine, wir sind hier in einer Zombie-Apokalypse. Wieso scheiße auf den scheiß Stacheldraht? Wo ist das Problem? Da gehen wir doch so durch, oder nicht? Jetzt mal ehrlich gesagt. Das ist immer so in Filme und Serien. Würde ich mal ein T-Shirt rüberwerfen und dann abwarten. Dann würde ich da aber rüberhüpfen wie sonst was. Da könnte er aber drauf an. So, du... Du bist aber weg vom Fenster, ne? So, hier machen wir jetzt schnell ein Brett hin. Da waren ja draußen richtig viele. So. Junge, du hast vier Schüsse abbekommen. Du willst immer noch nicht liegen. So ein Schluck Specht. Warte mal. Ach, wir sind wieder da, wo wir eben waren. Ach, Alter. Wieso versteckt er sich denn da? Hallo? Wo ist er denn jetzt hin? Was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Jetzt kommen wir auch wenigstens rein. Komm, verreck. So, jetzt ist aber hier Feierabend bei dir, mein Freund. Oder muss man richtig die Schädel zertrümmern? Obwohl, kann ich mir nicht vorstellen. So, Messer ist aber gleich Matsche, habe ich so ein Gefühl. Das ist ja behindert gemacht hier mit den Türen. Komm, mach auf jetzt. Oh, weg mit dir. Haben ja gut Munition. Können wir mal ein bisschen erkunden. Ach, du Scheiße. Direkt ein Brett vor. Brett vorm Kopf. Eine Blendgranate. Oh, meine Blendgranate gegen Zombies? Kann ich mir nicht vorstellen. Ach, Pistolenmunition. Sehr nice. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Schießpulver haben wir auch. Wir haben aber nochmal Schießpulver. Das heißt, wir können uns gleich wieder mehr Schuss machen. Das gefällt mir. Hier bräuchten wir noch ein Brett, aber ich glaube, wir haben keins mehr. Hochwertige Schießpulver. Gelb. Ergibt kommen wir Flintenmunition. Okay. Das können wir leider noch nicht mitnehmen. Das brauchen wir, glaube ich, um dieses Tor da zu drehen. Aber mal wieder ist unser Inventar full. Was haben wir hier? Elektroteil. Das brauchen wir, glaube ich, für die Scheißsicherung. Das heißt, wir müssen wieder unser Inventar leeren. Obwohl, wisst ihr, was wir machen? Wir benutzen das jetzt einfach so. Jetzt sind wir wieder gesund. Und dann holen wir gleich das Elektroteil. Dann haben wir hier wenigstens schon mal Licht. Das ist, denke ich, schon mal viel wert. Können wir auch schneller hin und her. So, benutzen. Ah, perfekt. Kann man hier jetzt noch Licht anmachen oder bleibt das so dunkel? Müssen wir gleich mal gucken. Auf jeden Fall werden wir jetzt kurz das Inventar leeren. Und dann holen wir den anderen Scheiß da raus. Das brauchen wir sicherlich nicht. Das können wir beides rausnehmen. So. So. Dann machen wir uns jetzt erstmal... Ach, was mache ich denn hier? Machen wir uns jetzt erstmal Pistolenmonie. Kombinieren damit. So, perfekt. Ich weiß gar nicht, ob wir die Flintenmonie, beziehungsweise die Flintenscheiße wirklich brauchen. Ich denke eher so für richtig heftige Gegner. Meine Flinte würde ich jetzt ungern mitnehmen, weil die nehmt ja ordentlich was am Platz weg, ne? Mal gucken, ob wir... Alter, was will der denn von uns? Aber jetzt aber Feierabend hier. Ähm... Ja, nimmt auf jeden Fall viel Platz weg. Da brauchen wir vielleicht noch eine größere Tasche für. Weil sonst können wir ja wenig looten, ne? Jetzt werden wir gerade hier nochmal hingehen. Dann werden wir hier vorne das Fenster nochmal zumachen. Das hatten wir nämlich noch offen. So. Dann können wir den Scheiß auch mitnehmen. Wunderbar. Jetzt gucken wir einmal. Jetzt haben wir hier noch diese Schießpulver. Das brauchen wir ja später für die Meck-Munition. Wie man schon lesen konnte. Und dann haben wir hier auch nochmal irgendwo grünes Kraut hier. So, perfekt. Jetzt ist hier schön gelootet. Jetzt gucken wir aber nochmal, ob wir hier vielleicht irgendwo noch das Licht da machen können. Dass es hier ein bisschen heller ist. Aber ich glaube nicht, ne? Scheint auf jeden Fall nicht so zu sein. Können wir ja nochmal ein bisschen durchgehen. Hier waren wir drin. Hier waren wir eigentlich überall drin. Außer hinten die Toiletten. Die haben wir noch nicht. Ich glaube, das sind die hier genau. Schauen wir uns da einfach mal um. Okay, aber rausnehmen kann man dann nichts, ne? Doch hier. Der Erste-Hilfe-Spray-Inventar schon wieder voll. So mag ich das. Kann man, äh, die Kräuter kombinieren? Ne, kann man nicht. Ah, kommen wir später nochmal wieder. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal gut alles abgeklappert. Jetzt wäre es halt schön, dass wir irgendwie noch ein bisschen Licht da machen können. Na ja. Soll wohl so nicht sein. Hier kann man auch kein Licht anmachen, oder? Vielleicht hier im Büro? Hm. Nein. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einiges geschafft, würde ich sagen. Hier ist schon mal dicht. Das hier ist noch offen. Scheint wohl noch... Ach ne, das ist dieses Tor von draußen. Hier haben wir das schon mal verrammelt. Okay. Bhabar. So, kann man jetzt hier nochmal rumfummeln? Ne, ne? Ne, schade. So. Deswegen gehen wir einmal kurz zurück. Weil dann können wir den Scheiß hier schon mal reinpacken. Obwohl wir haben... Na, obwohl das reicht eigentlich mittlerweile. Äh, erste Hilfespray. Okay. Dann hole ich gerade nochmal das Teil von der Toilette. Und dann haben wir da alles safe. Hier war es nicht. Das müsste hier gewesen sein. Genau. Das würde ich wohl gerne mitnehmen. Perfekt. Jetzt haben wir hier alles schön blau. So. So, jetzt packen wir uns das hier rein. Das brauchen wir, glaube ich, für oben. Äh, um dieses Tor zu öffnen. Aber wir haben immer noch nicht die Codes. Wir könnten zu 100% die Flinte holen. Da weiß ich aber nicht, wie viel Platz man für den Scheißdreck braucht. Ich würde sagen, wir holen den mal gerade. Äh, Schlüsselkarte. Das müsste es doch gewesen sein. Können wir da schon mal looten? Das war jetzt genau gegenüber. Kann ja nur dafür sein. Wunderbar. So. Jetzt holen wir die Flinte. Und dann packen wir die gleich direkt ins Inventar. So. Ach, die nimmt nur einen Platz weg. Ich dachte, die nimmt mehrere Plätze weg. Da habe ich wohl irgendwas vertraut. Nee, bei Resident Evil Village war das so. Genau. Bei Village war das so. So. Äh, jetzt gehen wir wieder zurück. Dann können wir eigentlich auch mit der Flinte spielen, oder? Hier, Flinten Munition. Kann man die kombinieren? Nee. Nachladen. Okay, grün heißt immer komplett full, ne? Wenn die nur einen Platz wegnimmt, dann nehmen wir die doch mit, würde ich sagen. Warum nicht? Haben wir hier noch Flinten Muni? Hier. Mhm. So, den nehmen wir auch mal vorsichtshalber wieder mit. Alles klar. Einmal abspeichern. Dankeschön. So. Äh, wir gehen jetzt nochmal nach oben. Wollte einmal gucken, wofür jetzt dieses Rad ist, wo man da hingelangt. Äh, hier war das. Art Room. Ach, hier müssen wir auch noch hin. Schaut mal an. Müssen wir jetzt einmal den Arm haben wir? Können wir den da ransetzen? Ja. Äh, was hat das jetzt gebracht? Das ist doch richtig. Äh. 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 Oder muss da vielleicht noch was rein gemacht werden? Keine Ahnung, wir lassen den da jetzt erstmal drin. Wenn nicht, kommen wir später nochmal zurück. Das ist ja kein Problem. Äh, so. Brennender Zombie. Ist das der Pilot oder was? Äh. 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 Idiot, ey. Äh. Da kriegen wir noch Damage, wenn wir da rüber laufen, oder? Habe ich die Kurbel vergessen? Habe ich die Kurbel vergessen? Habe ich die Kurbel vergessen? Ich bin die Kurbel. Ich bin die Kurbel. Ich bin die Kurbel. Ich bin die Kurbel. Aber Fisch macht da schon einiges her, muss ich sagen. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Wäre ich eben anders gerannt, hätte ich direkt nach vorne geschaut. Ich glaube, da hätte ich mich zur Stode erschrocken. Ach nee, das geht da gar nicht rein. Ventile. Ach nee, da muss eine richtige Kurbel. Ach du Scheiße. Häufer checkt. Das war wohl falsch. Scheiße. Was ist denn los mit ihm? Oh, hier war alles gelootet. Gucken wir gerade mal bei dem Healy. Hm. Das bringt uns ziemlich wenig. Wofür kann man denn die scheiß Kurbel gebrauchen? Das sagt mir gerade ziemlich wenig. Hm. Warte mal, wir waren doch, ähm, hier vorne sind wir doch hochgegangen. Da war doch so, so eine komische Garscheiße. Oder nicht. Er lebt noch. Vielleicht können wir das damit abdrehen. Das würde durchaus Sinn ergeben. Was war dann? Haha, Idiot. Wo war das denn? Ich glaube, noch einen höher, ne? Müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass die Bitch, die da eben eigentlich am Tor tot lag, dass die, äh, jetzt da unten rumschwirrt. Äh, nee. Hier sind wir falsch. War doch ein. Ein drunter. Vor allem, die hatten wir doch auch gelootet, ne? Wieso steht die jetzt wieder auf? Oh, hier. Ah, hier, schau an. Das brauchen wir. Wunderbar. Gucken wir einmal. Duschraum nicht komplett durchsucht. Ach, hier, wegen dem hier. Schießpulver, danke. Wichtig. Leer. Okay. Das ist komplett durchsucht. Hier fehlt anscheinend noch was. Was war denn da nochmal? Code. Code. Was für ein Code denn jetzt schon wieder? Was denn jetzt für ein Dreckscode? Mist, werden wir wahrscheinlich später finden, ne? Nehme ich mal stark an. Blindenmoni. Ach, du Scheiße. Kommt das Viech da nicht durch? Das hatten wir doch eben am Fenster gesehen, oder? Oder verwechsel ich jetzt was? Das Missviech war doch eben am Fenster. So, hier können wir wieder kombinieren. Jo. So, das ist jetzt das Stars-Büro. Hier ein PC. Dongle. Ein USB-Dongle brauchen wir. Ach, du Scheiße. Wo kriegen wir den denn jetzt her? Ähm. Hier ist was. Hier ist wieder eine Blendgranate. Wir brauchen noch so eine Taste. Hier haben wir wieder Schießpulver. Hier haben wir Erste-Hilfe-Spray. Der Schießpulver, das könnten wir doch kombinieren mit dem hier. So. Jetzt haben wir hier wieder Flinten-Munition. So. Jetzt gucken wir aber mal, was uns hier noch fehlt. Wenn nicht, nehmen wir das erstmal mit. Können wir das wieder wegbringen. So. Wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Inventar. Das ist... Das muss so sein. Eine Batterie, die können wir nicht mitnehmen. Shit. So. Äh. Interne. Hitzbeständiger Tresor mit den Drehzahlen. Schloss vom Stars-Büro verlegt. Die Kombination lautet... Okay. Das haben wir jetzt wahrscheinlich mitgenommen. Das heißt, das... Gut. Das können wir uns gleich wieder öffnen. Das war jetzt endlich die Scheiß-Kombination. Eine Batterie. Brauchen wir eine Batterie unbedingt? Äh. Ich wüsste jetzt nicht für was. Eine Standard-9-Volt-Batterie. Also ob die jetzt Priorität hat? Ne. Das heißt, wir... Ach, hier ist auch schon offen. Wir sind, glaube ich, jetzt von hier gekommen. Wenn wir jetzt hier lang gehen. Lauf, 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 lauf. An dem Teil werde ich garantiert nicht meine Munition verschwenden. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ach, unten den Safe öffnen. Das stimmt. Das müssen wir machen. Und wir holen unten erstmal die Drecksau. Oha, die lebt noch. Jetzt aber hier, Feierabend. Jetzt wieder durch das Büro. Was war das hier? Aber unser Inventar ist mal wieder full. Das heißt, wir bringen die Scheiß jetzt erstmal weg. Das ist wichtig. Vielleicht können wir uns auch wieder irgendwas bauen mit den Kräutern. Hier haben wir ein Kraut. Okay, wir packen jetzt das erstmal rein. Packen wir uns den rein. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr, oder? Wenn nicht, holen wir ihn wieder raus. So, können wir hier erstmal kombinieren. So, das können wir auch direkt hier drin lassen. Ja, perfekt. So, das haben wir schon mal gemacht. Jetzt machen wir den Safe auf, würde ich sagen. Wir haben ja dafür die Notiz. So, die Notiz ist links 9, 15, 7, links 9, 15, 7, 9, 15, 7. Nee, warte mal, wir müssen links rum drehen, also, nee, links rum drehen, das wäre dann die 9, nee, die 9, die 15 und die 7 wieder so rum. Perfekt. 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 Hat er die jetzt auch dran? Das sieht man gar nicht, ne? Schade. Aber auf jeden Fall mehr Platz am Inventar, das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. So, ähm, was machen wir als nächstes? Wir sollten auf jeden Fall oben weiter erkunden, dass wir dieses USB-Dongle finden, gegebenenfalls noch eine Taste. Das hat jetzt erstmal Priorität. Was man mit den Scheiß-Armen machen kann, weiß ich nicht. Hier haben wir eine Lightning Hawk, dreimal, in der Rüstkammer. Pass aber zu, die Tür. Tür mit elektronischem Schloss, okay. Müssen wir irgendwas ablegen hiervon? Nein, das heißt, wir gehen wieder nach oben. Top. Äh, einmal den Weg hier. Die lebt ja immer noch, die Bitch. Alles gut mit den Brettern, dass die uns nicht hier auf den Senkel gehen. Hatten wir hier noch irgendwas offen? Ich weiß es gar nicht. Ach ne, hier war, ja genau, hier sind wir richtig. Jetzt holen wir uns erstmal da drüben die Batterie. Mal gucken, dass wir den vielleicht irgendwie ein bisschen umgehen können. Weiß er nicht, wo der Nächte rumturnt. So, da habe ich ihn schon wieder gehört. Der hatte Bock auf uns. Hier ist auch noch nicht alles gelootet, weil sonst wäre das Ganze blau oder das ist wegen dem PC. So, hier haben wir ein elektronisches Schloss. Das kriegen wir wahrscheinlich nur auf mit dem PC, würde ich jetzt einfach mal annehmen. Ja, da ist auch ein Ausrufezeichen, Missionsziel. Das heißt, wir gucken jetzt einfach mal, dass wir hier lang kommen. Lauf, 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 lauf. Lauf. Wichtig, und rein da. Der kommt wahrscheinlich nicht mit, der bleibt da in seiner dunkelnen Ecke. Okay, hier haben wir jetzt das Pferd. Das Pferd, das Pferd, das Pferd. Da hatten wir doch am Anfang was aufgehoben. Hier. Das Pferd. Okay, können wir das vergrößern? Da haben wir einmal Fische, ein Skorpion und ein Krug oder ein Topf oder was das ist. Also Fische, Skorpion und den hier. So. Ein Siegel haben wir jetzt schon mal, das Einhorn-Siegel. Wunderbar. Hier haben wir dann wieder eine Zeichnung. Das ist das obere Stockwerk. Perfekt. Das haben wir jetzt hier auch. Hier ist eine Bibliothek. Und hier, oh, Urturm, Balkon, Lagerraum Ost. Also ordentlich was zu tun, meine Damen und Herren. Äh, hier haben wir wieder Schießpulver. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und dann ist hier auch alles wunderbar gelootet. Finde ich auf jeden Fall cool, dass wir das so gemacht haben, dass man sieht, dass hier alles gelootet ist. Hier geht auf jeden Fall die Post ab, wie ich sehe. Wir gehen einmal nach oben. Ist mir lieber. So. Jetzt sind wir hier erstmal oben in der etwas höheren. Gucken wir mal hier hinten rechts haben wir einen Ausgang. Ach du Scheiße. Das war ja natürlich glasklar, dass wir hier solche Komplikationen haben. Aber wir können ja einfach die Leiter hochklettern im Gegensatz zu den Zombies. Die können das nicht. Die sind zu doof. Okay. Um den Weg freizuschalten, müssen wir anscheinend noch ein Regal rüberziehen. Hier haben wir einen Lagerraum. Da können wir gerade auch mal gucken, was hier so abgeht. Hier haben wir Akten. Der zeigt uns an, dass irgendwas mit den Akten ist. Äh, ja. Wir schauen einfach mal. Oh, eine neue Gürteltasche. Das ist ja wunderbar. Das kommt uns gerade recht. Ähm. Die Konzern Wichser. Dreckschwein in einem C4 präparierten Stall fähig gespürt. Muss ich nur noch zünden. Okay. Da ist wahrscheinlich das damit gemeint. Die sind aber schon alle hin. Wie man sieht. Wir schauen uns hier einmal um. Pistolen Money. Wichtig. Äh. Was ist das denn für ein hässlicher Vogel? Äh. Ist hier auch noch was zu looten? Bestimmt, ne? Hier haben wir schon mal ein Brett. Brett. Wichtig und richtig. Ja, das Inventar, das muss auch größer. Jetzt würde ich mir gerne noch, ähm, die Pistolen Munition wieder herstellen. So. Das haben wir hier schon mal genügend von. So, wo sind wir denn jetzt hier? Äh. Da müssten wir ganz oben bei den Treppen sein, meine ich. Auf der anderen Seite. Hier liegt auch noch was. Das ist an alle Überlebenden. Unheimlichen Mistkellen offen. Wie weit? Äh. Licker. Ach, das war das dicke Mistviech von eben. Blind wie Maulwürfe. Besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Okay. Das heißt, wir müssen leise sein. Das heißt, wir können auch an ihm vorbeigehen, aber wir müssen halt leise sein. Okay. Hier ist alles gelootet. Lagerraum West natürlich nicht, weil dahinter ja den Zaun noch irgendwas ist. Okay. Easy peasy. Jo. Gucken wir mal hier. Ja. Jetzt sind wir hier wieder bei dem Treppenhaus, wo eben die Alter aufgestanden ist. Hier ist auch alles gelootet. Hier ist noch was zum Öffnen. Da brauchen wir wieder einen Code für. Was auch immer der Code ist. So. Was machen wir als nächstes? Ich glaube, als nächstes sollten wir... Als nächstes sollten wir die Bibliothek unter Beschlag nehmen. Aber wir bringen jetzt erstmal das Inventar weg. Das heißt, Batterie, Siegel, etc. Würde ich erstmal alles wegbringen. Und, ähm, ja, dann schauen wir uns mal in der Bibliothek um. Da wird's auf jeden Fall ordentlich zu Fights kommen. Da war ja der ein oder andere Zombie. So, ne, das Siegel, das können wir ja direkt einsetzen. Das sollte ja klappen. Hier. Jo, hat er recht. Da unten ist ein Geheimgang. Da brauchen wir jetzt aber allerdings noch ein paar mehr von. Zwei Stück an der Zahl. Dann können wir auf jeden Fall mal Batterie wegpacken. Keine Ahnung, was man damit machen muss. Und das Brett, das würde ich ehrlich gesagt noch behalten. Als wir wieder in der Situation sind, dass wir, ähm, dass wir ein Brett benötigen. So, wenn wir hier jetzt sind, dann ist hier die Bibliothek. Gucken wir mal, ob... Warte mal, hier ist ja auch noch was. Hier ist ja auch noch was. Äh, das ist der Löwe, der Löwe, der Löwe, der Löwe. Den Löwe haben wir hier, das ist einmal ein Löwe. Löwe, Pflanze, Vogel, Adler, was weiß ich. Ach nee, ne Pflanze war das hier, ne? So. Dann der Vogel. Der hier. So. Perfekt. Ach nee, mitnehmen, Junge. So, jetzt können wir das schon mal einsetzen. Das heißt, wir brauchen noch ein einziges Siegel. Und mal schauen, wo das rumschwirrt. Bis jetzt haben wir es, glaube ich, noch nicht mal gesehen, ne? Wir nicht kombinieren, benutzen. So. Perfekt. Ein Siegel noch. Schauen wir mal, wo die letzte Statue ist. So, hier müsste es zur Bibliothek gehen. Da brauchen wir aber den Peak-Schlüssel. Den haben wir nicht dabei. Der ist unten in der Truhe. Was kann man hier noch machen? Der sieht aus wie Pistolen-Munition. Nehmen wir mit. Dann haben wir 43 Schuss. Das ist auf jeden Fall mehr als ausreichend, um einen guten Kampf zu überleben. Ich weiß gar nicht, ob man die, ähm, ob man den Licker, wie man den nennt, auch umbringen kann. Aber meiner Ansicht nach ist das eine kleine Verschwendung von Munition, weil den kann man ja ganz easy umgehen. Wie es, äh, ausschaut, was in der Notiz stand. Solange der uns nicht direkt im Weg ist, baller ich auch nicht auf den. Kann ja einfach so dran vorbeigehen. So. Jetzt werden wir nochmal oben in die Bibliothek gehen. Dann werden wir uns mal einen Überblick machen, wie viel von den Zombies überhaupt da sind. Damit wir die ein bisschen auf Distanz halten. Das wäre schon sehr, sehr nice. So. Da brauchen wir einmal den hier. Okay. Nein! Okay. So, dann scheint nicht so viele. Ich schaffe was. Ja, sieht so aus, als würde er nochmal aufstehen, wenn ich da jetzt beigehe. Erstmal haben wir ihn ja nochmal. Der will wohl noch eine Packung. Ja, leg dich hin. Ist besser für dich. Das wird mies. Ja. 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 ist ja, glaube ich fast kaputt gegangen. Oder war es sogar kaputt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, schau an. Ne. Komm, vergisst du es. Das war nicht falsch. Ich dachte, das wäre die dritte Statue gewesen. Lost. Der Dicke will wohl auch noch eine Packung. Hallo. Der Exo. Der Exo, der trifft nicht mal den Dicken. So, jetzt schauen wir mal. Ach, da brauchen wir wieder was für. Ach, hör auf zu singen. Ey, Mann. Ah, hier ist ein rotes Buch. Was ist, was ist denn daran so toll an, im roten Buch? Rotes Buch, rotes Buch. Steht da eine Notiz bei? Ein zerschlissenes altes Buch. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer, ah, von einer Hand gehalten worden. Das heißt, das brauchen wir für unseren Cousin hier. Wo ist er? Ne. Da war doch eine Situation, da... Hier, Kunstraum. Okay. Und da sollten wir dann einen weiteren Schlüssel erhalten, oder? Der hatte doch irgendwie so einen Herzschlüssel oder so in der Hand. Schauen wir mal hier oben. Wartezimmer war das, glaube ich. Wir kommen wohl gut voran, wie es scheint. Läuft besser als gedacht. Aber Resident Evil-Teile sind jetzt ja auch nicht so schwer, ne? Aber sie sind trotzdem sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde. Es macht schon Spaß, sie zu spielen hier mit euch. Vor allem im Let's Play. Ähm... Da hinten. Muss ja auch nicht immer alles super schwer sein. Wenn das Spiel gut ist, dann macht das auch so fun. So, da muss jetzt... Äh... Kombinieren. Aha! 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 Ja, dann mach das doch auch da rein, Junge. Ne, das ist irgendwie so ein Rubin, oder... Ach, keine Ahnung. Zepter. Ein Stochen-Schlüssel. Hm? Ein Zepter. Schau an. Aber wofür brauchen wir das Zepter denn? Kann man das auch einmal nachschauen, bitte? Hier, zack. Kurzer Stab mit einem Juwel. Wofür brauchen wir das denn jetzt? Halber Sherlock Holmes. Hier kann... Kann man die... Kann man den auch auseinander bauen? Kann man den auseinander bauen? Warte mal, da ist ein... Warte mal, da ist ein Haken. Bedeutet das, dass der jetzt abge... Abgeschlossen ist? Also alles damit geöffnet, was geht? Ja, ne? Weil dann könnten wir den ja theoretisch wegpacken und nie wieder rausholen. Und uns fehlen noch sehr, sehr viele Zahlencodes für die einzelnen Tresore. Würde ich sagen, packen wir den jetzt erstmal weg und dann müssen wir uns mal Gedanken machen, wo wir als nächstes hingehen, weil wir haben die Bibliothek. Die müssen wir noch abschließen, aber da brauchen wir irgend so ein scheiß Fotzenteil für, damit wir diesen Wagenheber oder was das ist da aktivieren können. Hier haben wir die Rüstungskammer noch, da brauchen wir aber einen USB Dongle. Der Duschraum, der ist auch nicht komplett, da fehlt uns noch das Kombinationsschloss. Hier hinten haben wir eigentlich alles fertig, weil hier kommen wir nicht weiter. Ist ja klar. Hier ist der Helikopter. Dann könnten wir rein theoretisch einfach nur noch, obwohl... Wie kommt man in den Uhrenturm rein? Hier oben in der Bibliothek ist anscheinend ein Weg. Wir müssen uns gleich mal Gedanken machen. Das scheint nicht so einfach zu sein, was wir jetzt machen müssen. Auf jeden Fall packen wir das Ding jetzt erstmal hier weg. So. Verstauen. So, das passt. So. Wir brauchen auch noch eine Taste. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir brauchen noch eine Taste. So eine Kacke, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir als nächstes machen. Eben lief das ja ganz rund. Wartezimmer. Das hatten wir jetzt auch gut abgeschlossen. USB Dongle haben wir bis jetzt auch noch nicht gefunden. Batterie hatten wir ja noch aufgesammelt, aber wofür brauchen wir die? Keine Ahnung. Wo könnten wir denn jetzt hingehen? Einhornmedaillon erhalten, Löwenmedaillon erhalten, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach noch mal in die Bibliothek und schauen uns da einfach mal um. Weil da ist ja noch der ganze Bereich rot. Wir schauen einfach mal. Ein bisschen was abklappern müssen wir ja. Irgendwo müssen wir jetzt ja einen Anhaltspunkt finden, wo wir weitermachen müssen. Okay, das sieht hier alles safe aus. Hier brauchen wir ja wie gesagt irgendwas für. Sind wir da schon durchgegangen? Aufenthaltsraum. So, ist das denn Aufenthaltsraum? Sind die blöd oder was? Gucken wir mal hier oben. Hier ist ja wie gesagt das Loch. Hier kommen wir zum Lagerraum. Aber was müssen wir hier eigentlich machen? Könnten wir da... Müsste da ein Zünder rein oder eine Batterie? Ich weiß nicht. Mit der Batterie bräuchten wir ja damit der Timer läuft von dem C4. Vielleicht würde das Sinn machen. Müssen wir einfach mal schauen. Müssen wir mal ein bisschen auf Rätsel suche gehen. Was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber wir brauchen ja irgendwas jetzt noch, um weiterzumachen. Müssen wir mal schauen. Ja, der Pflegefall, um den sieht es auch nicht gut aus. Die Batterie würde das Sinn machen. Was haben wir denn hier noch? Eine Blendgranate? Schmutz? Brauchen wir nicht. Eine Batterie würde halt noch Sinn machen. Und das Schneidewerkzeug nehmen wir vorsichtshalber auch mal mit. Dann packen wir uns aber den Rubin. Den packen wir uns rein, weil wir den nicht brauchen. Das Messer brauchen wir vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal so. So, da bin ich wieder. Es war für euch nur ein kurzer Cut. Für mich sind ein paar Tage vergangen. Kurzes Update für euch. Wir haben ab sofort in dem Game hier Raytracing mit drin. Ab sofort, ab diesem Moment ist Raytracing drin. Ich bin mal gespannt, ob man einen Unterschied sieht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, weil ich hätte jetzt auch nicht gedacht, ob das noch mal ein Update für dieses überragende Spiel kommt. Außerdem habe ich mir noch mal das Spiel von damals angeschaut. Und das sah wirklich echt scheiße aus. Also man muss wirklich sagen, Resident Evil 2, das hier, das ist ein neues Spiel. So haben wir es. Das ist ein neues Spiel. Ja, Capcom Showcase war DLC für Resident Evil Village. Wurde auch angekündigt. Aber wir gucken jetzt erstmal, wo wir denn lang müssen. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, ich habe mir die Aufnahme vom letzten Mal gar nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass wir im Inventar ein Schneidewerkzeug. Ich glaube, das hatten wir mit als letztes gefunden. Und eine Batterie. Ich glaube, die war in diesem Stars Büro, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall wollte ich mal gucken, ob wir denn hier alles abarbeitet haben. Aber das Erdgeschoss scheint abgearbeitet zu sein. Wir haben halt hier noch den Schließfächerraum. Und hier haben wir auch noch einen Aktenraum. Ich weiß gar nicht, warum ich da beim ersten Mal nicht durchgegangen bin. Weil, da ist ja komplett unberührt. Da war ich nicht mehr drin. Ich würde sagen, wir gehen da erstmal rein. Das ist ja auch nur ein ganz kleiner Weg hier. Einmal hier kurz um die Ecke. Da sind wir auch schon. Einmal luschen, ob da was ist. Wenn nicht, gehe mal wieder raus. Und dann würde ich mal vorschlagen, dass wir uns um das zweite Stockwerk kümmern. Weil wir haben hier noch viele Wege. Das seht ihr mal. Hier ist eine Tür, wo es weiter geht, wo wir noch nicht waren. Und das werden wir uns dann erstmal anschauen. Das hat auf jeden Fall oberste Priorität. So, schauen wir mal. Bis jetzt war ja eigentlich, wo wir waren, alles gelootet. Bis auf der Schließfächerraum. So, schauen wir einmal. Hier waren wir ja schon mal. Hier müsste eigentlich alles clean sein. Aber man weiß ja nie. Ah, da ist ein offenes Fenster. Das ist nicht gut. So, können wir da schnell das Brett dran machen? Weil ich habe nämlich noch ein einziges. Das wäre ja schön, wenn wir das da rankriegen. Ja, haben wir. So, jetzt müssen wir ihn nochmal bearbeiten. Anscheinend ist... Anscheinend sind die despawned. Oder das Fenster haben sie zerschlagen. Habe ich beim ersten Durchgang gar nicht so richtig drauf geachtet. Habe ich wahrscheinlich schon vergessen. Der ist anscheinend ein bisschen neben der Spur. So, einmal nachladen. Ganz wichtig. So, hier. Den hatten wir ja glaube ich schon mal angeschaut. Der hatte doch so ein aufgefressenes Gesicht, sage ich mal. Hier sind aber viele Zombies. Das müsste, glaube ich, auf der Seite der einzigste... Ja, der einzigste Flur sein, der... Unberührt ist. Beziehungsweise... Holy Shit. Alter, hier haben sie aber ganz schön was verändert. Weil beim ersten Durchgang war das hier eigentlich ziemlich entspannt. So, jetzt müssen wir mal grad gucken. Wir haben hier... Einen grünen Schlüssel. Wir haben aber nur einen blauen Schlüssel. Holy Shit. Ähm... Hier ist aber auch noch eine Tür. Die können wir auch einmal... Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier auch das Symbol. Das ist ja perfekt. Falls wir den Finnen wissen, war direkt Bescheid. Das vergessen wir auf jeden Fall nicht. Der steht auch noch mal auf. Leg dich schlafen, Kollege. Hier ist ja richtig was los. Was? Das haben wir hier aber ein Problem. Nämlich haben wir hier keine Bretter mehr für. Scheiße. Da hinten ist auch noch mal. Das heißt, wir brauchen noch zwei Bretter. Die werden wir dann auf jeden Fall... Hier, äh... Wieder hin machen. Weil ich hab keinen Bock, dass hier die ganze Zeit die Zombies spawnen. Weil das fuckt definitiv ab. Sag ich euch so, wie es ist. Wir haben jetzt auch nicht mehr so viel Schuss. Hier... Haben wir jetzt hier... Äh... Schneiderwerkzeug. Das hatten wir doch eben gefunden, wenn ich mich nicht irre, ne? Perfekt. Ach ja, das erste Mal sind wir da oben durch, äh... Das Fenster da gegangen. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. So, auf jeden Fall sind wir jetzt hier. Hier ist verschl... Ist das ein Safe Room? Ne, oder? Wenn, dann müsste eher ein Speichergerät hier sein. Hier haben wir eine Blendgranate. Ich bin mal gespannt, wofür wir die brauchen. Weil momentan für die Zombies macht... Ah, perfekt. Momentan für die Zombies macht das ja nicht so viel Sinn. Hier haben wir jetzt einen roten Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel kommen wir in den Aktenraum rein. Wo wir allerdings auch mit dem Kreuzschlüssel reinkommen, wie es ausschaut. Hier haben wir... Habe ich schon gerade auf der Minikarte gesehen. Hier haben wir ein Brett. Ich würde mir wünschen, dass das gar nicht angezeigt wird. Das finde ich ein bisschen blöd so. Da wird man ja schon so gespoilert. Und dann freut man sich nicht mehr so darüber, was eigentlich alles, äh... Da drin ist. Das finde ich ein bisschen schade. So, äh... Hier haben wir nochmal ein grünes Kraut. Haben wir Platz dafür. Jo, perfekt. Da müssen wir mal gucken, was dieses Elektrogerät macht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal ordentlich Stuff gesammelt. Hier, wie gesagt, brauchen wir noch den Schlüssel. Da kann ich mir vorstellen, dass wir das irgendwie mit diesem roten Juwel machen müssen. Aber wir müssen jetzt erstmal schauen, wo wir überhaupt den Schlüssel herbekommen. Oder halt, wie gesagt, den Kreuzschlüssel. Der hat ja auch ordentlich Priorität. So. Ist das miteinander verbunden hier? Ne, das müsste hier eigentlich alles safe sein. Wir sollten jetzt eigentlich durch das Büro von dem Bullen wieder ganz gut rauskommen. Hier durch das Bullenbüro. Ja, perfekt. Hier sind wir auch direkt wieder raus aus dem Schneider, kann man sagen. So, wunderbar. So, jetzt müssen wir kurz einmal durchatmen. Die Bretter, die werden wir auf jeden Fall behalten. Weil ich, wie gesagt, diesen scheiß, äh, die scheiß Fenster da dicht machen möchte. Obwohl, wir können es auch, wie gesagt, gerade schnell machen. Weil dann haben wir das Ganze nämlich hinter uns und wir haben einen weiteren Inventarslot frei. Was natürlich wichtig ist. So, ich hoffe, die Nottenviecher bleiben jetzt liegen. Hä? Ach, hier. So, dann machen wir das da dran. Fertig. Dann brauchen wir nur noch eins, was wir dann da hin machen. Ich glaube, bei Stockwerk 2 und... Ne, Stockwerk... Ich verwechsel das immer. Auf jeden Fall, in der nächsten und der rüberliegenden Etage brauchen wir, glaube ich, keine Bretter. Weil das ist ja eine Etage, wie gesagt, höher. Da sollten die eigentlich nicht rankommen, außer von einem Balkon oder so, ne? Aber das glaube ich nicht. So. Äh, auf jeden Fall spawnen da jetzt erstmal weniger Zombies. So, was können wir behalten? Äh, das Kraut, das können wir erstmal verstauen. Außer wir haben wieder was zum Kombinieren. Aber ich glaube nicht... Ne, da warte ich lieber noch auf ein rotes, was wir dann kombinieren können. Äh, die Blendgranate werden wir natürlich auch verstauen. Da haben wir jetzt drei Stück schon von. Sehr nice. Und jetzt müssen wir mal gucken. Das hatten wir aufgeholt. Das kann man sich gar nicht anschauen. Kann man nur verstauen und kombinieren. Gleiches geht hier. Ähm, ich würde mal sagen, wir probieren das mal mit der Batterie zu kombinieren. Weil das macht durchaus Sinn. Ähm, jetzt haben wir einen Zünder freigeschaltet. Den würde ich mir dann hier unten inpacken. So, perfekt. Jetzt müssen wir mal gucken, haben wir sonst noch irgendwas Schönes hier? Äh, nein. Dann werden wir uns jetzt auf den Weg machen, einen der beiden Schlüssel zu finden. Würde ich jetzt einfach mal annehmen. Beziehungsweise auch die Taste und irgend so ein scheiß USB Dongle. Auf jeden Fall geht es hier unten in der Etage für uns nicht mehr weiter. Wir müssten dann, wenn dann, in die zweite gehen. Hier hatten wir ja die scheiß Bibliothek. Da brauchen wir aber einen Wagenheber für. Dann werden wir vielleicht draußen außerhalb des Polizeipräsidiums, nennt man das so, äh, bekommen. Bibliothek, uninteressant. Das auch uninteressant, weil wir da, wie gesagt, das USB Dongle Gerät brauchen. Hier haben wir ja nur ein Schloss. Das heißt, ich würde gerne mal durch das Wartezimmer gehen. Obwohl, haben wir so eine Kurbel? Ich weiß es gar nicht. Haben wir so eine Kurbel? Äh, nein. Haben wir gar nicht. Egal, ich würde trotzdem erstmal gerne da lang gehen. Und dann schauen wir mal hier. Weil ich glaube, hier ist der Heli abgestürzt. Hm. Schwierig. Hier haben wir noch die Wäschekammer. Die ist komplett unberührt aus irgendwelchen... Ach, weil da... Ach, war das der Raum, wo diese blöden Viecher waren? Okay, dann müssen wir grad mal schauen. Wir müssen hier hoch und dann durch die Bibliothek und dann Aufenthaltsraum. Okay. Wir werden das schon hinbekommen. Wir sind ja nicht dumm. Oder gehe ich von hier unten und dann wieder hoch? Ach, ich gehe hier durch. Weil den Weg, den kenne ich ganz gut auswendig mittlerweile. So. Auf jeden Fall, mir persönlich macht dieses Spiel sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich finde dieses Rätseln und so ein bisschen Survival-Horror sehr, sehr geil. Äh, Resident Evil 5 und 6, das ist ja mehr Ballerei wie sonst was. Ich glaube, Teil 3 war auch ein bisschen mehr Ballerei, aber nicht so heftig wie 5. Äh, 5 war ja einfach nur Horden-Ballerei. Aber war auch ein nettes Spiel. Durchaus. Aber sowas gefällt mir schon mehr. Auch Biohazard und Village, das ist schon so, ja, mehr mein Geschmack. Weil an Zombie-Games hat man sich mittlerweile auch schon ganz gut satt gesehen. Auch an Filme. So. Was war hier nochmal? Hier war dieses Missvieh, oder? Nee, das war hier nicht. Das war woanders. Wir sind jetzt auf jeden Fall beim Lagerraum. Da ist auch irgendwas offen. Da kommen wir in die Bibliothek. Ach, wie kommen wir dann hier? Ach, hier. Ach, da brauchen wir glaube ich diesen scheiß Wagenheber. Äh, so, gucken wir erstmal. Wir hatten ja auch noch dieses scheiß C4. Ja, ich höre doch hier was. Äh, wir hatten auch noch dieses scheiß C4 hier übrig. Können wir das da vielleicht rein? Achja, steht da ja auch bei. Aber meint. Scheiß drauf. Oh, shit. Ich wette mit euch, wenn das Ding gleich hoch geht, dann stehen hier aber eine Armee von Zombies. Ich hoffe das reicht. Scheiße. Ist das dieses komische Krabbelvieh da? Ach man, warum denn? Warte mal, das muss ja dann rein theoretisch das Einhorn haben wir. Ich glaube die alte da haben wir auch, oder? Nee, die alte haben wir nicht. Das ist die alte. Okay. Ähm, da brauchen wir einmal eine Frau, dann einen Bogen mit Pfeil und eine Schlange. Gucken wir mal. Ja, das kann man ja super erkennen. Bogen. Bogen. Ich glaube das ist das, oder? Ich glaube das ist das. Was war das erste nochmal? Ich habe es jetzt voll vergessen. Ich glaube die Frau, oder? Ja. Perfekt. Mädchen Medaillon. Perfekt. Das haben wir glaube alle drei sogar schon. So, das haben wir. Ich glaube dieses große Viech, wenn es das ist, das kann uns nur... Ey, wie overpowered man! Warum denn zwei von den, also ein Zombie und äh, ich bin hier auf dem falschen Trichter. Hallo? Auf dem falschen Dampfer. Sorry. Kommt das Ding hinterher? Kann man... Wieso jagt mich das scheiß Ding denn? Das ist ja voll asozial. Lauf, 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 lauf. Ich glaube die ähm... Scheiße, das kommt wirklich hinterher. Äh... Büro. Äh... Sorry, ich rede... Ich muss grad klarkommen. Ich muss glaube in die Halle rein, dann bin ich jetzt los. Gegen dem Licht vielleicht. Bin ich mir jetzt einfach mal so vor. So. Ähm... Ja. Wir haben jetzt auf jeden Fall das letzte davon. Aber wenn ich das einsetze, können wir dann schon weiter gehen, weil ich würde mich gerne noch hier ein Stückchen um... Ein bisschen umsehen, ehrlich gesagt. Ich glaube ich packe das wieder rein. Dann schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Ähm... Hier sind wir... Wartezimmer, Kunstraum. Ähm... Hier kommen wir gar nicht weiter. Da brauchen wir irgendeine Dreckskurbel für. Bei der Bibliothek ein Wagenheber und... Hier brauchen wir... Ein PC. Ähm... Ich wollte gerne nochmal alle Notizen durchgucken, weil ich habe ja eben gesehen am Spind... Wir haben noch einige Sachen übrig. Ähm... Aber ich glaube das bringt uns hier nichts. Aber... Schließfach Terminal... Achso, das ist mit den Ersatzkarten... Äh... Tasten. Also... Das war mit dem kleinen Tresor. Okay. Das war das mit dem C4. Ähm... Warte mal. Ist das ein neues? Ist das ein bisschen hier ein Drehzahlenschluss? Achso, ne. Das war der im äh... Zweiten Stockwerk. Okay. Ähm... Ich würde sagen, dann gehen wir halt einfach weiter. Ich meine, was soll's. Wir werden jetzt auf jeden Fall das hier einmal mitnehmen. Ich glaube, weil es... Man sieht es ja. Es... Kann es hier einfach nicht weitergehen. Hier ist ja alles dicht. Man kommt ja hier wirklich nirgends wohin. Außer, dass wir halt diesen scheiß Wagenheber brauchen. Deswegen lass uns mal die Statue... Betreten. So. Äh... Der hier. Zack. Oh, jetzt ist das schon mal... Auf. Perfekt. Äh... Können wir mit ihm nochmal reden? Okay. Dann würde ich gerne einmal abspeichern. Sicher ist sicher. Hallo. Jo. Perfekt. Äh... Haben wir hier irgendwie einen Missions-Lock oder so? Ne, ne? Ne, haben wir gar nicht. Fast zwei Stunden Spielzeit schon. Ich glaube, wir sind ziemlich weit für unsere Spielzeit, oder? Jetzt einfach mal so behaupten. Da geht es nach unten. Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen Sie ins Krankenhaus bringen. Sofort! Nein. Nein. Ich... rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab's... Geh! Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte's nicht stoppen. Das darf sich nicht ausbreiten. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Ich werd tun, was ich kann, Marvin. Ah, das persönlich hab ich mir auch gedacht, dass der danach hier die Schotten dicht macht. Aber hier haben wir eh ein Speichermidium. Hier haben wir erstmal, ähm, Schießpulver. Dann speichern wir einfach nochmal. Ja, unser Kollege Marvin, der ist ganz schön am Arsch. Haben wir hier nochmal andere Schießpulver. Sagt... Oh, wir haben gar keine Munition mehr so richtig. Ähm, ne. Wir haben nur noch dieses komische Gelbe. Aber das bringt uns ja nicht so viel. Deswegen behalten wir das erstmal, würde ich sagen. Ähm, hier haben wir noch, äh, Flinten-Munition. Wunderbar. Und da müsste der komplett durchsucht sein. Wunderbar. Äh, T... T-Stange-Vertiefung. Was ist das denn? Ach, guck mal, da brauchen wir glaube ich auch so ne Kurbel für, oder? Naja, schauen wir mal. Hier geht das mit nem Fahrstuhl weiter. Hä? Hä? Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass es nach oben geht und nicht nach unten. Ach du Scheiße, das sieht aus nach richtig vielen Gegnern. Äh... Ach du Scheiße. Wir haben hier sogar zwei... Zwei Wege. Äh... Oh, ne Handgranate. Sehr nice. Stark. Liegt hier noch irgendwo was rum? Ne, ich glaube nicht. Ah, hier. Was ist das denn? Äh... Da müssen wir was benutzen. Kann man da eine Handgranate reinschmeißen? Ne, aber was ist das überhaupt? Das sieht aus wie ein... Pistolenaufsatz, oder was? Ach... Brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel für. Bin hier? Ne. Aha. Sehr interessant. Und erweitert das Magazin. Haben wir ja schon mal. Ich weiß jetzt nicht wo man lang gehen soll. Oben oder unten. Ja, hier ist auf jeden Fall dicht. Das heißt, wir gehen oben lang. Ja, da bin ich jetzt ja mal gespannt, was uns hier alles in die Quere kommt. Ach du Scheiße. Mhm. Wo sind wir denn hier jetzt? Hier ist dicht anscheinend. Okay. Ach, das sieht wirklich nach sehr, sehr vielen Gegnern aus, wenn ich ehrlich bin. Dobi hier wird gleich ordentlich die Post abgehen. Hä? Darf ich nicht mal die Kamera dabei drehen? Wie blöd ist das denn? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, es kommen ganz viele Gegnerwellen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir gegen sein Mehlauge schießen müssen. Hier haben wir auf jeden Fall Kräuter. Die nehmen wir mit. Ach, da kommt er schon. Ach, da kommt er schon. Ah, du bist ganz schön doof. Was ist denn sein Mehlauge? Das muss doch mal rausploppen, oder nicht? Da ist es doch. Oh, lauf, 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 lauf. Der nimmt jetzt auch mal hier einen kleinen, äh, Gang auf. Komm. Da hat er aber einen ordentlichen Gang hochgeschaltet. Haben wir nachgeladen? Oder haben wir gar nicht so viel Schuss? Los, Gas, Gas, Gas. Nicht schwächeln. Immer schön Gas machen. Wo kommt er rum? Da ist er. Lauf. 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 Immer laufen. Richtig und richtig. Kann man denn nicht so eine Granate in sein Auge reinpfeffern? Alter, jetzt vergaß ich hier noch, oder was? Beziehungsweise, äh, kein Sauerstoff mehr. Keine andere Wahl. Du musst ihn ausschalten. Hm. Wüsste gar nicht, ob die Granate jetzt erstmal was bringt. Äh, wie kann ich die Scheiße über... Ach du Scheiße. Kann ich, wie kann ich das Ding denn werfen? Ach hier. Ach, die explodiert ja fast direkt. Was ist das denn für ein Unfug? Hätten sie auch mal dabei schreiben können, aber ich glaube, ich habe keinen Damage abbekommen. Der frisst auf jeden Fall richtig viel. Sagt der die ganze Zeit, help me? Wieso haben sie den nicht übersetzt? Das verstehe ich auch gerade nicht. Ich weiß, also das muss eigentlich richtig sein, was ich hier mache. Weil, wo soll ich sonst reinballern, außer in sein Ölauge halt, ne? Hier sind wir... Hier haben wir schlechte Karten. Ah, hier. Wendiger. Wendiger als er. Ah, wäre geil, wenn er uns nicht einmal trifft, weil dann könnten wir die, äh... Kräuter sparen. Würde jetzt mal gerne ein bisschen was probieren mit der Pistole. Ah, damit kann man den aber ganz schön schlecht treffen, weil der mal so wackelt mit seinem komischen Auge. Ach du Scheiße. Wir haben auch nur noch drei Schuss, das ist nicht gut. Da hätten wir vielleicht die ein oder andere Blendgranate mitnehmen sollen. Was macht er denn jetzt? Wo kommt er? Kommt der einmal außenrum, oder was? Hä? Ah. Hat der sich versteckt, die Sau? Ah, jetzt redet er deutsch. Ach nein, jetzt bin ich wieder in der Sackgasse. Warte, sagt er. Mist. Mist, 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 Mist. Und der haut ordentliches Damage rein. Aber ordentlich. Oh, jetzt haben wir ihn aber sehr geschwächt. Komm, mach nochmal dein Auge auf. Will da ja mal kein Auge machen. Dein Auge küsse ich auch nicht. Na los, komm her. Ach Scheiße. Boah, ist echt nicht einfach. Ich glaube auch, dass der uns unsere schön gelootete Munition komplett wegfrisst, die Drecksau. Ich habe schon so ein komisches Gefühl. Aber naja, im Prinzip brauchte man die Munition ja sowieso für den. Der ist ja ein richtiger Schluckspecht. Was ist denn jetzt schon wieder? Mach doch mal die Augen auf, Junge. Oh, wie viel braucht der denn? Oder muss man ihn mit irgendwas hier killen? Also irgendwie mit einer Explosion. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ach komm. Boah. Jetzt hat er mich. Scheiße, ich dachte das wäre jetzt so eine Kampfsequenz. Scheiße. Aber anscheinend war das nur so eine Sequenz, wenn er uns fängt. Ich habe echt nicht mehr viel Munition. Das sieht nicht gut aus für uns. Ah. 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 Sehr interessant. Ich dachte gerade eigentlich, dass kommt Phase 2. Aber das liegt daran, dass ich in letzter Zeit viel Elden Ring gespielt habe. Ja, gut, dass das Mistviech weg ist. Gut, dass das Mistviech weg ist. Hat auf jeden Fall sehr, sehr viel gefressen. Wir haben da hinten jetzt noch eine... Ach, da haben wir auch noch eine Handgranate. Naja, auf jeden Fall. Flintenmunition ist weg vom Fenster. Und sehr, sehr viel Pistolmunition. Schade. Hier ist die Handgranate. Jetzt haben wir da... Oh, da hinten haben wir wieder Pistolenmunition. Das ist sehr, sehr wichtig. Die brauchen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir nur geradeaus gehen. Und dann sind wir auch schon da. Aber hat eigentlich ganz gut geklappt, der Kampf. Wir mussten nur einmal nachlegen mit den Kräutern. Mussten uns eine kleine Kräuternmischung geben. Die können wir direkt kombinieren. Dann haben wir wieder eine neue. So, das passt. Ja, schauen wir einfach mal. Gehen wir jetzt zu der Leiter. Äh, wo ist das Drexding denn? Hm, 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 hm. Hier. So. Ähm. Wieso ist das denn noch rot? Wir haben doch alles abgeklappert. Naja, wird sich vielleicht noch zeigen. Äh, hier haben wir was. Was ist das? Schießpulver. Super. Super. Die Frage ist jetzt, soll ich weiter mit meiner Pistole, äh, äh, spielen? Oder eher nicht? Das ist jetzt ja die Frage aller Fragen. In Bezug auf, ähm, Munitionen machen. Da soll ich mir jetzt lieber Flinten-Munny machen oder Pistolen-Munny? Was ist besser? Ich hab ja, ehrlich gesagt, nicht so viel Ahnung, was für Gegner noch kommen. Deswegen bin ich da momentan... Ach, hier, es liegt auch noch was. Deswegen bin ich da momentan ein bisschen Zwiegerspalten, was das angeht. Ich persönlich würde jetzt vielleicht erst mal so weit gehen. Äh. Ich will es doch verschieben. Ähm. Wo waren wir denn? Ich persönlich würde jetzt erst mal so weit gehen, dass wir das Schießpulver darin investieren. Je nachdem, wie viel gelbes Schießpulver wir haben. Da müssen wir uns gleich nochmal die Notiz durchlesen. Um das Crafting einmal zu verstehen. Weil momentan haben wir ja nur eine Schrotflinte und eine Pistole. Das heißt, ich würde jetzt erst mal priorisiert Schrotflinten-Munition, äh, erstellen. Wie gesagt, für die Bosse. Das hat ja ganz gut geklappt. Und von dem Rest dann immer Pistolen-Munifarm. So. Einmal den Hebel. Jetzt hat sich irgendwas getan. Mhm. Hoffentlich kommt der jetzt hier nicht wieder. Aber war eigentlich ein ganz cooler Boss, muss ich sagen. Resident-Evil-Bosse sind dann eigentlich immer fett. Weil in einem neuen Ableger Village, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Cool. Hier haben wir jetzt einmal was zum Speichern. Aber warte, wir looten erst. Dann speichern wir. Ah, wunderbar. Da habe ich Bock drauf. Perfekt. Zwei weitere Lootplätze, die sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt würde ich sagen, speichern wir einmal ab. Packen wir uns das Unnötige hier rein. So. Hier haben wir einmal das Gelbe. Das meine ich. Und das will... Ach nee, warte. Wir müssen erst mal die Justiz kurz nachschauen. Wo haben wir das denn? Ähm. Schießpulvernutzung. Also Flint-Munition, Schießpulver plus Hochwertiges. Ja, das haben wir ja. Das können wir direkt machen. Das kombinieren wir. Zack. Jetzt haben wir Pumpen-Munni. Drei Schuss nur. Wie frech ist das denn? Das ist ja voll der Scam. Alter, Finna. Äh. Verstaunen. 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 So. Obwohl, wir könnten vielleicht auch so weit gehen, dass wir sagen, wir nehmen noch ein Erste-Hilfe-Spray mit, weil wir haben jetzt ja mehr Platz. Dann würde ich mir das hier hinpacken. Obwohl, da könnten... Machen wir das so. Scheiß drauf. Ähm. Ja, das war es dann auch schon. Dann speichern wir kurz nochmal ab. Äh, zack. Wunderbar. Äh, jetzt müssen wir die Leiter hoch anscheinend. Kurz mal nachladen. Wichtig. So. Das hört sich verdächtig nach Hunde an. Die bekannten Resident Evil Hunde, die sind natürlich Hardcore. Ich bin mal gespannt, wie die so hier im Spiel sind. So, schauen wir mal, was hier in der Tiefgarage ist. Wenn mal so kleine Minicuts sind, dann nicht wundern, dann rauche ich eine ab und an. Das muss ja nicht mit ins Let's Play. Das würde ich auch als Zuschauer etwas störend empfinden. Volle Konzentration auf Resident Evil 2. So. Wir gucken jetzt erstmal, wie gesagt, alle Ecken nach. Äh, am besten Let's Play ich nie ein Loot-Spiel. Also nicht so ein massives Resident Evil 2 geht ja noch, weil, äh, sonst wäre Feierabend. Dann, äh, gucke ich wirklich, da gucke ich immer wirklich alles nach. Ganz schlimm bei Fallout und äh, ähnlichen Spielen. Hier brauchen wir eine Keykarte. Haben wir nicht sogar eine Keykarte? Nicht ohne Karte. Sitz. Sitz. Aus. 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 Wer ist da? Aufgepasst. Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ah, der Doggo. Ich hab noch nicht ausgeredet. Der Doggo frisst anscheinend auch ordentlich, äh. Kugeln. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal eine Keykarte finden, wie es ausschaut. Ähm. Ja. Schauen wir einfach mal. Äh. Wo haben wir denn Ausgänge bzw. Eingänge? So. Da vorne haben wir einen. Exit. Das hört sich doch schon mal gut an. Äh. Hier ist, ja. Das war natürlich klar. Das wäre ja auch zu einfach. Äh. Gehen die auf? Ne. Natürlich nicht. Auch nicht. So wie Tarkov gespielt. Da liegt eigentlich immer was drin. Bei Tarkov in den Autos. So. Ist der einzigste Weg. Natürlich der beste Weg. Das sieht schon mal nicht gut aus. Wenn ich das mal so interpretieren kann. Das sieht nicht gut aus. Sieht auf jeden Fall nach ordentlich Action aus. Wir haben jetzt einmal zwei Wege. Drei Türen. Ähm. Was sagt denn die Muni? 24 Schuss. 23. Okay. 47 Schuss an der Zahn. Und dreimal Flinte. Äh. Flinte behalte ich mehr für Bossgegner. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal ein Boss so kurz nach. Äh. Aeinander kommen würde. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube jetzt geht es eher um die Hunde. Da haben wir auf jeden Fall was, was mir direkt, äh, in die Augen scheint. Nämlich eine schöne Pflanze. Blaues Kraut. Okay. Da hatten wir doch auch schon mal was von gelesen. Da können wir gerade nochmal nachschauen. Heilbegung von Kräutern. Ähm. Während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Hm. Hm. Blauen und Rot eine Mixtur, die Kondition, Konstitution stärkt. Ha? Ach du Scheiße. Wir haben aber viele Polizeihunde, muss man sagen. Aus. Sitz. Gott verdammt. Schön zu bleiben hier. Aus. Aber bis jetzt muss ich sagen, waren sehr wenige, äh, Jumpscares drinne. Beziehungsweise gar keiner. Also erschrocken habe ich mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Aber ich bin auch übervorsichtig, ne? Geh mal schon ein bisschen vor so mit der Kamera. Dass man das ein bisschen einschätzen kann. So. Hier haben wir jetzt alles gelootet. Hier ist komplett verschlossen. Das heißt, wir müssen hier rein. Eine dicke Tür. Da sollte eigentlich alles clean sein. Wieder so eine dicke Tür. Das sieht für mich aus nach einer Leichenhalle. Beziehungsweise Obdoption. Schauen wir mal. Ach, die muss ich selber rausziehen. Gackalacken. Hier haben wir auch noch einen. Hä? Scheint gar nichts drin zu sein. Der geht auch. Okay. Okay, okay. Der hier. Super Null. Alles leer. Bitte Nächste losziehen. Da. Den schieben wir wieder rein. Den wollen wir nämlich nicht haben. Hat man schon so ein blödes Gefühl, ehrlich gesagt. Das sieht auch gut aus. Da ist nichts drin. Der kann da wieder rein. Bleibt da mal schön drinne. Auch leer. Hier fehlt ja einer. Hallo? Aha. Habe ich dich gar nicht gesehen, du Drecksau. Wolltest du uns in kleinen Schrecken einjagen? Du hässliches Mistviech. Gib um, du Fotzenkopf. Hallo? Du verschwendest unsere schöne, erlootete, verdiente. Hä? Was will der von uns, Nuttenknecht? Hallo? Alter, hat der gefressen, ey. Was ein Schluckspecht. Ach, die haben Loot. Was ist das für einer? Ach, hör doch auf. Sei doch nicht so blöd im Kopf. Ich hab kein Messer mehr. Scheiße. Mann, du Fotze, ey. Schluss damit jetzt. Hör auf. Hör auf. Aus. Nein. Ach, schön. Kaputtgematsch, die Matschbirne, ey. Weg mit dem. Mach das Ding mal vorsichtshalber zu. Oh, dann haben wir noch ein bisschen, äh, Movement-Möglichkeiten hier, falls da wieder was kommt. Kleine Munitionsfresser, die Fotze. Oh, der, äh, äh, gar nix. Na, dann kannst du da auch wieder reingehen. Mach mal zu hier, das Dingeln. So, wer nix hat, der kommt auch nicht raus. Ähm, hier, könnten wir nochmal gucken nach Loot. Der steht bestimmt auf, weil der hat ne Flashbang. Aha, nicht mit mir. Am ersten Mal hat das geklappt, jetzt nicht mehr. Äh, hier hinten haben wir auch noch einen. Den hab ich eben gar nicht angezeigt bekommen, also dass der aufgeht. Der geht auch nicht auf, oder? Doch. Ah, ne kleine Pflanze, warum auch nicht? Macht durchaus Sinn, da mal ne Pflanze reinzustellen. Das heißt, wir könnten jetzt unsere Konstitution verbessern. Wollen wir das mal ausprobieren, was das überhaupt bringt, weil wir könnten die jetzt ja kombinieren. Gemischte Kräuter. Diese Mixtur zwei verschiedenen Kräutern wirkt als Gegengift, mindert erlittenen Schaden und schützt kurzzeitig vor Giften. Aber, wir haben ja gar keine Gifte, beziehungsweise wir wurden noch nie vergiftet in diesem Spiel hier, oder? Äh, meinen die damit allgemein ein Zombie-Gift? Weil wir sind ja anscheinend, wie es aussieht, unverwundbar, beziehungsweise nicht unverwundbar, sondern immun dagegen, weil wir wurden ja am Anfang schon mal gebissen, oder nicht? Ähm, das würde ich aber dennoch umplatzieren. Hier machen wir den Erste-Hilfe-Spray hin und das ist jetzt ein Karo-Schlüssel. Ein Karo-förmiger Schlüssel. Ein Karo-Schloss hatten wir noch gar nicht, oder? Oder ist das, ähm, ist das das, ähm, warte mal. Ach, wir sind unter der Polizeistation, schau an. Ist das interessant? Oder ist das der hier? Ne, das Herz. Herz brauchen wir, okay. Ähm, Karo-Schloss hatten wir bis jetzt echt gar nicht. Krass, Mann. Ähm. Ja, wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Hier ist auch noch was. Obdop-Ziebericht, okay. Ähm, Kleptomane der Mähre. Okay. Das bringt uns jetzt nicht so viel. Hier ist auf jeden Fall gelootet, das heißt... Oh, der Zwinger, der Zwinger ist noch ungelootet. Da muss auf jeden Fall noch was sein. Schauen wir mal. Äh, Schotten auf einmal. Hier. Ah, hier brauchen wir auch so eine Kurbel. Aber wo kriegen wir die jetzt her? Oh, wir haben kaum noch Schuss, ey. Hier ist was. Schießpulver. Okay. Haben wir. Rein theoretisch dürfen die ja eigentlich die Tür nicht aufmachen. Ah, hör doch auf. Ich sag gar nichts mehr. Ich dachte jetzt, die kommen da sowieso nicht raus. Aber ich hab mir ja jetzt schon den... ...mich selbst gespoilert. Ja. Da ist auch kein Gitter. Ähm, ja. Wir gehen jetzt erstmal hier rein. Aha. Ach du Scheiße, was ist hier denn los? Hab ich euch gestört? Wart ihr am Vögeln, ihr Schweine? Ach, halt doch die Fresse, Mann. Okay. Hat sich das denn gelohnt, die abzuknallen? Wir haben eine Dose. In der Dose muss ja rein theoretisch was drin sein, oder? Weil was sollten wir mit... Ja, da steht auch. Darin ist etwas. Bin ich zu blöd, das Teil zu drehen? Hallo. Was haben wir da? Vielleicht einen Schlüssel? Oh. Jo. Ein Schlüssel. RPD 7 4 3 9. Car Number. Ah. Ich hätte jetzt gesagt Spinn-Schlüssel. Aber anscheinend ein... ... 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 Aber noch per Tastendruck, okay. Alles klar. Das heißt, wir könnten rein theoretisch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in der Tiefgarage ein Auto öffnen. Mr. Raccoon. Ihr kennt doch meine beliebten Mr. Raccoon-Figuren. Also ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießübungen benutzen, aber das macht mich sehr traurig. Hier würdet ihr nicht so gemein sein. Mhm. Ja, wie gesagt, beim Durchlesen gerne Pause drücken. Ich überfliege das Ganze einmal. Äh, Schießübungen. Aber wo ist... Hier ist doch gar keine Raccoon-Figur, oder? Da ist irgendwas Rotes. Ach man ey, was soll das denn sein? Oh, jetzt ist aber hier gut. Ich habe noch 12 Schuss. Wenn da gleich die 3, 4, 5 Hunde ausbrechen, dann ist aber bei mir richtig Feierabend. Ah, schau an. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Munition. Das hat wirklich eine sehr, sehr hohe Priorität für uns. Und nicht hier so eine Scheiß-Kräuter. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen Munition. Film. Was stand da? BF locker? Oder bin ich jetzt blöd? Ähm, da ist jetzt alles gelootet. Wir brauchen Munition, Männers. Munition. Mal, hast du einen Nagel im Kopf, oder was? Hallo? Alter, Munitionstechnik sind wir jetzt richtig gefickt. Wenn die Hunde da vielleicht noch rauskommen. Was ich, äh, mal ganz, ganz, ganz stark annehme. Auf jeden Fall, äh, Raccoon. Irgendwas mit der Raccoon-Figur kriegen wir dadurch vielleicht Loot. Weil hier vorne ist ja ein Raccoon-Podest. Aber wo ist die Figur? Die muss doch hier irgendwo stehen, die F... Das Mistvieh. Es wäre rein... Also es wäre echt interessant, wenn das was zum Looten wäre. Und wir die vielleicht zusammensetzen müssen. Hm. Aber wie gesagt, nur die Scheiß-Notiz. Oder findet man die vielleicht später im Spiel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Äh, lass uns doch noch mal durch die Notiz schauen. Eine Nachricht von Mr. Raccoon. Heute möchte ich... Ich habe gehört, dass einige böse Kinder sie für Schießbüren benutzen. Aber das macht mich sehr traurig, liebe Kinder. Wir sehen uns im Zoo. Hm. Aber für mich persönlich würde es jetzt nicht Sinn machen, da drauf zu laden. Sag ich euch so, wie es ist. Weil, äh... Das hat rein gar nichts gebracht. Eigentlich müsste ja rein theoretisch, müsste die Scheißfigur hier irgendwo liegen. Oder man muss sie vielleicht später, äh, sammeln. Naja. Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Ich möchte jetzt erstmal... Oberste Priorität für mich hat jetzt erstmal der Ausgang. Hier möchte ich sehr gerne raus aus dem ganzen, äh, 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 Spaß. Wir haben auch nicht mehr so einen langen Weg vor uns, falls... Obwohl, hier ist ja auch noch was. Zu. Komm, lauf, 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 lauf. Gott sei Dank. Äh, Polizeiauto. Nein. Das steht an der Wand, da komme ich gar nicht ran. Das steht eigentlich so, als würde da irgendwas gehen. Nee, auch nicht. Ne? Oder die Tür vielleicht. Äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein... Also, dass wir die Tür aufschließen. Ne. Bin ich denn blöd in einer Birne? Ähm, wir schauen uns kurz noch mal das Inventar an. Weil das müsste ja eine Nummer sein. Ein, sieben, vier, drei, ach, ach, schau an, wie schlau. Sehr geil gemacht. Das ist eine coole Idee gewesen, vom Spiel aus. Oh, was ist das denn? Gewehr schafft, Matilda. Ähm, Spezialzubehör für die Matilda, mit dem die Waffe drei Salven verschießt. Ach, das ist, ach, das ist die Pistole. Wusste ich gar nicht. Ach, jetzt, guck mal, jetzt hat sich das Ding auch erhöht. Äh, der Slot hat sich erhöht, okay. Sehr interessant. Ähm, wie sieht das aus? Können wir hier nochmal rein? Weil, dann würde ich vielleicht diese ganzen Kräuter alle mal wegpacken. Weil die nehmen uns ja auch nur unnötig Platz weg. Dann lass das mal machen. So, der Schlüssel ist fertig. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ähm, das verschieben wir einmal hier hin. Den Karoschlüssel brauchen wir vielleicht noch. Der ist komplett abarbeitet, habe ich eben gar nicht gesehen. Den packen wir auch mal da hin. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob wir noch normales Schießpulver haben. Jawohl, haben wir. Das heißt, wir kombinieren das, wie erwähnt, äh, ne, so natürlich nicht. So. Perfekt, hat er direkt einsortiert. So, das haben wir jetzt, jetzt haben wir hier noch. Ah ja, grünes Kraut. Könnten wir grünes Kraut auch mit den, ah hier, können wir uns noch einen Lebensboost machen. Könnten wir das kombinieren? Ja, Tatsache. Krass. Aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir nehmen jetzt erstmal so ein mit. Das kombinieren wir. Zack. Hallo. Hallo, bist du blöd? Hallo. So. Äh, lieber zwei mitnehmen. Und einmal abspeichern, nicht vergessen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. So, wir haben Zähler elf. Äh, ja. Schauen wir mal. Wir haben Spielzeit zweieinhalb Stunden. Krass. Wir sind echt gut dabei, finde ich, oder? Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel ist. Ich schätze mal so. Aber wie lange ist ein Singleplayer heutzutage? Wenn wir Glück haben, acht Stunden. Äh, ja. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also, hier haben wir eine Kurbelvertiefung. Die Kurbelvertiefung bringt uns aber gar nichts. Eine Kurbelvertiefung. Hier ist eine verschlossene Tür und hier ist eine offene. Aber wie kommen wir da hin? Das ist jetzt eine Frage. Hier hinten ist auch noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Ach, schau an. Da hätte ich mir jetzt einen Wolf besucht. Warte, einmal kurz gucken. Pumpe nachladen. Ganz, ganz wichtig, dass die auch immer schön aufmunitioniert sind. Äh, hier. Wichtig. Das ist richtig, wichtig. Ähm, das werden wir uns mal so packen. Und den so. Äh, was ist das hier? Warte, der Polizeistation B1. Firewing Ranch. General Kenner. Kenner. Heißt Swinger auf Englisch Kenner? Wusste ich gar nicht. Äh, Firewing Ranch wissen wir. Generator wissen wir natürlich auch. Ah. Transformatorenraum. War das? Warte mal. Kann man? Ist das 1 zu 1 Übertragung? Ah, guck mal. Wenn wir das hier fertig haben. Transformatorenraum macht natürlich Sinn, weil da braucht man glaube ich Strom auf die Tür. So wie ich das richtig gesehen habe. Da war ja eine rote Leuchte. Dann wird das wahrscheinlich irgendwas mit Strom sein. Weil hier ist ja auch kein Licht an in diesem, äh, in diesem Abteil der Karte. Das heißt, wir müssen jetzt hier erst rein Stromer machen. Dann kommen wir da wieder raus. Und wenn wir da hoch gehen, könnten wir als einmal ein nach oben gehen. Dann sind wir beim Pausenraum. Und durch den Pausenraum können wir wahrscheinlich hier durchgehen, oder? Ich weiß es nicht. Macht auf jeden Fall durchaus Sinn, was ich gerade erzählt habe. Äh, ja. Hier sind wir jetzt in den Zellen. Einen langen Gang. Sechs Zellen. Hier nochmal zwei. Hier anscheinend irgendwas Großes oder ein offener Raum. Schauen wir mal. Äh, gucken wir erstmal hier. Obwohl da... Ach du Scheiße, die sind alle eingesperrt. Aber wie, wie, wie verwandeln die sich bitte, wenn, äh, wenn die eh hinter Zellen sind? Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, ich habe ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich dachte gerade, dass, dass Depp was hinter mir. Das sieht aus wie ein Power-Schalter, meiner Meinung nach. Lass mich raten. Wenn wir den Power-Schalter anmachen, dann gehen die Zellen auf. Alter. Tschau. Hallo? Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt Sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Den kümmert's. Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Ich bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn aufliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey. Wie wär's mit nem Deal? Befreien Sie mich und ich geb Ihnen die. Gebt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu folgen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag keinen Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh mein Gott. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde ein Weg raus, Leon. Bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Ich schätze, das ist ein Deal. Holy shit. Den hat's ja mal richtig erwischt. Ah, hier haben wir endlich diese Scheißdingen, um weiterzukommen. Wichtig. Gefängnis Schaltschrank. Schaltschrankteiler im Transformator. Ohrenraum müssen noch ein paar herumliegen. Mir wurde gesagt, dass in den Transformatorenraum nur noch eins dieser Scheißdingen. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nehmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich darum. Okay. Wir müssen jetzt als nächstes in den Transformatorenraum. Weil wir müssen natürlich die Zelle aufmachen. Wenn wir allerdings die Zelle aufmachen, dann gehen höchstwahrscheinlich alle Zellen auf. Das heißt, es wird hier eine richtig krasse Schießerei geben. Das wird auf jeden Fall richtig spaßig sein. So, Transformatorenraum. Nein, da. Hier haben wir auch noch was. Ach ne. Ah. Jetzt fahre ich aber voll durcheinander. Das ist ja die Garage hier. Transformatorenraum war doch da drüben. Ja, jetzt kommen wir hier mit der Kurbel weiter. Aber ich schätze, wir kommen nicht drumherum, die Viecher zu töten. Die werden mit Sicherheit gleich kommen. Die werden richtig viel Muni in Anspruch nehmen. Wäre ich mal erst da durchgegangen, das hätte mehr Sinn gemacht. Oder? Ach du Sch... Hä? Ach ne, ich dachte gerade, da sind schon welche abgehauen. Wann, ich kriege Paranoia von diesen Drecksviechern. So, hier lang. Die Kurbel einmal hier. Zack. Nutzen. Das Ding möchte ich auch gerne wieder mitnehmen, ne? Das ist ja nicht so ein Einmalteil. So, wunderbar. Hier rein. Okay, hier liegt was. Einmal Schießpulver, wichtig. Okay, hier liegt noch ein Kraut. Das nehmen wir natürlich auch mit. Die Zeit muss sein. Ich gucke immer ab und zu auf die Karte, ob wir alles haben. Oder ob ich noch weitersuchen muss. Verpacktes Elektronikteil. Das ist das Teil, was der Typ... Äh, nicht das der Typ erwähnte, sondern was in der Notiz stand. Das eine haben wir schon mal und das andere war ja im Uhrenturm. Ah, perfekt. Jetzt haben wir es gelootet. Jetzt kann ich hier ein bisschen fixer durchrennen. So. Hier können wir... On machen. Hä? Passiert gar nichts. Oder... Oder reicht das schon? Naja. Wir werden es sehen. Ne, hier ist irgendwas alt. Schalttafel. Ach, warte mal. Wir müssen wahrscheinlich alle so machen, dass beide im roten Bereich sind. Das heißt so. Ne, das fiel. Den weg. Oder bin ich jetzt blöd? Das würde durchaus Sinn machen. Ah, der ist drüber. Warte mal. Der macht aber ziemlich viel. Dann machen wir mal die. Oder... Ist das unnötig, was ich hier mache? Ah. War es nur ein Schaden oder was, Fuffi? Der hat ja gar kein... Der kriegt ja gar keinen Hit, dass der stehen bleibt. Der hat ja... Der hat also, was ich meine, der hat keinen Hit bekommen wie die Zombies, dass der kurz mal verschnauft oder... Ähm... Hit bekommt, dass der den Kopf zurückwirft und kurzzeitig stehen bleibt. Das ist ja asozial. Die Frage ist jetzt, wo kamen die her? Weil die Zwinger sind jetzt offen. Da brauchen wir jetzt nicht mehr drüber reden. Hier wird gleich richtig die Post abgehen. Ach, hör da auf zu singen. Wir nehmen hier dann eher... Hä? Junge, bleib... Du missviech. Sitz. Okay. Holen wir uns lieber die von hier. Dann haben wir unsere Ruhe. Scheiße, jetzt haben wir die Flinte. Jetzt müssen wir die Flintenmonie verballern. Das finde ich nicht gut. Ich glaube, vier Stück waren das an der Zeit. Jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall zwei weg und einen dritten. Oh, der ist One-Hit. Das ist ja geil. Wenn du das mal vorher gewusst hast, dann hätte ich doch die Pumpe verschwendet. Weil, äh... Hätten wir ja im Prinzip Pistolenmunition ohne Ende gespart. Warum denn zwei? Dachte, ich hätte vier gezählt. Aber gut, dass die so easy sind, Platz zu machen. Also, die halten nicht so viel Leben. Also, die haben nicht so viel Leben, so meine ich das. Das haben wir ja ganz... Das haben wir ja ganz gut geschafft. Kleiner Fehler. So, wie sieht's hier aus? Was ist mit dieser Raccoon-Scheiße? Aber es ist ja alles gelootet. Also, rumliegen können hier eigentlich ja nix mehr. Deswegen, lass uns lieber schnell nach oben gehen. Da können wir nämlich in Ruhe weitermachen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da eben nochmal ein Hund kommt. Aber mir gefällt, wie gesagt, das Spiel sehr, sehr gut. Wenn ihr Feedback habt zum Let's Play, immer gern sagen. Wenn ich mir auf jeden Fall alles durchlesen. Interessiert mich sehr, sehr. Äh, was haben wir hier? Ich schätze mal ein Safe Room, oder? Ja. Habe ich mir gedacht. Macht durchaus Sinn. Äh, was ist das hier für ein Kraut? Blaues Kraut brauche ich, glaube ich, nicht. Ich glaube, wir spielen ohne diese Mixturen. Wir gehen mehr auf Heal. Da packen wir uns die Scheiße rein. Und das können wir jetzt auch einmal verstauen. Haben wir denn noch ein schönes Schießpulver? Ne, haben wir nicht. Dann packen wir das rein. Das brauchen wir erstmal auch nicht, weil wir müssen ja erst in den Uhrenturm rein. Und dann schauen wir mal. Wir speichern einmal. So. Äh, ach hier kann man auch noch do. Schießpulver. Brauchen wir. Ich habe ja eben erwähnt. Hier haben wir Pistolenmonie. Äh, können wir einmal nachladen, die Scheiße. Hier haben wir Mech-Munition. Ich schätze mal für eine MP oder so. Elektroteile. Ja, ich weiß, wofür das ist. Das ist für einen Schaltkasten. Nämlich für den... Für den hier unten irgendwo. Weil da war ja noch alles dunkel, ne? Das würde Sinn machen. Weil ich glaube, da haben wir noch eins reingepackt. Das hatten wir nicht komplett. Naja, äh... So. Einmal kurz Inventar nachgucken. Was nehmen wir mit? Können wir das... Ah, das Mech packen wir auf jeden Fall weg. Erstmal mit Lichtern. So. Das Mech packen wir auf jeden Fall weg. Jetzt nehmen wir unser Schießpulver. Herausnehmen. Dann kombinieren wir das einmal. Dann haben wir Pumpenmonie. Hier. Zack. Fertig. Ab. Locker weg. Ähm. Ja. Wie gesagt, die Röhre nehmen wir mit. Den Film... Brauchen wir erstmal nicht, oder? Scheiß drauf. Nehmen wir mit. Machen wir das alles in einem Rutsch. So. Hier müsste noch irgendwo Loot liegen. In dem schönen Flur hier. Ach du Scheiße. Das ist doch verarscht, dass die... Hä? Ey! Dafür brauchen wir das. Interessant. Was? Ein Messer? Ich dachte... Was will er denn hier? Ah? Ich bin jetzt... So. Jetzt lass mich gerade einmal nachdenken. Ich war jetzt etwas verwirrt. Also, wir sind gerade da durchgegangen. Dann sind wir da rausgekommen, wo... Ähm... Ja. Der Typ, den wir als letztes abgeknallt haben, der da am Anfang gestorben ist. Aber wieso ist hier jetzt nicht das Licht an? Das ist doch blöd. Auf jeden Fall haben wir da... Auf jeden Fall haben wir da jetzt sehr, sehr viele offene Stellen. Und das finde ich überhaupt nicht gut. Sag ich euch so, wie es ist. Weil da kommen sie ja sowieso nicht durch. Wenn, dann kommen die eher von da. Das heißt, wir können denen schon mal einen mitgeben. Dass sich der Cousin auf jeden Fall erstmal schlafen legt. Äh... Hier müsste rein theoretisch alles safe sein, oder? Hier hatten wir doch aufgeräumt. Ja. Hier hatten wir aufgeräumt. Das heißt, wir brauchen wieder noch so eine Röhre hierfür. Obwohl, ne. Da sind doch zwei drin. Wieso geht denn dann das Licht hier nicht an? Hä? Das ist doch Schmutz. Ich dachte, hierfür wäre die andere Röhre. Warte mal. Irgendwas ist anders. Das Ding ist doch offen. Das war doch sonst nie auf, oder? Keine Ahnung. Ähm... So. Wir wollen jetzt erstmal... Lass uns mal kurz überlegen. Das Messer haben wir. Die Kurbel haben wir auch. Wir gehen jetzt als nächstes... Einmal kurz den Film entwickeln. Das ist hier einmal die Dunkelkammer. Das heißt, wir gehen jetzt hier vorne... Durch das Scheiß... Ähm... Dingens hier. Och. Ne. Jetzt frisst er aber... Jetzt zieht er uns auch noch die Kugeln ab, unser Ex-Kumpel. Ach, jetzt ist Feierabend. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Munition. Schade, dass es hier irgendwie so keinen Job gibt in dem Spiel. Das würde uns jetzt eigentlich... Zugute kommen. Schade, schade, schade. Ach, Mann, nein. Fuck doch nicht ab, Mann. Ach, du Nottenviech, ey. Das ist doch kacke. Jetzt hat er unser Messer. Ach, Mann, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Weil wir haben ja auch nicht mehr so viel Schuss. Wir haben am Anfang so schön unsere Kugeln beisammen gehalten. Jetzt haben wir fünf Schuss und acht in der Pumpe. Das ist doch kacke, ey. Mann, ey. Scheiße. Aber wir müssen da durch. Eigentlich sollte uns das Teil ja in Ruhe lassen, wenn wir schön leise sind, was wir ja auch gerade sind, ne? Ich glaube, wir dürfen alles außer sprinten. Richtig? Bin jetzt eh safe. Äh. Wir machen jetzt erstmal, wie gesagt, hier den Film. Der Film, der Film benutzen. Bind 3F. Ich hoffe, da ist Munition drin. Haben wir sonst noch irgendeinen Film? Ich glaube nicht, oder? So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal spinn 3F. Also, das sollte dann hier oben sein. Ach, schau an. Das heißt, wir können direkt von hier nach oben gehen. Und können den Spin aufmachen. Wo hoffentlich sehr, sehr viel Munition drin ist. Würde ich mir jetzt wünschen. So. Äh, ja. Weil Munition, wir brauchen Munition. Scheiße. Das Mist, wie ich, macht ja Geräusche. 2F. Und 3F. Das mit der Munition finde ich ein bisschen schade. Ich will so ein bisschen, ja, gut bestückt sein. Nicht perfekt, aber dass ich durchaus mir sicher sein kann, dass wenn ein Gegner kommt, dass ich den wegmachen werde. Äh, so. Hier haben wir DCM. DCM. Ach ja, das ist ja Meck-Munition. Scheiße. Das bringt uns doch jetzt auch nicht so viel. Der nächste Schritt für uns wäre jetzt wahrscheinlich erstmal Richtung, 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 hier hinzugehen. Kurbelvertiefung. Da müssen wir jetzt hin. Könnten wir hier irgendwie eine Abkürzung gehen. Ich glaube durch die Bibliothek, oder? Ne. Ne, ne, ne. Wir müssen den Weg wieder zurückgehen. Na, jetzt müssen wir wieder leise sein. Anscheinend hat er nur so ein Radius, wo der immer rumkreist. Vielleicht geht da so eine Route ab. Zum Beispiel Resident Evil 7 Biohazard. Die haben, glaube ich, eine KI. Dass die, ähm, Stalker, obwohl das Viech war jetzt ja kein Stalker. Ich nenne die mal Stalker, die einen da verfolgen. Dass die immer in der Nähe automatisch spawnen oder sich teleportieren. Hier müssen wir jetzt auf jeden Fall eine Etage höher und dann ins Wartezimmer. Da haben wir auch noch einen Tresor. Oder haben wir schon die Kombination? Marvin, du Schluckspecht. Hör auf. Ah, das hört sich schon mal gut an. Wenn der schon mal so einen kleinen Spruch macht, dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Hätte ich hier nicht für diese Scheißdingen noch eine Kombination? Äh, tragbaren Tresoren, nö, nö. Äh, spinn 3F, Änderung, Schließfachterminal. Nein. 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 Bitte beschädigert Tresor mit Drehzahlenschloss vom Stars-Büro in 2F ins Büro Westseite. Ist das das hier? 9, 15, 9, 15, 7, 9, 9, ach scheiße, 9, äh, 9, 15, und dann wieder nach links, 7, 9, 15, 7. Ich stoppe immer vorher. 9, 15, 7. Ne, ist anscheinend ein anderer Code. 9, 15, 7. War wahrscheinlich irgendein anderer, obwohl, haben wir hier oben einen aufgemacht? 9, 15, 7, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 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 21 noch lang das ist ja ein riesiges polizei eine riesige polizeistation wir kommen jetzt hier kommen wir zum dach zum chefbüro privat sammlungszimmer ich hoffe hier liegt viel munition drinnen hier haben wir auch schon mal kunden ach du scheiße der passt da nicht mehr brauchen wir irgendwie so einen verfickten herzschlüssel das ist doch kacke das heißt wir gehen jetzt entweder nach wenn man nach unten gehen dann war hier aus ernehmungsraum beobachtungsraum lasst uns mal nach unten gehen sehr interessant doch mal warum denn auch herz warum denn herz das hat mir jetzt ja gar nichts gebracht hier hinzugehen auch halt auf zu sehen ja komm dann hack halt zu du arschloch lassen abfucker das hat jetzt ja gar nichts gebracht jetzt müssen wir uns hier so eine kacke rein pfeifen das war jetzt ja unnötig das heißt wir brauchen unbedingt herz und dieses kreuz symbol das heißt wir müssen oben richtung dach gehen brett brett wichtig und richtig hier haben wir nur ein hut hier haben wir noch ein spinn blendgranate wofür brauche ich die scheiße denn hier geht es nach draußen und hier geht es zum balkon das war eben der balkon jetzt sind beim lagerraum ost das war eben der balkon jetzt das war eben der balkon jetzt ach hör da auf man ey so eine scheiße aber auch ach ich wisst ihr was ich machen wollte ich wollte gerne mal schauen ob ich denn ob das jetzt eine vollautomatische pistole ist weil das sich gerade so vollautomatisch angefühlt hat auf einmal schießt da drei kugeln da raus ey das ist man das bringt ja jetzt habe ich hier die ganze scheiße verschwendet fuck man sind wir richtig auf so einem scheiß survival trip hier junge 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 jungen jungen ey hä zahlenrad brauche ich nicht brauche munition du arschloch alter jetzt jetzt haben wir wheel talk noch neun schuss oder ey sieben was rede ich denn wir haben diese komische mech munition aber wir haben nicht mal eine waffe für diese mech munition so ne kacke ey ach du scheiße ey ich sehe schwarz ich brauche unbedingt munition ach hier blaues kraut ach wir haben kaum noch loot platz ey kacke man ist ja nicht noch so ein schöner safe room ach das war ja sowas von klar ey okay man ey was ist das denn was ist das ah da kommt wahrscheinlich wasser bin ich denn jetzt ach hier ist hier ist der hubschrauber ja kein platz mehr kein platz mehr bruder unlucky das ist natürlich schlecht aber was ist das für ein weil wenn das ein blau äh ach jetzt habe ich das kombiniert scheiße wohl kann man können wir uns damit wir nehmen mal einfach so eins keine ahnung was das bringt keine zombies ja gut schade wie rattert das denn da so war das ein double kill nee schade ähm ja das ist ein heizraum okay heizraum wäre cool wenn wir irgendwie so ne äh schießpulver schießpulver ist wichtig und richtig deswegen kombinieren wir das einmal dann hallo hallo kombinieren zack so jetzt haben wir nochmal inventarslot ähm das verschieben wir hier hin so ah das zahlenrad das bricht uns natürlich jetzt so so ein bisschen das Genick ah hier ach alles gut alles gut männer alles wunderbar jetzt haben wir hier noch ne blendgranate grünes kraut grünes kraut blendgranate ach die können wir wegpacken dafür brauchen wir unbedingt so eins das brett das können wir jetzt auch mal wegpacken weil wir wissen ja dass es hier draußen uns ein brett nicht so viel bringt deswegen nehmen wir lieber ach scheiße jetzt habe ich da irgendwas wichtiges reingepackt ach ne das ist auch fertig die kurbel okay dann können wir das doch wieder mitnehmen haben wir ja genug Platz äh das große zahlenrad brauchen wir wie gesagt jetzt erstmal nicht ähm ja was halt noch interessant wäre was uns vielleicht so eine blendgranate mal bringen würde weil so eine würde ich vielleicht dann doch ruhig mal ausprobieren weil wir haben momentan eh ziemlich äh ziemlich äh munitionsmangel etc das hatte ich ja eben schon ein paar mal erklärt ach wunderbar das bringt uns jetzt sehr sehr viel das war sehr gut okay einmal speichern okay so das ist alles gelootet das heißt wir können weiter das haben wir hier draußen allerdings nix mehr da müssen wir wohl ach du ne an dir verbasele ich jetzt keine munition hier haben wir noch schöne kräuter wunderbar so mag ich das alles gelootet alles wunderbar ach scheiß drauf leg dich hin scheiß auf dich wäre cool wenn man die Gegner also die Zombies vielleicht noch ein bisschen looten kann weil vielleicht hätten die ja so ein paar Sachen dabei da könnte man vielleicht noch ein bisschen so das Crafting erhöhen oder findet er nicht das wäre doch eine ganz feine Sache so komm jetzt kommt Wasser das heißt wir ne ne äh hallo ja warte mal hier ist noch irgendwas umgelootet scheiße hier was ist noch eine Pistolen Muni bringt uns jetzt ja nicht so viel ach scheiße also warte mal wenn wir das Ding machen dann spritzt der hier oben raus der muss aber das Feuer das Feuer muss aber ausgemacht werden aber hier unten war gar nix mehr hier unten war nix mehr ne 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 das heißt wir gehen nochmal da gucken vielleicht können wir uns da langmogeln irgendwie ne 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 da können wir mit Sicherheit nicht durch cleaning in progress äh hier ist doch was Wasser Ventilhebel Wasser Ventilhebel aber da können wir nix dazwischen klemmen gar nix wir haben auch nix gelootet was da ein Rohr geben würde scheiße hier ach hier ist was links ach warte mal jetzt haben wir die äh Flussrichtung von dem Dingens ne oder doch da sind zwei Rohre das heißt der geht jetzt in den oberen rein also der pumpt das Wasser jetzt dadurch oder ja genau wunderbar jetzt kommen wir nämlich hier wieder raus weil hier ist ja leider Gottes die Leiter kaputt gegangen kriegt hier noch Loot ne natürlich nicht so wunderbar ach du scheiße das das ist der Typ der ähm der äh den Typen da aus dem Zellentrakt eine gegeben hat alter hat der einen Zahn drauf alter hat der einen Zahn drauf alter das ist der Stalker hier anscheinend von dem Spiel ach du scheiße der ist aber richtig schnell der lässt sich aber nicht verarschen es ist halt die Frage ob der uns jetzt permanent durch die ganze Station in Zukunft verfolgen wird oder ob er auch mal los lässt wollen wir das mal testen ne anscheinend nicht ja easy der hat die Tür auf ach man warum denn der ist auch noch so verfickt schnell ne das ist gar nicht mal so gut muss ich sagen jetzt zweifle ich ein bisschen an mir also den können wir mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht um oh mein gott ey jetzt sollen wir den auch immer trampeln ey warum denn Werkzeug ah das ist für den Wagenheber in der Bibliothek oder hier haben wir jetzt noch eine Herztür sehr nice aber wir haben nichts mehr was uns erste Hilfe bringt das ist gar nicht mal so gut muss ich sagen aber der Aktenraum der ist noch nicht komplett gelootet oh wenn der Cousin da jetzt du scheiße Alter wir sind abs wir sind absolut gefickt meine Freunde absolut ach du scheiße jetzt verfolgt der uns permanent durch diese scheiß Dingen ey Alter das atmet aber richtig in Stress aus das sage ich euch ja ja Blendgranaten brauchen wir bei dem auch nicht da lacht der drüber warte mal den Karo Schlüssel brauchen wir den vielleicht noch auf jeden Fall warte mal wenn ich hier drin bin ist das auf Pausenmenü oder ja eigentlich schon ähm ja äh wir brauchen auf jeden Fall ein Erste Hilfe Spray noch ein Erste Hilfe Spray das werden wir mit Sicherheit brauchen äh das werden wir erstmal verstauen das werden wir uns hier entpacken den packen wir uns auch dahin die Granate nehmen wir mal vorsicht sein mit das nehmen wir auch mal mit das packen wir da oben hin zack obwohl die Granate scheiß drauf verstauen wir so einmal schnell ein Speicherpunkt ach alter fuck doch nicht ab ey wie wie jetzt müssen wir uns mal Gedanken drüber machen wie wir den vielleicht los werden beziehungsweise wie wir denen etwas entgegensetzen können bei töten können wir ihn mit Sicherheit nicht das ist mit ganz großer Sicherheit nicht möglich jetzt haben wir hier auf jeden Fall einen Wagenheber das müssen wir da reinsetzen so so jetzt jetzt müssen wir den schieben so ach man ey das ist doch scheiße jetzt werde ich gleich aber langsam hier richtig sauer ey ach ich hab die sogar in eine falsche Richtung er kommt natürlich auch eine Leiter hoch ja na selbstverständlich die müssen jetzt alle in die nach rechts geschoben werden ok das können wir uns erstmal merken das ist natürlich die Frage können wir den so ein bisschen können wir den so ein bisschen verarschen können wir den so ein bisschen hops nehmen das heißt irgendwie ein bisschen was ist das denn hier für einer das ist ein Karoschlüssel nicht komplett gelootet scheiße alter der frisst uns ja der spray weg wie sonst was ach man ey das ist doch scheiße sowas was ein anstrengender bastard du dummer nuttensohn ey du bastard ey scheiße ach jetzt hat er ach jetzt hat er nichts gespeichert ey fick dich jetzt ist er hier wieder jetzt ist er hier wie ach danke danke dass du so nett zu uns warst ich muss jetzt erstmal eine erste hilfespray rein verfahren wieso können wir den nicht irgendwie so ein bisschen ablenken oder so der lässt ja gar der lässt uns ja gar nicht in ruhe das heißt wir können ja gar nichts machen ey was ein abfuck man so wagenheber rein wenn nicht müssen wir immer mit ihnen hier runden laufen das würde ich anscheinend auch noch machen hätte ich auch kein problem mit wenn wir hier die ganze Zeit wie blöd man im kreis rennt man er braucht aber auch eine halbe stunde dass der das fotzen ding da jetzt mal hin macht hier man ey meine verfickte fresse ey so ne scheiße aber auch wir werden jetzt folgendes machen wir werden jetzt wir werden jetzt wir werden jetzt unten immer einen kreis laufen so dass wir obwohl warte mal das geht auch so kommt mach lind an Warum? Was bist du denn für ein Nuttenviech, ey? Hä? Also die Kerze auf der Torte ist er schon mal nicht. Das kann man ganz ehrlich sagen. Er ist halt nur unglaublich schnell. Und er kommt jetzt natürlich, wie auch denn sonst, hier auf einmal runter. Eben will er die ganze Zeit die Treppe runter, jetzt will er auf einmal hier lang. Der kann sich auf jeden Fall nicht entscheiden. Das X steht bei dem wahrscheinlich für dumm. Das ist ja Mr. X, den kennt man ja. Jetzt werden wir hier einfach... Ach nee, da kannst du ja nicht mal runterspringen. So eine Kacke aber auch. Ähm, ja. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall hier gemütlich runterwagen. Anscheinend ist es jetzt auch scheißegal, weil gleich steht er hier wieder hinter uns. Weil der liebe Leon ja eine halbe Stunde braucht, bis der mal das scheiß Regal da hinschiebt. Alter, das ist wirklich anstrengend, muss ich sagen. Am allerbesten wäre es, wenn wir kurz die Leiter hochkommen, dass der da irgendwie wieder getriggert auf die Treppe ist. Weil das ging wesentlich besser. Alter, das wird so stressig, wenn der uns jetzt die ganze Zeit hinterher watschelt. Aber wahrscheinlich muss man sich immer kurz ein bisschen dran gewöhnen. Sorry, dass ich so abgegangen bin. Das hat mich nur gerade ein Stückchen aufgeregt. Fand ich ein bisschen OP von ihm. Das war gerade mir alles zu viel Mental Breakdown mit diesem komischen Mr. X da, mit seinem Hütchen. Und dann auch noch diese komischen Mistviecher, die einen da durchlatten wie sonst irgendwas. Komm, Leon, 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 Leon. Komm. Ja, fein, das hast du gut gemacht. Und jetzt hoch da. Hä? Der ist ja übelst verpackt da oben. Der war ja übelst verpackt da oben gerade, krass. Ach du Scheiße. Also, dass man ihn nicht irgendwie so ein bisschen ablenken kann. Hab ich mich jetzt verjagt. Warte mal, wo ist die Tür? Ach, hinten ganz am Ende. Okay. Ich dachte, die wäre jetzt da schon... Ich wäre schon dran vorbei. Ach, fuck, Mann. Ach, nee. Oh, bitte lass uns jetzt in Ruhe. Wo sind wir hier? Oh, bitte lass uns jetzt in Ruhe. Äh? Ah, wir müssen in den Uhrenturm. Stimmt. Ja, stimmt. So, komm, schnell runter da. Und jetzt werden wir auf ganz schlauer Basis unten wieder durchgehen, weil sonst penetriert er uns wieder. Aber, warte, lass uns kurz mal überlegen. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir jetzt hier ordentlich Meter machen, weil wir sind ja ein ein bisschen schneller wie er, dann sollte es ja theoretisch so sein, dass er uns aus den Augen verliert und nicht weiß, wo wir sind. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich, wo wir so viel Meter gemacht haben, random durch dieses ganze Gebäude hier durchlaufen. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Cut, das heißt in einer Sekunde. Bis gleich. So, da sind wir wieder, war wieder ein kleiner Cut am Start und wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Uhrenturm rein. Das heißt, wir gehen wieder nach oben durch die Bibliothek. Da haben wir jetzt ja den Gang freigeschaltet, sag ich mal. Da haben wir ja die Regale alle nach rechts geschoben und jetzt müssen wir in den Uhrenturm. Der ist ganz, ganz oben. Ah, hier geht es anscheinend auch noch weiter. Okay. Für uns jetzt erstmal oberste Priorität. Wir müssen aufpassen vor Mr. X, weil wir dürfen nicht weiterhin Munition verschwenden. Wir haben leider Gottes sehr, sehr, sehr wenig. Ja, das ist ein bisschen schlecht, muss ich sagen. Schießpulver haben wir noch. Wir haben sechs Schuss in der Pistole. Das ist ehrlich gesagt alles wirklich nicht so viel. Erste Hilfe sieht auch mau aus. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal hier was bauen. So. Dann schauen wir mal. Wir kombinieren das. Jawohl. Dann werden wir es nochmal kombinieren. Zack. Dann werden wir das verschieben. Und dann hier hin. Der ist auch noch nicht abgearbeitet. Das heißt, wir brauchen diesen Schlüssel auf jeden Fall noch. Schauen wir mal. Wie gesagt. Wir versuchen jetzt erstmal alles mögliche aus dem Weg zu gehen. Aber das werden wir hinkriegen. So, hier sind wir richtig. Bisschen Game lauter machen. Dass ich vielleicht auch die Schritte höre von Mr. X. Da laufe ich natürlich Gefahren, Jumpscare abzubekommen. Aber scheiß drauf. Ich weiß gar nicht, ob der Mr. X auf Geräusche reagiert. Wäre auf jeden Fall interessant zu wissen. So. Wir müssen jetzt links. Wir sind letztes Mal leider hier geradeaus durchgelaufen zum Lagerraum Ost. Da dürfen wir aber nicht hin. Wir müssen hier in den Uhrenturm rein. So. So und nicht anders. Okay. Da brauchen wir ein Zahnrad. Ach, jetzt habe ich unten in der Box das Zahnrad liegen lassen, oder was? Das ist natürlich nicht gut, aber wir können hier sowieso mal gucken. Schadet ja nicht. Aber irgendwas muss doch hier noch sein. Schießpulver groß. Oh. Wichtig an der Stelle. Und hier scheint anscheinend eine Sackgasse zu sein. Sackgassen nicht gut. Vor allem, wenn wir von Mr. X gejagt werden. Der kommt jetzt ernsthaft, oder was? Das heißt, wir müssen jetzt links wieder runter und uns dieses komische Teil aus der Truhe holen. Hier haben wir einen Reparaturplan. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas reinmachen. Die muss ich rein theoretisch eigentlich umlegen. Oh oh. Schnell hier lang. Vielleicht sieht er uns ja nicht. Hallo. Runter gehen. Wieso geht er denn nicht runter? Oh Mann. Das hat sich eben angehört, als wäre der kurz hier vor der Tür oben. Vor der hier, wo der gesteppt ist. Aber anscheinend war der in der Bibliothek irgendwo noch. Aber ist ja gar nicht so schlimm. Es ist auf jeden Fall hier oben in der Halle. Wir haben jetzt Schießpulver. Das nehmen wir jetzt. Könnten wir das kombinieren? Oh. Das ist wichtig. Meine lieben Freunde. Das ist sehr, sehr wichtig. Machen wir so. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges mehr. Ich wüsste, ich weiß jetzt gar nicht, ob eine Blendgranate was bringt. Also Mr. X können wir wahrscheinlich sowieso nicht töten. Ist logisch. Dann würde ich vielleicht mal eine Blendgranate mitnehmen. Aber dann haben wir nur noch zwei Inventarslots. Was nicht gut ist. Scheiß drauf. Wir packen die wieder rein. Was soll's. So. Da oben ist er. Müssen wir mal gucken, dass wir den wieder ein bisschen so ablenken, sag ich mal. Wenn wir hier durchrennen, wo kommen wir da hin? Kommen wir da auch irgendwie noch höher? Ne, ne? Ne, ne. Das geht nicht, weil hier ist ja zugemacht. Müssen wir mal schauen. Vielleicht lässt er gleich wieder von uns ab. Ich weiß es nicht. Werden wir dann ja sehen. Das Problem ist halt, wir müssen da gleich irgendwas machen. So, hier haben wir jetzt ein Zahnrad. Das muss hier rein. Wichtig. So, jetzt müssen wir hier irgendwo hoch. Hier. Das war die, die runtergekommen ist. Kleines Zahnrad. Wo könnten wir das rein machen? Letzten mal ganz unten, ne? Ach, jetzt muss das, jetzt muss das große da wahrscheinlich wieder rein, ne? Ich hoffe, der kommt hier nicht rein, weil das wäre echt nervig. So. Sollten wir das gleich auch fertig haben. Oh, der ist richtig nah. Da ist auch irgendwas drin. So. Rein damit. Hoffentlich muss ich darüber keinen Bericht schreiben. Das weiß ich nicht. Das weiß ich natürlich schlecht. Das weiß er höchstwahrscheinlich, wo wir sind. Ach du Scheiße. So, jetzt haben wir allerdings ein Elektronikteil erhalten und das bräuchten wir jetzt für die Tiefgarage richtig. Jetzt müssen wir einmal gucken, wie wir da wieder hin zurückkommen. Ich meine, das war über das zweite Stockwerk, oder? Warte mal, wir sind... Ähm... Ich glaube, das war hier durch. Dann aufs Dach. Hier die Feuerleiter. Wir können das ja ganz einfach machen, indem wir einmal hier gucken. Hier ist ja die Tiefgarage. Hier müssen wir hin. Wenn wir jetzt ein nach oben gehen, dann sind wir beim Pausenraum. Und in den Pausenraum zu kommen, müssen wir... Erste Etage. Stimmt, hier haben wir ja das Tor geöffnet. Das heißt, wir müssen noch einen runter. Dann werden wir mal schauen. Wir haben unten, glaube ich, auch noch einen... Ne, den Glückschlüssel... Diesen Kreuzschlüssel. Den haben wir in der ersten Etage auch noch. Und zwar hier beim Beobachtungsraum. Mhm. Wir werden uns das gleich mal anschauen. Versuche jetzt erstmal hier rauszukommen. Ohne, dass wir hier kaputt gemacht werden von dem. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall nichts mehr, was uns interessiert. Nein. Hier ist nichts mehr. Hier brauchen wir den Schlüssel nicht. Wenn dann eher auf der Etage hier. Wenn wir hier durchgehen, dann kommen wir ja nach oben. Das heißt, wir... Wenn wir hier hochgehen... Schwierig. Schwierig, weil wir wollen ja zum Presseraum. Wenn wir zum Presseraum wollen, dann müssen wir das durch das Wartezimmer erledigen. Aber da unten waren ja... Waren ja... Komplett viele Zombies. Ich glaube, das knicken wir erstmal. Ich denke, wir gehen jetzt erstmal storytechnisch weiter. Ein paar Munitionen... Ein paar Munitionen haben wir auch wieder. Ich habe so ein Gefühl, dass der gleich neben uns steht. Ja, wo ist er denn? Ach, der ist ganz... Ach, der ist eine Etage höher. Okay. Ah, das finde ich gut, dass er... Dass er uns nicht permanent verfolgt. Das hatte ich ja am Anfang nicht gecheckt so richtig. Wir wollen jetzt erstmal schauen, ob wir hier noch so ein... Ah, hier ist noch ein Elektroteil. Perfekt. Heilung haben wir zweimal. Das sollte definitiv ausreichen. Wenn nicht... Ja, das reicht. Das wird schon reichen. Das wird schon reichen. Jetzt machen wir kurz einmal nur hier den Speicher. So. Dann schauen wir mal. Was halt noch cool wäre, wenn hier das Licht angehen würde. Was war das? Ach, eine Tür. So. Hier sind wir jetzt. Dann Raum der Wache. Hier ist auch wieder eine Tür. Ja, hier ist eh alles gelootet, ne? Hallo. Ach, du Scheiße. Oh Mann, ey. Umso mehr wir da vorbeilaufen, umso mehr Zombies kommen natürlich rein. Das ist nicht gut. Wir werden jetzt... So. Warte mal. Ich muss gerade selbst kurz einmal gucken, dass ich das checke. Wir müssen im Prinzip hier nur runtergehen. Und dann sollten wir im Transformatorenraum sein. Genau. Jetzt sind wir richtig. Perfekt. Ich weiß gar nicht, ob unser Kumpel, der Mr. X hier auch nach unten kommt. Aber ich glaube nicht, ne? Also für mich kann er da oben ruhig bleiben. Hä? Alter, ey. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, dass hier die Hunde rumlungern. Weil hier war ja eigentlich alles clean. Jetzt müssen wir hier hinten wieder durch. Bei den Zellen hin und da die Elektroteile rein... Ähm... Rein machen. Damit wir... Damit wir... Damit wir diese Keykarte bekommen. Oh Mann ey. Das sind richtig viele Viecher. Wollen wir uns vielleicht noch eine Flashbang mitnehmen? Ich glaube, wir nehmen uns noch eine Flashbang mit. Ich glaube, das ist besser. Weil es ist ja... Es liegt ja auf der Zunge. Ich glaube, dass die Bude hier gleich aufgeht. Alle Zellen, alles auf. Aber ich sage euch, eins abknallen kann ich die nicht mal. Ich habe nicht mal so viel Munition. So, hier vorne war doch eine Truhe. Ja, 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 ja. Hier ist eine Truhe. Ähm... Drei Blendgranaten. Ist ja ein Bündel. Mehr kommen wir eh nicht fragen. Sonst eröffnet das einen neuen Slot. Dann speichere ich hier kurz nochmal. Dann müssen wir nicht nochmal einen Weg laufen. Und dann schauen wir mal. Werfen tun wir die mit A laut Inventar, ne? Ist das richtig? Hm... Ja, werden wir dann sehen. Das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Im letzten Moment. Hat er die sich jetzt hier unten rangepackt? Das ist ja cool gemacht. Nice. Dann legen wir mal die Elektroteile... ...in den Sicherungskasten rein. Ähm... Hier. Ach, das muss ich vorher noch auspacken? Ah, jo. Mhm. Und... Mh... Mh? Wunderbar. Äh... Benutzen. Und... Hallo. Benutzen. So, jetzt müssen wir die beiden verbinden. Äh... Böp, böp, böp. Den können wir drehen. Okay. Den hier drehen. Ich weiß... Ach du Scheiße. Das ist ja schmutzgesteuert. Warte mal so. Das würde Sinn machen. Naja. Scheiße. Ach, das kann ich ja gar nicht so was. Also. Schätze mal. Hier haben wir ja zwei Startpunkte auf der linken Seite. Die liefern beide Strom. Das heißt... Das müsste so laufen, dass wir den hier drehen. Dann kommt der aber da raus. Was nicht gut ist. Dann machen wir so. Dann ist der offen. Drehen wir den so. Dann haben wir den schon mal. Reicht das? Nee. Der muss nämlich auch noch dahin. Äh... Wie soll das denn jetzt gehen? Das ist doch richtig, oder nicht? Ja, anscheinend ist das nicht richtig. Der muss... Ah, hier. Stimmt. Da oben sieht man eine... Ein so ein Ding an Leuchten. Wenn wir den jetzt hier hinpacken. Mhm. Das ist ja gar nicht so einfach. Ja. Den kann man drehen und wenden, wie man will. Man kommt immer hier raus. Den oberen... Der obere... Fließt nämlich hier lang. Aha. Wunderbar. Dann nehmen wir einmal hier die Karte. Transkribiertes Interview. Aha. Okay. Garagen-Schlüsselkarte. Die ist wichtig. Damit können wir dann höchstwahrscheinlich das Tor öffnen. Aber... Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier auch wieder rauskommen. Oh, erste Hilfespray. Wichtig. Benz Notiz. Ist die hier hier jetzt auch auf? Okay. Ist die hier jetzt auch auf? Das ist ja voll overpowered. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das wird langsam öde. Das wird langsam öde. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja. Und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Ach du heilige Scheiße. Ich dachte, es wäre schon Sense. Steckt der da drin? Nee, natürlich nicht. Fazit. Blendgranate mega overpowered. Finde ich auf jeden Fall mega brutal. Hat sich gelohnt, das Ding mitzunehmen, weil sonst wäre da Feierabend gewesen. Das sage ich euch so, wie es ist. Oh. Haut. Was passiert denn, wenn wir da jetzt weitergehen? Ich will eigentlich noch nicht weiter. Ich will erst noch die Polizeistation fertig machen. Weil, schaut euch mal an, was wir hier noch alles vor uns haben. Kann ich vielleicht wieder zurückgehen? Geht das? Hm. Anscheinend geht das. Dann lass uns das hier erst fertig machen und dann, äh, und dann machen wir das mit dem, ähm, mit dem Weitergehen da. Dann wartet die da wahrscheinlich auf uns. So, hier müssen wir jetzt erstmal schnell durch. Hier ist, nee. Wenn wir jetzt hier hochgehen, ist alles gelootet. Wir müssen jetzt einmal kurz schauen, weil wir wollen jetzt ja hier hin. Wie gesagt, zu dem Kreuz, äh, Schlüsselraum. Und dann wollen wir uns ja noch den Herzschlüssel holen. Damit wir hier wirklich alles aufkriegen, weil wir wollen ja auch noch in die Rüstungskammer rein. Die andere Taste für diesen, ähm, für den Schließfächerraum. Das heißt, wir müssen jetzt hier, wenn wir hier hochgehen, dann sind wir auf dem Dach. Das heißt, wir müssen einfach durchrennen und dann wieder in die Eingangshalle und dann zweiter Stock. Äh, erster Stock. Mann. Der lebt ja auch noch. Ich hab halt, wie gesagt, leider nicht so viel Schuss. Hier war ja alles clean. Hier können wir ganz entspannt durchlaufen. Und der Mr. X, der, ist der jetzt schon tot? Glaube ich nicht. Glaube, der lebt noch. Auf jeden Fall werden wir hier einmal kurz zwischenspeichern. Äh, kommen wir hier hin? Äh, jo. Einmal kurz zwischenspeichern und dann werden wir mal schauen. Inventar sieht gut aus. Dann können wir das hier wieder reinpacken. Das reicht. So, jetzt, wie gesagt, ins erste Stock weg rein. Aber jetzt holen wir uns, ähm, den Raum. Mit dem Kreuzschlüssel. In der Hoffnung, dass da noch einiges an Munition ist. Und wir haben ja noch viele Spintetresore offen. Die möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich möchte nicht so durch die Story rushen. Das bringt uns ja auch nichts. Äh, so. Jetzt gehen wir links und dann da runter. Hallo. Hallo. Also ich muss sagen, das Spiel, das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Auch wenn man mal an der einen oder anderen Stelle ausgerastet ist. Aber das heißt ja nicht, dass das Spiel direkt Schmutz ist oder sonstiges. Das heißt nur, dass ich einen dünnen Geduldsfaden habe an manchen, in manchen Situationen. Äh, den zweiten. Die zweite Tür müssen wir. So, aufmachen. Äh, hier haben wir ihn. Benutzen. Wunderbar. Würde mich mal interessieren, ob der das Spiel automatisch pausiert, wenn wir, ähm, einen Schlüssel einsetzen. Hier haben wir einen Konfizierungsbericht, eine Notiz, äh, konfiziert. Das ist auf jeden Fall ein Zahlencode. Wartezimmer. Steht ja da oben. Wartezimmer. Okay, dann ist das für den... Ah. Dann ist das für den Tresor. Okay, hier nochmal rein. Hallo. Hier haben wir eine kleine Schatulle. Kästchen. Das könnten wir ja eigentlich öffnen, ne? Weil was sollen wir mit so einer Schatulle... Dieses wunderschöne Kästchen ist mit Juwelen verziert. Das scheint etwas darin... Ich glaube, wir haben ja schon einen roten Juwel. Ich meine, der müsste da rein. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der sieht ja eins zu eins aus wie die anderen. Hier haben wir jetzt alles fertig. Jetzt gehen wir wieder den Weg nach oben. Ach man. Junge, 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 Junge. Dass du irgendwie nicht so eine kleine Zwischenmedizin findest. Weil jetzt packt er sich ja die ganze Zeit dahin. Das fuckt voll ab. Dass du, was weiß ich, eine Medizin findest, die nur ein Drittel wiederherstellt. Und dass du das hier nicht so verschwinden musst. Ja, wahrscheinlich brauchst du dann einfach nur ein einfaches Grau, ne? So will es wahrscheinlich sein. So, der Code ist 6 nach links, 2 nach, ne, ja, 2 nach rechts und wieder 11 zurück. Äh, äh, scheiße. Also 6, 2, dann 11. Wunderbar. Hä? Eine Mündungsbremse. Ah, ich wollte eigentlich Munition haben. Oh. Cool. Kann man sich die einmal anschauen? Schnellzugriff, Zubehör entfernen, kombinieren, untersuchen. Ähm, was macht die Mündungsbremse jetzt? Mindert den Hochschlag und erhöht die Präzision. Okay. Sehr cool. Sieht auf jeden Fall sehr abgefahren aus, muss ich sagen. So, wir haben jetzt... Ach ja, den roten Juwel brauchen wir. Aber entscheidend, so wie es ausschaut, haben wir jetzt hier unsere Ruhe vor Mr. X. Das ist doch wunderbar. Dann haben wir den erstmal kurz entsorgt, beziehungsweise die Dame. So, wir brauchen auf jeden Fall... Das nehmen wir einmal und gucken mal, ob wir uns damit heilen können. Können wir schon... Ne, benutzen nicht. Wir brauchen jetzt den roten Juwelen. Hier, der hier. Zack. Den kombinieren wir mit der Schatulle. Wunderbar. Und das ist ein Stars-Abzeichen. Stars-Abzeichen. Ein besonderes Abzeichen für das Sondereinsatzkommando Stars der RPD Special Forces. Hier können wir... Ah, hier können wir wieder was drücken. Oh, das ist das USB-Dongle. Das ist richtig wichtig, weil wir brauchen das ja für oben. Äh, wie kommen wir da jetzt nochmal hin, ist die Frage. Durch die Bibliothek auf jeden Fall nicht. Ich meine, das wäre hier unten durch. Hier rennt man durch. Und dann hier vorne hoch. Äh, ich glaube, da könnten wir sogar nochmal die Bretter mitnehmen. Wunderbar. Wahrscheinlich gibt es auch einen Weg, der viel schneller ist. Aber dann gehe ich lieber den Traditionellen, den man kennt. So, das ist dicht. Das müsste glaub... Ach du Scheiße. Kommen wir hier wieder rüber? Geil. Ach du Scheiße. Und bitte ab. Alter, das ist schon sehr cool gemacht, das Spiel. Zwei Stück auf einmal. Wir werden uns jetzt da versuchen, irgendwie vorbeizuschleichen. Wir müssen jetzt hier rechts rum oder wenigstens minimum in den Schließfächerraum, dass wir erstmal die ein bisschen laufen lassen können. Komm, schieb ihn weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Glück im Unglück. Anstrengend. Ähm. Wenn wir hier rauskommen, rechts lang. Da haben wir uns eben echt in eine sehr, sehr schlechte Situation begeben mit dem Durchspringen von dem Scheißfenster. Das war nicht gut. Ich glaube, hier haben wir sogar ein Checkpoint hier vorne. Werde ich hier einmal speichern. Wir brauchen irgendwas, um diese Mistviecher zu töten. Granatenwerfer oder so. Aber ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ist das so normal geregelt, dass man so eine Munitionsknappheit hat in diesem Spiel? Weil wenn ja, dann wäre es ja auch nicht schlecht. Dann ist es einfach so das Spiel. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich falsch mache. Weil ich loote ja hier alles. Habe gut gekämpft eigentlich. Sehr wenig daneben verballert. So besser geht's nicht. Wahrscheinlich hast du auch einen Schwierigkeitsgrad leicht. Sehr, sehr viel Munition. Das kann ich mir gut vorstellen. Und auf schwer ist es dann halt umso weniger. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber zwei Stück in dem kleinen Flur hier, wo wir... Ach nee, da müssen wir ja gar nicht lang. Bin ich blöd? Wir müssen einen runter. Und dann durch den Duschraum. Okay. Vergesst, was ich gesagt habe. Hier müssen wir jetzt lang. Genau. Und dann in das Stars Büro. USB-Donkel in dem PC. Und dann werden wir mal schauen. Ach Mann, das ist doch blöd, ey. Hätte ich einen Flammenwerfer oder so. Wir müssen uns einfach nur die Stellen merken, wo die Mistviecher immer sind. Ich glaube, dann geht's ganz gut. Weil wir müssen ja nur leise sein. USB-Donkel natürlich in dem PC, nicht in dem Monitor. Das ist klar. Hier haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Jetzt hier Armory. Hm, geil. Brief on Stars Mitglied. Hm. 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 Hier haben wir jetzt eine Lightning Hawk. Was ist an dieser Waffe so toll? Hat man hier einmal einen kurzen Vergleich. 50er. Mac. Ach, da kann... Kann ich da jetzt diese Mac-Munition verwenden? Das wäre ja ganz schön big, ey. So, hier haben wir jetzt wie gesagt alles leer. Jetzt könnten wir ja den rein theoretisch wieder abziehen. Weil den brauchen wir jetzt ja nicht mehr, ne? So, das haben wir auf. Jetzt ist das hier auch blau markiert. Jetzt haben wir hier noch den Duschraum. Da haben wir ja auch noch ein Kombinationsschloss. Aber ich habe keine Ahnung. Büro Westseite 1f. Hm. Das hat man, glaube ich, schon geöffnet. Hm. 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 Nee, ich glaube, das bleibt uns noch ein paar wert, dieses Kombinationsschloss. Schade. So, das haben wir jetzt fertig. Zweites Stockwerk. Im dritten ist hier irgendwas noch ganz oben in der Eingangshalle. Hier haben wir... Haben wir jetzt den Herzschlüssel? Ne, haben wir immer noch nicht. Hm. Wo könnten wir denn den Herzschlüssel herbekommen? Okay, das Ding hier, das hier schon mal abarbeitet. Das heißt, wir haben noch Karo. Karo übrig. Das ist Herztür. Und die Herztür, die öffnet uns hier nochmal drei Räume, die sehr, sehr wichtig sind anscheinend. Privat, Sammlungszimmer oder hier Schiefbüro. Da werden gute Sachen drin sein. Da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Die Frage ist jetzt, wo bekommen wir dieses Drecksding her? Ja, weil wir brauchen ja auch noch die Taste. Weil wir haben hier alles gelootet, ne? Hm. Erste Stockwerk, äh, äh, hier, dieses Erdgeschoss. Das ist sozusagen safe. Da kann man stark von ausgehen. Hier ist auch alles gelootet. Die Tür ist natürlich, äh, zu. Ähm. Herztür haben wir hier auch nochmal. Äh, wo kriegen wir jetzt? Den Herzschlüssel her. Schiefbüro, Feuerleiter. Ähm. Bibliothek ist noch ungelootet. Und hier oben Eingangshalle. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal Richtung Bibli... Ah, hier ist auch noch Wäschekammer. Wäschekammer, das ist natürlich gut. Die ist hier direkt am Start. Und dann können wir direkt von hier aus in die Bibliothek gehen. Ich denke, das werden wir auch so machen. Das werden wir so machen, mit Sicherheit. Sei es Wäschekammer. So, wir gehen leise natürlich. Oh, ich feiere den Survival Horror auch schon. Auch wenn ich mich über die Viecher ärgere. Aber es macht trotzdem mega Bock. So ist es nicht. Ich stehe da schon drauf, aber wenn es dann soweit ist, dann fuckt es mich auch ab. So kann man es am besten sagen, glaube ich. Schießpulver, wichtig. Ähm. Hier haben wir ein... Was ist das? Tragbare... Ach, das ist hier wieder dieses Minispiel. Untersuchen. Äh, yo. Schauen wir mal. Okay. Richtig? Falsch. Richtig. Falsch. Richtig. Also erste, letzte. Erste, letzte. Erste, letzte, letzte. Okay. Erste, letzte, erste. Äh, erste, letzte, erste. Das hier. Oh, perfekt. Das. Nein. Ah, jetzt ist natürlich 50-50 das Ganze. Ich würde sagen links. Scheiße. Fertig. Oh, sehr, sehr wichtig. Da kriegen wir jetzt noch eine schöne Tasche von. Aber wir gehen uns jetzt, wie gesagt, erstmal umschauen in der Bibliothek. Hier ist alles gelootet jetzt. Jo. Hä? Ach nee, Aufenthaltsraum. Was ist das überhaupt für ein Aufenthaltsraum hier? Verstehe ich nicht. So, hier ist ja auch noch ziemlich vieles rot. Aber ich checke ehrlich gesagt gar nicht, was hier rot sein soll. Wir haben eigentlich alles. Ich werde hier kurz einmal so die Tische ein bisschen abgrasen. Irgendwas habe ich hier übersehen. Irgendwas wichtiges wahrscheinlich. Äh, 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 äh. Wir werden mal oben gucken. Haben wir oben noch Türen, die irgendwo hinführen? Oh nein. Oh nein. Obwohl, doch, werden wir jetzt erst sehen. Lagerraum West. Okay. Hm. Wo müssen wir jetzt nochmal hin? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Ach. Erste, erster Stockwerk. Genau. Hier ist falsch. Äh, hier sind wir richtig. Jetzt müssen wir die Taste einsetzen. Das heißt, wir müssen wieder an die beiden Licker. Licker heißen die glaube lang. Das werden wir dann hier durchmachen. Können wir irgendwas wegpacken? Hm. Ich würde mal sagen, wir sortieren gerade mal kurz das Inventar. Weil wir haben jetzt auch diese komische Mech-Munition. Ich glaube, die knallt richtig rein. Hier, einmal das. Und Schießpulver haben wir nicht mehr. Das heißt, das werden wir einmal verstauen. Obwohl. Ja, komm, wir verstauen das, was soll's. Das können wir auch verstauen. Die sind beide komplett abarbeitet. Das ist sehr, sehr gut. Das packen wir hier hin. Das packen wir hier hin. Und dann werden wir uns nochmal erste Hilfe machen. Erste Hilfe kombinieren damit. So. Wunderbar. Wenn wir jetzt die Waffe hier. Wenn wir die nachladen. Ja, das passt. Wunderbar. Das ist wahrscheinlich so eine Desert Eagle. Wahrscheinlich die Übels rein schallert. So, jetzt müssen wir einfach nur geradeaus durchrennen. Easy. Äh, benutzen. Ja. So, jetzt schauen wir einmal, was hier noch zu ist. Das ist einmal die 103. Und das wird's dann auch sein. Also die 103 tippen wir einmal ein. 103. Enter. Und dann die 203. Falls das eine gibt. Ja. Das macht durchaus Sinn. Gucken wir nochmal, ob wir wirklich alles offen haben. Hier haben wir ein Kampfmesser. Ah, naja, das war jetzt ja nicht so wirklich was. Hier, das haben wir glaube ich schon. Da haben wir die Flinte nämlich von bekommen. Hier ist dicht. Hier ist dicht. Okay. Hier ist noch, wie gesagt, eine erweiterte Tasche. Und damit haben wir echt ein gutes Inventar. So. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. So gefällt mir das hier. Jetzt ist allerdings die Frage, wo bekommen wir den Herzschlüssel denn her? So, dann schauen wir mal, was wir jetzt machen. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mit der alten, ich glaube Ada heißt sie oder so. Mit der werden wir jetzt erstmal weitermachen. Das heißt, wir müssen wieder unten rein. Das machen wir wieder durch Etage 1. So. Dann werden wir jetzt erstmal weitermachen, weil ich habe gar keinen Anhaltspunkt, wo dieser Herzschlüssel sein soll. Deswegen, scheiß drauf. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass wir in der Kanalisation, wird uns gar nicht angezeigt, oder? Doch, hier. Dass wir in der Kanalisation noch eine Tür offen hatten. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt einfach nicht mehr hin, ne? Da war doch dieser Weg zu dem Boss und da war da unten eine Tür noch. Das kann ich mir nur noch vorstellen, dass es sich um die Tür da handelt, dass man da weiterkommt. Aber ich persönlich glaube nicht, dass wir die aufbekommen. Warum auch? Ach, jetzt müssen wir da wieder lang. Scheiße. Messer verschwendet. Geil. Mann. So. Äh. Lass uns kurz mal überlegen. Ich glaube, der Weg in die Kanalisation, der ist gar nicht so weit, wie man denkt. Vielleicht können wir da ja einmal vorbei luschen. Oder vielleicht kann man den Schlüssel auch einfach gar nicht bekommen mit Leon, dass man den vielleicht nur mit der alten bekommt, mit der Claire. Das kann ich mir wiederum auch sehr gut vorstellen, dass da halt der Unterschied ist. Also so wie ich das mal gelesen habe, hast du mit Claire unterschiedliche Wege, Gänge, Räume, wo du rein kannst. Du kannst zum Beispiel mit Claire, das weiß ich zu 100 Prozent, du kannst mit Claire in diesem verschlossenen Raum in der Garage, äh, da kannst du mit der alten reingehen. Wir werden hier gerade nur einmal luschern, ob man da rein kann, wenn nicht, dann scheiße drauf. Ihr werdet auch gleich sehen, welche Tür ich meinte. Weil die war uns ja am Anfang, wo wir hier reingegangen sind, komplett versperrt. Wenn wir da überhaupt noch rein können. Können wir jetzt einen runter gehen? Ne, wir können da gar nicht rein. Dieses hier meine ich, die Untergrundtreppe. Spezialwaffenkasten, das meine ich nämlich. Genau das meine ich nämlich. Die war uns ja hier verschlossen. Diese Tür meine ich hier, genau. Und wir kommen von hier aus jetzt nicht mehr da rein, oder was? Äh, scheiße. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Hier ist ja der Maschinenraum. Ja, können wir knicken. Wir kommen da einfach nicht mehr rein. Schade, ey. Das ist sehr schade. Aber wie hätte ich denn diesen scheiß Dreckskasten da aufbekommen sollen? Das verstehe ich nicht. Naja. Vielleicht werden wir das mit der lieben Claire irgendwann herausfinden. Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen blöd. Dass man irgendwie keinen Anhaltspunkt hat, ob man... Also wie man den aufbekommt. Weil ich habe ja auch kein Item gesammelt. Und wir haben ja wirklich alles durch. So ist es ja nicht. Naja. Ähm. Ich werde mir kurz nochmal ein grünes Kraut ballern. Wenn wir hier... Ne, haben wir natürlich nicht. Scheiß drauf. Dann werden wir das hier so machen. Einmal speichern. Und jetzt gehen wir mit der... ...alten weiter. So. Die Tür ist mit Claire zu 100% auf. Das habe ich mal in so einem GameStar Review damals gesehen. Da war nämlich ein Unterschied, den sie gezeigt hatten. Ah, guck, die hat auf uns gewartet. Nett. Hier ist auch alles gelootet. Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Mir geht das Gestöne auf den Geist. Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hole Hilfe. Dann viel Glück damit. Da will ich rein. Gunshop. Da sehe ich mich. Sehr viel Munition. Hä, wieso ist denn hier so aufgerissen? Was ist das denn für eine Baustelle? Ja, da sehe ich mich. Da sehe ich mich persönlich. Ich sehe schon Regale leer. Nicht gut. Komm, bitte mach auf. Das war ein Chaos. Oh. Oh. Baby. Geil. Oh, die hat. Was macht der Aufsatz? Können wir da einmal gucken. Erhöht die Magazinkapazität auf 8 und steigert die Durchschlagskraft. Ja, das ist geil. Eine Handgranate. Wichtig. Brief an den Ladenbesitzer. Hier haben wir Pistolenmunition. Ey, das ist ja wie im Schlaraffenland hier für mich gerade. Nicht bewegen. Ich werde Ihnen nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Hölle durch. Sie werden sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen Sie eliminieren, bevor Sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada. Lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drin bleiben. Daddy. Ja, Daddy ist hier. Komm hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Okay. Das tun Sie uns an. Sie sind im Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Hä? Sie war unser kleiner Engel. Mommy. Mommy schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission, das steht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Tja, das war auf jeden Fall ein ordentliches Stück. Kann man nicht anders sagen. Okay, Gott sei Dank ist der Waffenladen gelootet. Das hat er jetzt für mich hier oberste... Ach, ich kann hier eh nochmal rein. Man scheint alles richtig gemacht. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Ja, Kanalisation. Das gefällt mir schon mal erstmal nicht. Mir scheint wohl wieder die Post abzugehen. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Oh, hier liegt Loot. ...führt das direkt zu Umbrellas geheime Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Oh, oh. Also, für das Viech habe ich definitiv nicht genug Munition. Da steht schon mal fest. Oh, hier können wir einmal einen kleinen Speicherpunkt hinsetzen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Ja, wir werden wahrscheinlich gut genügend Handgranaten benötigen. Hier haben wir auch nochmal Schießpulver. Da werden wir uns jetzt nochmal Pistolen Munition von machen. Zack, das werden wir kombinieren. Hier oben rein. Dann brauchen wir nochmal was zum Heilen, falls wir was übrig haben. Aber haben wir nicht. So, hier auf einmal. Zack. Hier kann man anscheinend auch irgendwas noch looten. Schauen wir mal. Ja, hier ist Ende im Gelände. Hier oben. Pistolen Muni, 33 Schuss, ja. Ja, wenn du, müsst ihr euch ja mal merken, wenn man viel Munition bekommt in einem Spiel geschenkt, dann muss man bald wahrscheinlich auch ballern. Schon wieder? Es ist nicht zu spät rumzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hä? Hä? Ja, jetzt laufen kann ich doch nicht, oder? Hä? Was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was ich falsch gemacht habe. Äh, überspringen machen wir, ne? Ach, ich muss immer ausweichen. Ach so, ich muss immer die Richtung wechseln. Jetzt habe ich es verstanden. Immer links, rechts, links, rechts. Er ist tot. Jawoll. Aha. Aha. Ein Schuss. Aha. Der Profi. Aha. Ja, mach auf. Ich meine, mach runter das Ding. Die hat doch bestimmt auch irgendwelche Kräfte, dass die mal so schnell da und wieder weg ist. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Toter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Nicht wundern, ich gucke immer nach, äh, ob der rumgelootet ist oder nicht. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an... Wim? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war. Annette ist viel gefährlicher. Okay. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt mit dem Krokodil. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Besser geklappt als gedacht, muss ich sagen. So, einmal aufmachen. Oh, hier haben wir wieder was zum Speichern. Wunderbar. Mit Ruhe auch? Nee. Äh, so. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Enda! Sie kriegen das G-Virus nie! Wie überraschend für eine Forscherin. Dion! Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Oh, sehr cool. Jetzt können wir jetzt die Alte hier spielen. Wie geil ist das denn? Hammermäßig. Aber das ist mit unserem Hauptcharakter. Das verstehe ich jetzt nicht. Äh, hier können wir nichts machen. Okay, die hat ein eigenes Inventar. Aber mit der werden wir uns wahrscheinlich auch heilen müssen. Und was? Nee, alles. Ähm, aber hier liegt gar nichts mehr rum. Oder bin ich jetzt blöd? Dann müssen wir uns jetzt wieder neu equipen, wie es aussieht. Ja. Alles klar. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Die hat auch nicht so viel Schuss dabei. EMF Visualizer. Okay. Mhm. Okay, schauen wir mal. Was ist das denn? Oha, wie cool ist das denn? Was ist das denn? Okay. Das ist sehr, sehr cool, muss ich sagen. Müssen wir den jetzt übertacken, oder was? Yo. Alter, wie geil. Das ist ja richtig cool, ey. Das ist ja richtig cool, ey. Komm, komm, gib Gas jetzt. Sehr geil. Wollte ich gerade sagen. Jetzt reicht's aber hier, hä? Ähm, okay. Ähm, September-Inspektion, ID-Armband. Hm? Okay. So, dann schauen wir mal hier lang. So, dann schauen wir mal hier lang. Zu, oder was? Ach, scheiße. Ähm, so. Können wir hier noch irgendwas mitmachen? Ah, schau mal hier. Sehr nice. Ah. Sehr interessant. Okay. Das sieht ziemlich groß aus, das Areal. Unser Kumpel ist da anscheinend auch wieder aufgestanden. Mal gucken, was wir hier jetzt machen müssen. Hier ist Pistolen-Munition. Okay. Was ist das? Eine Blendgranate. Gehen wir auch mit. Ich glaube, wir müssen hier was mit diesem Visualizer machen. Ja. Das habe ich mir schon gedacht. Mann, jetzt kippt doch um. Drecksau. Warte mal, hier führt ein Kabel lang. Ah. Habe ich gar nicht gesehen, die Schlampe. Nein. Alter, wie viel Schuss ich verballert habe. Zwei Stück. Wir leben ja immer noch. So. Weg mit dem Dreck. Wo müssen wir jetzt was machen? Nein, falsch. Alter, was die fressen. Das ist ja voll assi, ey. Hier ist ein Kabel. Hier ist ein Kabel. Geht das hin? Ach, zu der Tür. Okay. Das heißt, wir müssen mit dem anderen hier arbeiten. Das geht hier lang. Ach, maaaannn. Das ist aber mal gut hier mit der Schluckerei. Da hinten rum geht das. Okay, also den Weg wieder zurück. Wimschuss hätten wir noch. Ach, Gott sei Dank mit dem letzten Schuss. Äh, das geht hier lang. Geht das da hinten hin? Äh, mach ich was falsch? Hier hin? Ach, schau an. Mann, Junge. Fuck doch nicht ab. Meine Muni ist leider leer. Ich kann mich nicht mehr um dich kümmern. Wird jetzt nämlich einen schönen Durchzieher machen. Alles gelootet? Okay. Ah, das war ja klar. Oh, was? Scheiße. Du Dreck-Sau, du. Du Dreck-Sau, du. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Mann, du Huren Bock ey. Ha, nicht mit mir, mein Bester. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass der nochmal wiederkommt, ey. Ah, hier können wir mal einen kleinen Speicherpunkt hinsetzen. Wunderbar. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ach, guck mal hier. Kleines Rätsel vielleicht. Kann man ja mit dem Teil äußerst gut machen. Ja, da müssen anscheinend richtig viele Sicherungen davon stimmen, oder wie man das nennt. Aha. Was ist das hier? Okay, Verbannungsofen. Von da unten sind wir, glaube ich, gekommen. ID-Armband, okay. Jetzt haben wir das Armband. Jetzt sind wir gefickt. Ja, was muss ich hier machen? Okay. Zack. Zack. Der da oben lang, der dann hier lang. Hier oben lang. Okay. Den ummünzen hier vielleicht. So. Dann geht der hier oben lang. Hier lang. Dahin. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Wir müssen die nacheinander zum Durchbrennen, äh, dass das Ding, äh, die Sicherung durch, durchgeht. Okay. Jetzt hier wieder. Hier dann hoch. Und jetzt den hier. Wieder zum Übertakten bringen. Bam. Jetzt geht die Tür auf, oder? Ach, Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Äh, jetzt ist höchstwahrscheinlich die Tür hier offen, ne? Wir haben jetzt, ja. Weil wir haben ja das ID. Das ID-Armband. Was ist das hier? Mhm. Sind wir hier richtig? Ich glaube schon, ne? Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist raus. Verloren. Sagen Sie mir. Ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Gene. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht prokarieren, hol ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Ja. Oh, shit! Oh, ist Leon, wenn ich ihn brauche. Weiter geht's mit Leon. Der ist nach ein paar Minütchen wieder am Start. Ein kleines Nickerchen gehalten. Und wir sind jetzt auf der Suche nach Ada. Natürlich gehen wir jetzt mit Leon neuen Weg. Finde ich auch cool. Hier können wir auch einmal Zwischenspeichern. Und das müsste eigentlich alles noch recht aktuell sein, so wie wir das hier hinterlassen haben. Obwohl, das können wir reinpacken. Und wir nehmen vorsichtshalber noch mal Blendgranaten mit. Platz für das Inventar haben wir jetzt ja genug. Dann schauen wir mal. Okay, hier kommen wir runter. Was können wir hier noch machen? Gar nichts, ne? Ne. Dann müssen wir anscheinend wieder rein. In die Suppe. Okay, hier ist umgelootet. Hier können wir einmal gucken. Hier liegt natürlich Pistolmunition. Kennt man ja in der Kanalisation. Da ist auch mal ein bisschen Munition am Start. Tja, liebe Leute. Links oder rechts? Hier erstmal links. Links. Habe schon irgendwas schreien gehört. Aber keine Ahnung, wovon das kam. Woher das kam. Keine Ahnung. Okay, hier ist anscheinend Ende im Gelände. Gehen wir hier hoch. Looten können wir... Den hat es ja komplett aus der Latschen gehauen. Was ist das denn für ein Viech da? Digitale USS Videokassette. Aber was können wir mit einer Videokassette machen? Können wir die auseinander bauen oder so? Eine Spezialeinheit Soldaten. Können wir uns wahrscheinlich auch später anschauen. Was steht denn da überhaupt drauf? Operation... ...Nest Wrecker 2. Und wo ist Band 1? Ganz schön dunkel hier. Kein Loot. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel für. Hier haben wir einen Elektronikteil. Okay, sehr interessant. Was ist jetzt unsere Mission? Hier ist verschlossen. Hier ist verschlossen. Okay. Wenn wir das jetzt wieder reinsetzen, was passiert dann? Dann fährt das Ding wieder runter. Nein! Nein! So, weg mit dem Dreck. Hier brauchen wir auch einen Schlüssel für. Hier? Okay. Sehr interessant. Was haben wir hier? Ein Kampfmesser? Okay. Ach, jetzt sind wir, wo links hier eben dicht war, sind wir jetzt auf der Seite. Schauen wir uns mal an, was es hier so Schönes gibt. Oha, jetzt sind wir noch tiefer in dem Ganzen drinne. Krass. Hier haben wir auf jeden Fall ein Kraut. Hier brauchen wir wieder irgendwas zum Kurbeln, oder? Wahrscheinlich so ein Drehteil. Mhm. Haben wir aber nichts von. Mhm. Hier liegt anscheinend auch noch was. Okay. Hier ist dicht. Was ist das denn? Missgeburt. Ach du Scheiße, du ahnst es nicht. Gott sei Dank haben wir die Scheiß-Handgranaten mitgenommen. Gott sei Dank. Der hätte bestimmt gefressen ohne Ende. An den verschwende ich dann sozusagen auch mal gerne die, äh, die Handgranaten, ne? Ganz klare Kiste. Aber hier ist noch was ungelootet, beziehungsweise, ach, wir gehen jetzt einfach mal weiter. Ich schätze mal, das hängt, äh, mit der T-Stangenvertiefung zusammen. Haben wir alles voll? Jo. Äh, wo sind wir denn jetzt hier? Steuerraum, okay. Okay. Cool. Oh, Level-Design finde ich natürlich ist echt mega. Sehr viel Abwechslung. E-Mails an Umbrella HQ. Mhm. Wie gesagt, gerne... Pause drücken. Hier haben wir... Okay. Hier haben wir anscheinend einen Zahlencode. Hier haben wir Flinten-Munition. Wichtig. Okay, okay. Müssen wir uns anscheinend doch mal die Notiz anschauen. Ach, guck mal, das ist sogar sortiert. Das ist ja geil. Mhm. Ja, ja, okay. Ähm, aber nicht Schüsse. Ich glaube, das hat ziemlich wenig mit dem... mit dem Zahlencode zu tun. War die Aida hier nicht gerade am Fighten oder so? War das nicht hier? Okay, hier haben wir Kombinationsschloss. Das schloss. Wie viele Zahlen? Drei. Was könnte das für ein Zahlencode sein? Die große Frage ist ja auch... Was müssen wir hier sonst machen? Hier kommen wir nicht weiter. Ist gar nicht so einfach. Ah, schau an. Hört sich gar nicht gut an. Komm schon. Ada. Ich komme, Ada. Jawohl, wir machen uns auf den Weg. Die Ada, die wollen wir natürlich nicht verlieren. Wieso holt er seine Taschenlampe nicht raus? Das ist doch hier stockenduster. Verstehe ich nicht. Hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Den wir natürlich auch mit. Zack. Hier haben wir eine Broschüre. Hallo. So. Hier haben wir jetzt eine Videokassette. Da... Videorekorder. Dann können wir die eigentlich da reinballern. Genau. Bitte. 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 Aufhören. Bitte. Aufhören. Bitte. Nein. 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 Hier drüben, du. Freak. Tu ihm dich weh. Tu ihm dich weh. Ja. Oh. Hey, sehr interessant. Das können wir also sozusagen wieder reinpacken. Schießpulver haben wir nicht mehr zum Kombinieren, ne? Ne. Dann können wir das auch wieder reinpacken. Und zum Hallen haben wir auch nichts mehr. Okay. Videorekorder haben wir ja wie gesagt abgeschlossen. Das bringt uns nichts mehr. Warte mal. Dann speichere ich kurz noch einmal zwischen. So. Wunderbar. Schaue ich gerade nochmal hier die Ecken nach. Nicht, dass ich was vergessen habe. Und dann machen wir uns auf den Weg. Karte der Kanalisation. Okay. Alles klar. Wo müssen wir jetzt lang? Wir haben jetzt zwei Türen. Hier kommen... Gehen wir einfach mal hier durch. Schaust du. Ah, okay. Jetzt kommt das Teil auf unser Level sozusagen gefahren. Jetzt können wir hier hinten durchgehen. Wir schauen einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, welcher Weg der beste ist. Hier sind wir jetzt bei dieser komischen Bahn. Hier haben wir jetzt ein Werkzeug gefunden. Das brauchen wir auf jeden Fall. ID-Armband für Standseilbahn-Zutritt erforderlich. Da brauchen wir die A dafür, weil die hat ja das besondere Armband. Lieferschein. Ach, an der Seite des Tresors. Ach, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Aber wir haben... Warte mal. Wir haben ja noch gar keinen Tresor. Bin ich jetzt blöd? Schauen wir mal. Wir haben hier auf jeden Fall jetzt alles abgeschlossen. Wir wissen, Ada hat das ID-Armband. Das brauchen wir. Sprich, wir brauchen Ada. Die hat jetzt erstmal Priorität. Dann gucken wir auch mal, was wir hier mit dem anderen Teil machen können. Mit dem Werkzeug. Hier ist Exit. Wo sind wir jetzt hier? Okay. Nein. Die Frage, die ich mir halt stelle. Wenn wir jetzt hier nach unten gehen, dann sind wir hier... Ah, okay. Ne, ich glaube, das ist richtig, was wir hier machen. Okay. Da, der ist jetzt hin. Braut. Sehr gut. Das Tor ist auch schon mal offen. Granate. Perfekt. So gefällt mir das doch. Jetzt hatten wir ja hier vorne noch die... T-Stangen-Vertiefung. Da sollten wir jetzt eigentlich mit unserem Werkzeug... Lauf, 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 lauf. Scheiße. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Hä? Hä? Was ist denn? Äh, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was ist denn das hier für Mistviecher? Oh, das ist ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was ist denn das hier? Oh, das ist jemals? Oh. Oh. lauf 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 ja haben nicht so viel dass wir gegen den antreten können wir haben da leider unsere handgranaten verschwendet jetzt haben wir hier anscheinend einen neuen gang freigeschaltet interessant rotflinten munition da findet man immer ziemlich wenig so habe ich das gefühl also man findet die schon oft aber leider sind die bündel immer so klein es haben uns hier anscheinend einen neuen gang freigeschaltet arbeitsraum nee warte mal jetzt sind wir jetzt kommen wir da raus wo wir eben schon waren ach gott sei dank eine gürteltasche auch wichtig ein film aber ein film bringt uns glaube nichts mehr weil wir können ja sowieso nicht entwickeln ne weil wir kommen ja nicht mehr in die polizeistation rein ok hier einmal öffnen das nehmen wir auf jeden fall wieder mit sind da mehrere komm rein feuer abend du machst hier ja nix mein bester der kopf auch ab ja er ist richtig durchsiebt hier haben wir jetzt das elektronik teil wofür brauchen wir das elektronik teil das natürlich auch eine gute frage heißt ja rein theoretisch wenn wir das da jetzt rausnehmen könnten wir trotzdem den weg zurückgehen weil wir brauchen das vielleicht noch das elektronik teil oder wenn wir den weg jetzt wieder zurückgehen würden dann hätten wir ein elektronik teil was wir höchstwahrscheinlich für irgendetwas brauchen so ist das wahrscheinlich gedacht das heißt wir müssen hier wieder an unseren kumpel lang ich glaube wir müssen den linken weg nehmen ne ja ah level design oh ist echt gut irgendwie ist das aiming mit dem controller nicht so gut muss ich sagen ich schätze mal mit maus und tastatur ist es um einiges besser aber mit controller ist es manchmal nicht so gut ah hier ist der safe zwei links zwölf rechts acht links also warte mal also zwei zwölf 18 zwei zwei zwölf und dann 18 äh ne irgendwas hallo irgendwas habe ich falsch acht okay zwei zwölf zwölf und dann acht okay komme ich denn auf 18 da haben wir jetzt einen schrotflintenaufsatz wieder für unsere rotflinte und was macht der äh erleichtert schnelle schießen mhm also feuerrat okay okay haben wir jetzt eine fraut okay 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 immer locker bleiben den weg elektronik und elektronik teil für das ist ein zufall turmstecker benutzen jetzt fehlt uns aber trotzdem noch ein einziger oder ja da ist er ja aber wo sollten wir denn herkriegen ich habe keine ahnung wir haben da jetzt alles durchgesucht öffnung öffnen der tür zum u-bereich ich er teilte sein wissen auf der pin wand mhm ich bin mir ziemlich sicher dass der turm und springer an derselben wands sind und läufer und da wenn ich nehme einander da da das verstehe ich doch nicht was will er denn von mir ach nee warte mal ah wir müssen die ach das ist das rätsel ich dachte wir müssen jetzt noch eins finden okay oder brauchen wir noch mehr stecker kann es denn möglich sein dass wir noch mehr stecker bräuchten hier ist alles abgearbeitet hier führt allerdings noch ein weg lang ja hier ist alles safe das wissen wir auf und teils pausen raum ach keine ahnung ich denke wir nehmen jetzt einfach welchen stecker haben wir denn eben nochmal da entwendet weil dann würde ich jetzt auf jagd gehen machen jetzt folgendes wir nehmen einfach alle mit dann würde ich gerne nochmal zu diesem komischen gerät da gehen ach wie bescheuert ey haben wir hier auch keinen sicherungskasten oder so dass wir den da vielleicht anwenden können weil vielleicht brauchen wir sogar noch mehrere so hier ist wie gesagt exit wenn wir hier gleich runter gehen dann ist ja hier irgendwie noch so im gang da gehen wir erstmal gucken okay die beiden liegen da immer noch sehr gut hier bei irgendwo im gang genau den meine ich bei guck mal hier das ist ja noch unberührt hier brauchen wir das teil da hätte ich jetzt noch eine halbe stunde gestanden oder a hm 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 ein Schlüssel Schlüssel ist natürlich wichtig kommen wir hier kommen wir hier jetzt hin kommt man hoch oder was will er den nicht nehmen hier im Tasterkanal warte mal wir haben jetzt irgendeinen scheiß Schlüssel Schlüssel mit einem Etikett Kanalisationsschlüssel zu einem äh äh Server no Entry Zone glaube ich weiß wo wir da mit hinkommen nämlich hier glaube wir gucken mal wir haben ja Zeit wir lassen uns ja natürlich nicht stressen das heißt ich muss jetzt wieder den ganzen Weg zurückgehen oder was ah wie nervig vorher lehre ich aber nochmal mit Inventar und pack einfach ne das kann ich auch nicht machen doch wir müssen was wegpacken ich glaube die Mac packe ich auch noch rein und dann schauen wir mal oh man ey jetzt bin ich wirklich am am verzweifeln ich wollte jetzt gerne nochmal genau Steuerraum 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 wie hieß der Schlüssel nochmal hier ist ein Pferd drauf Server no Entry Zone wie kommen wir denn da jetzt nochmal hin ich hab's jetzt vergessen ich glaube durch hier unten okay wahrscheinlich ähm wahrscheinlich ähm geht das alles viel schneller beziehungsweise man könnte manche Schritte auch mit einem Weg dahin absolvieren aber da merkt das halt dass das Spiel äh dass ich das wirklich zum ersten Mal spiele deswegen aber ist es ja auch nicht schlimm müssen jetzt da wieder lang hier meine ich nämlich und da müssen wir gleich rein theoretisch die Tür da öffnen können die wir benötigen die hier meine ich nämlich genau die meinte ich perfekt wunderbar was ist das hier Schießpulver sehr nice Pistolenmonie nehme ich gerne mit hier ist gar nichts drin okay komplett gelootet warte mal hier ist doch noch was holy shit das hat der gar nicht angezeigt ich hab Glück gehabt wo kommen wir denn jetzt hin holy shit der mech munition gibt aber auch nicht viel äh wo sind wir jetzt ach wir sind jetzt wieder in der polizeistation oder das war doch die der weg den ich gerne gehen wollte wo ich doch noch eben vor zig minuten gesagt habe dass man doch hier noch ähm diese komische scheiß Kiste hatte oder war das nicht das ne Moment mal bin ich selbst ein bisschen überfordert war hier war doch ne Kiste wo ich das erste mal hier durchgegangen bin ich hatte mich da auch gewundert dass das ja genau dass das hier dicht war holy shit alter da würde mich mal interessieren ob das viele gefunden haben aber der passt da trotzdem nicht rein der scheiß Schlüssel der passt da nicht rein der Schlüssel da müssen wir irgendwas anderes mit machen kann man da die nicht reinstecken komisch das ist ja wirklich sehr interessant aber warte jetzt müssen wir erstmal überlegen ob es uns überhaupt irgendwas bringt hier wieder lang zu gehen eigentlich ja nicht oder ist das einfach nur so für Leute die nochmal zurückkommen wollen hat das jetzt keine Story Relevanz dass man hier irgendwas machen muss oder so weil in der Polizeistation da hatten wir doch jetzt auch jetzt nicht so einen Raum oder da haben wir ja nur diesen Herz Schlüssel aber das ist ja kein Herz Schlüssel das sieht man ja der bringt uns hier oben eigentlich gar nicht weiter wenn ich ehrlich bin hier können wir auch nichts mitmachen da brauchen wir glaube einen anderen Schlüssel für ok dann gehen wir wieder zurück das ist ja interessant aber cool gemacht dass man auf jeden Fall nochmal zurückkommen kann falls man irgendwas verloren vergessen hat oder so hier ist eine T-Stangen Vertiefung die können wir kurz noch aktivieren warum auch nicht weil dann ist der Gang wenigstens offen falls wir aus irgendwelchen Gründen nochmal in die Polizeistation kommen dann hätten wir das schon mal abgeschlossen da können wir jederzeit in die Kanalisation ohne unten durch das Ding hinzugehen hier das sollte jetzt glaube auch offen bleiben ja können wir hier jetzt gerade einmal speichern da müssen wir uns wieder mal einen neuen Weg suchen in die Kanalisation also also da irgendwie neuen Raum finden auf jeden Fall das können wir wegpacken das können wir wegpacken so aber wir müssen jetzt irgendwie neue Wege finden damit wir neue Räume entdecken wegen diesen scheiß Schachfiguren wir haben ja nur vier und ich glaube da waren insgesamt sechs sechs Dinger an der Wand ich wüsste jetzt nicht wo wir so viel übersehen haben ich bin hier auch einfach nur zu blöd um das Spiel zu spielen ich weiß es nicht auf jeden Fall habe ich gerade arge Probleme damit okay warte mal hier ist ja auch noch irgendein scheiß Weg ach ne das war ja Spezialwaffen Kasten okay deswegen ist das rot so hier sind wir richtig hier haben wir ah guck mal hier haben wir auch noch abgeschlossenen raum können wir vielleicht so eine komische sicherung da rein machen dass wir da gegenüber in den raum können in der hoffnung dass da noch irgendwelche von diesen steckern liegen genau den hier einmal benutzen was was ist das hier war das das große ja okay das kennen wir ja aber das hat uns jetzt auch nicht wirklich viel gebracht gehen wir hier einfach noch mal runter was ist das denn da Ich glaube, hier sind wir falsch. Oder? Ach, wisst ihr was? Wir machen jetzt einfach, was das Gefühl so sagt. Und dann schauen wir einfach mal. Hier ist der untere Kanal. Hier, ne, hier ist ja dicht. Das war schon mal das falsche Gefühl. Wenn wir jetzt hier gleich runterrutschen würden. Dann weiß ich gar nicht mehr, wo wir rauskommen. Scheiß drauf. Können wir da lang gehen jetzt? Okay, dann kommen wir hier wieder raus. Alles klar. Und hast der Kanal. Da geht's auch noch weiter. Ich würde sagen, dann gehen wir da jetzt erstmal weiter. Wir holen uns gerade noch kurz unseren Stecker zurück. Das ist ja kein Weg. Weil ich glaube, da sind wir dann auf der richtigen Spur. Weil irgendwie hat er sich ja da eben bei diesem grünen Kraut, welches wir da auch noch liegen gelassen haben, irgendwie hat er sich da ja nicht hochgezogen, ne? Müssen wir mal schauen. Genau, den hier will ich wieder haben. Pack rein, das Ding. Ja. Der Schlüssel ist auch abarbeitet. Weil es mal eine Truhe finden, können wir den dann da wieder dementsprechend reinpacken. So, jetzt müssen wir einmal gerade gucken. Wir müssen links gleich abbiegen. Okay. Okay. Genau, links. Und dann müssen wir hier rechts. Okay, okay. Können wir direkt das grüne Kraut mitnehmen? Dann soll man ja angeblich hier noch durchkommen können. Hier geht auch noch ne... Hä? Geht's denn jetzt hier lang? Hä? Hab ich ja eben gar nicht bemerkt, den Weg hier. Aber es bringt uns nix. Hier kannst du auch keine T-Stangen-Dingens reinballern. Ah, hier ist... Ah, hier. Das ist nämlich dicht. Alter, ich häng ganz schön fest hier in dem Level. Mhm. Genau. Das nehmen wir mit. Ah. Oh, du ekliges Mist für mich. Lass uns mal vorbei hier. Oha, wie overpowered, man. Wir müssen hier durch. Das ist wirklich wichtig. Man, er blockt uns aber auch permanent. Ey, das ist richtig uncool von denen. Weil die drei, die krieg ich niemals ungelebt, äh, ungelegt mit meinen Kruppelwaffen. Das Gift muss raus. Ja, wir haben ja extra gegen Gift. Ist jetzt halt die Frage, ob hier irgendwo so ein Safe-Room ist mit nem Speicherpunkt. Gut. Äh. Dicht. Ach, guck mal, hier sind wir... Richtig. Hier sind wir richtig. Scheiße, wir brauchen unbedingt was für das Gegengift. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist hier ein Speicherpunkt vielleicht? Scheiße, wir sind richtig am Arsch. Richtig am Arsch. Auf jeden Fall kriegen wir hier, glaube ich, alle zusammen. Die wir benötigen. Das ist nicht gut. Ja. Scheiße. Aber wenigstens wissen wir jetzt, wo wir langen müssen. Das ist schon mal sehr, sehr viel wert. Ach, hör doch auf. Äh, Leute, ich spule für euch vor. Das müsst ihr euch nicht nochmal anschauen. Äh, so, da bin ich wieder. Ich bin hier gerade einmal durchgegangen und da ist mir eine Broschüre ins Auge geflogen. Das ist einmal Jazz Festival Flugblatt. Und schaut mal, hier sind drei Buchstaben markiert S, Z, F. Das wird wahrscheinlich relevant sein für ein, ähm, für ein Safe. Müssen wir aber gleich mal schauen. So, ich würde sagen, jetzt lasse ich wieder für euch laufen. Ich wollte euch nur mit diesem unnötigen Weg nicht weiter auf den Nerven gehen. Also, wie gesagt, wir haben diesen Zahlencode gefunden. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir wieder zu diesem Kombinationsschloss kommen. Den hier nämlich. Weil hier führt ein Weg lang und... Der ist direkt vor uns. Also, wir biegen nicht links ab wie eben, sondern wir gehen weiter geradeaus. Ja, es ist uns natürlich da ein Dorn im Auge. Doch ganz schön schwierig, gegen den anzutreten, wenn wir keinerlei vernünftige Waffen haben. Vielleicht können wir uns da ja irgendwie ein bisschen dran vorbeimogeln. Alter, ist der doof. Nö. Gut für uns. So, hier meinte ich nämlich. Hier ist ja die Bahn und jetzt müssen wir oben wieder sein, wo wir eben durchgegangen sind. Wo dieses Kombinationsschloss war. Dann gucken wir uns, glaube ich, nochmal die Broschüre an. Ich meine, das war... S-Z-F. S-Z-F müsste das gewesen sein. S-Z-F. Geil. Direkt eine Errungenschaft. Ach, ey, das hat sich ja mega gelohnt, muss ich sagen. So, dann kommt man hier wieder runter. So. Perfekt. Und jetzt könnten wir uns rein theoretisch nochmal ein Gegengift machen, weil das brauchen wir definitiv. Äh... So, das packen wir wieder weg. Jetzt brauchen wir blau. Und nochmal blau. Nochmal blau. Nochmal blau. Wir machen jetzt hier richtig... Äh, kann ich das gar nicht kombinieren. Ich dachte, blau wäre Gegengift. Oder reines Blau. Einfach nur Gegengift. Äh... Polizeistation hatten wir das doch gefunden. Heilwirkung von Kräutern. Während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Mhm. Mhm. Okay, also brauchen wir nur rein... Die Blau... Äh, die Blauen, ja. Okidoki. Das kann weg. Jetzt haben wir noch drei Inventarslots. Ähm... Ich würde vielleicht auch so weit gehen und sagen, dass wir die Pumpe erstmal wegpacken, dass wir genug Platz haben. Weil ich weiß nicht, ob wir das gleich wieder brauchen, wenn wir da durchgehen. Auf jeden Fall haben wir jetzt Gegengift. Aber dann packen wir uns halt noch eins rein. Weil wir werden ja Minimum ein bis zwei verschwenden. Deswegen. Aber jetzt hat das Blaue... Die Blauen Kräuter wenigstens... Ein Sinn für uns, weil vorher habe ich den Sinn ehrlich gesagt null verstanden. Wie war denn jetzt nochmal der scheiß Weg? Ähm... Der Weg war... Genau. Hier runter. Ja. Jetzt habe ich es. Ganz schön verwirrend. Aber cool, dass sie so... Ich schätze mal, wir sind fast am Ende. Ich schätze, wenn wir das hier fertig haben, die Kanalisation, dann sind wir schon so gut wie am Ende. Dass man da nochmal so ein großes Level mit einstreut. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber leveltechnisch hat mir die Polizeistation am allerbesten gefallen, muss ich wirklich sagen. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Was nur blöd ist, dass man irgendwie nicht so vorbeischleichen kann an den Gegnern, ne? Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer. Ja komm, klickst du uns dann in der Fresse. Ich wüsste nicht, wie man das sonst machen soll. Weil irgendwie muss man sich ja hier durch mogeln. Richtig. Komm, gib Gas. Nicht, ey, ey, ey. Nicht schwächeln hier. Gas geben, Gas geben, Gas geben, Gas geben. So, jetzt zack. Warnung. Gesund. Ah, wichtig. Okay, jetzt können wir hier auf jeden Fall entspannter durchgehen, weil hier ist wahrscheinlich ein Rätsel, dass wir durch die ganzen Wege wieder durchkommen. So, äh, hier war nichts. Okay. Hier ist dicht. Was ist das denn? Ist das ein Flammenwerfer? Wie kriegen wir die Tür auf? So, jetzt haben wir hier erstmal, jetzt können wir ganz entspannt machen. Das ist ein chemischer Flammenwerfer. 400. Äh, gefällt mir auf jeden Fall. Wir werden jetzt mal gucken, was wir hier machen müssen. Kingpin. Mhm. An sich ist es, glaube ich, scheißegal, was wir da für Steckers reinmachen. Ach, hier. Ach, hier war sogar ein Gegengift. Oh, Mann. Oh, Mann. Hm, komisch. Oder müssen wir die alle rausziehen? Ist das vielleicht... Ist das vielleicht so? Okay, der ging ja zu. Alles klar. Mhm. Wenn wir den rausziehen, was passiert dann? Dann sind wir anscheinend hier drinnen gefangen. Äh. Da brauchen wir so einen Pin für. Okay, der geht wieder auf. Können wir hier so einen kleinen Trick machen? Nee. Okay. Scheint anscheinend schwieriger zu sein, als man denkt. Hier haben wir noch einen Kingpin. Aber den haben wir noch gar nicht. Das heißt, wir gehen hier wieder hoch. Der war der, der uns eben angegriffen hat, oder? Der uns so den Gnadenstoß gegeben hat. Können wir mich verarschen, oder was? Das ist aber hier Feierabend. Okay, hier müsste der Kingpin sein, oder? Ja. Ich glaube, das ist der. Okay, wenn wir jetzt hier runtergehen. Dann. Sollten wir hier. Den Kasten aufmachen können. Ja. Jetzt haben wir hier den chemischen Flammenwerfer. Das würde ich mir aber dennoch gerade mal sortieren. Dass wir hier unsere Kräuter hinpacken. So. 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 Wir haben jetzt vier. Wir brauchen insgesamt sechs Stück. Okay. Okay, das können wir aufmachen. Alles klar. Das ist auf. So. Jetzt ist der hier leer. Das ist klar. Jetzt wollen wir allerdings den hier schon mal mitnehmen. Okay. Das sind jetzt insgesamt fünf. Und da vorne ist dann der sechste. Der Finale sozusagen. Nee, gar nicht wahr. Wir müssen jetzt das Ding nochmal öffnen. Dass wir den Ausgang haben. In dem Falle der hier. So. Da gehen wir mal durch. Und jetzt müssen wir hier den Kingpin. Ach nee, da muss der Kingpin rein. Wie kriegen wir denn jetzt den Kingpin da rein? Weil wir wollen ja, dass die Tür hier aufgeht. Da kommt dann anscheinend der rein. So. Der muss auf. Da kommt der rein. So. Dann kommt... Zwei, vier, fünf. Dann kommt da der Kingpin rein. Dann können wir den da gleich wieder abziehen. Richtig. Jetzt ist es wieder zu. Und jetzt haben wir... Zwei, vier, sechs. Jetzt haben wir alle. Alle zusammen. Wunderbar. So gefällt mir das. Ist auch alles nicht gelootet. Ach, da war noch was. Steckdose. Ah, da oben. Jetzt ist es alles gelootet. Okay. Okay, okay, okay. Ähm. Da haben wir allerdings ein Problem. Nämlich müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder dadurch hin zurück. Und wir sind eigentlich sehr, sehr gut durchgekommen. Wir haben auch noch was zum Heilen. Also rein theoretisch sollten wir es schaffen. Das große Problem ist halt jetzt, dass die einfach nur abfacken. Ja, das war klar, dass der uns anhittet. Aber wir haben ja eigentlich genug Leben. Es sollte uns ja eigentlich nicht viel passieren. So, warte. Ich werde mir mal kurz ein Gegengift geben, dass der wieder vernünftig läuft. So, jetzt hier wieder hoch. Scheiße. Nicht gut. Genau, hier war das, wo er eben nämlich den Pfeil angezeigt hat. Ja. Gab's. Gibt hier noch irgendwas? Ne. Ist mir auch egal. Hauptsache raus da. Alter, war das ein Ritt, ey. Nach Money, Money. Okay. Lass uns... Oh, er hat gespeichert. Oh, er hat gespeichert. Oh, er hat gespeichert. Geil, ist das denn? Mit allen Sachen. Zwei, vier, sechs, yo. Oh, er hat gespeichert. Oh, er hat gespeichert. Ich... Oh, sieooohozer. Ich... Oh... Ich glaube wir kommen, ja doch, jetzt kommen wir vor dran vorbei. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Einmal eine Textmixtur, zack, fertig, ab die Kiste. Jetzt kommen wir endlich weiter, liebe Leute, ich freue mich so. Aber hier sind wir natürlich falsch. Richtig, keine Flammenwerfermonie verschwindet, wunderbar. Da gehe ich auch nicht mehr runter, da ist mir scheißegal, ob der Bereich rot ist oder nicht. Damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mann, du Nottenviech. Das ist echt ein geiles Spiel. So, jetzt müssen wir uns hier gerade mal auspacken. Mh, 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 mh. Sonst noch was zum Heilen hier. Nehmen wir einfach hier so einen mit hier kombinieren, zack, fertig. So. Äh, ja. Jetzt müssen wir mal gucken. Da kommt jetzt auf jeden Fall das Pferdchen rein. Äh, zack. Da kommt dann der hier rein. Porn. Heißt Porn? Bauer? Ich weiß es nicht. Sieht aber auf jeden Fall passend aus. So, nochmal das Rätsel bitte. Dame und Turm liegen sich gegenüber. Dame und Turm. Turm und Springer an derselben Wand. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Läufer und Dame. Lass uns einmal kurz untersuchen. Das ist Dame. König. Läufer. Turm. Okay. So. Ähm. Okay. Äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Hier würde ich jetzt einfach mal den Turm reinstecken. Hier den Springer hin. Ne, der Springer ist ja schon. Hier vielleicht den. Dame. Hier den König. Hier einfach mal den Läufer. Aha. Ich hab's jetzt ehrlich gesagt einfach random gemacht. Das wird aber hier ganz schnell abgespeichert, weil die Kombination, die ich jetzt eingegeben hab, die könnte ich euch nicht nochmal sagen. Okay. Äh, jetzt können wir uns auch wieder ausstatten. Äh, den Flammenwerfer packe ich mal weg. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Dann nehm ich lieber hier Linte. Und. Obwohl, wisst ihr was, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Kann ja nicht schaden. Und wir nehmen vorsichtshalber nochmal ein Gegengift mit. Ach, Alter, freu ich mich, wir haben's geschafft. Das hat schon mal einiges zu bedeuten. Was ist das jetzt hier? Ich muss erst den Strom einschalten. Okay. Neben ist er noch gut. Wieso steht er denn so? Wieso gibt's denn hier so viele Kräuter? Ach, das kennen wir ja, das Spielchen. Der braucht auf jeden Fall einen ordentlichen Wupp. Hm. Da macht er einen guten Schlag hin. Nee. So? Nee. Nee. Ich hab irgendwas gedrückt am Ende. Fragt mich nicht. Irgendwas gedrückt. Ey, du Nutten. Sollen wir jetzt hier rauskommen? Wir machen einfach mal vorsichtshalber so ein. Da müssen wir den jetzt wahrscheinlich umlegen. Das interessiert den gar nicht, dass wir in den reinballern. Ach, das ist doch unser hässlicher Kumpel, oder? Ist der das nicht? Er ist noch am Leben? Yo, das ist der. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein komisches anderes Viech. Weiter, der sieht jetzt aber noch veränderter aus wie vorher. Real talk. Ja, jetzt habe ich dich. Oh, wie geil, Mann. Jetzt wird, jetzt ist er dran. Oh, das dauert aber ein bisschen sehr lange. Nein, er... Hä? So, mal ein bisschen sehr overpowered. Jetzt noch mal. Gut, dass wir uns die Munition aufgespart haben für den. Ach, Mann, ey. Ach, Mann, ey. Ich hoffe, den bin ich los. Was ich immer richtig cool finde, wenn man, ähm, ein Spiel zum ersten Mal spielt und man versteht, so, man hat unter Anhieb so den richtigen Riecher. Das finde ich immer richtig cool. Ähm, hier ist noch eine Blendgranate. Wo ist die Blendgranate? Hier. Okay, hinten ist auch noch Munition. Oh, der Flammenwerfer hat ihn aber doch ganz schön durchgerüstet, ey. Okay, ich habe am Anfang gar nicht verstanden, dass das der, dass das das Viech war. Ich dachte, das wäre eins von diesen Unterwasserviechern. Was wir da eben ein paar Mal getroffen haben. Ah, der ist jetzt ja mittlerweile schon komplett verwandelt. Ähm. Ach, jetzt sind wir wieder da. Okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang kommen. Warte. Lass doch, ich mach's selbst. Entspann dich, okay? Also, wie geht's weiter? Sieh zu, dass du's hier raus schaffst. Solange du noch kannst. Ich werde dich nicht hier lassen. Nicht so. Du verstehst das nicht. Die Situation ist übel, als ich dachte. So einfach wirst du mich nicht los. Du hast mich beschützt. Jetzt bin ich dran. Wusste nicht, dass wir hier Punkte zählen. Greif mal in der Schulter. Ganz schön mutig, Frischling. Okay, will er nur helfen. Vorsichtig. Du willst helfen? Wir müssen dringend zum Nest. Nest? Umbrellas Labor. Direkt unter uns. Ernest hat sich verplappert. Dort sind die Virusproben. Bist du dabei? Ich denke, mein Kalender ist frei. Komm. Wir haben was zu tun. Ja, ma'am. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Die Landseilbahn bringt uns runter zum Nest. Dieses Armband ist unsere Fahrkarte. Nett? Woher hast du das? Ausgeliehen. Wie auch immer, Rechte sind fast da. Können wir hier auch direkt speichern. So, da sind wir wieder, liebe Leute. Wir machen heute das Spiel zu Ende. Wir ziehen heute komplett durch. Da bin ich mal gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Da haben wir noch gar keine Munition für gefunden. Wie ist die Schulter? Schlimmer, als es aussieht. Was für ein Paar. Beide mit einem Fuß im Grab. Jetzt müssen wir ja rein theoretisch zu so einer Umbrella-Untergrund-Labor-Basis-Bahn, oder? Mit der Bahn. Das würde auf jeden Fall viel Sinn machen. Ich bin mal gespannt. So, rein da. Gibt es hier was zu looten? Ne. Was können wir hier machen? Gar nichts. Okay, das heißt, wir kommen nicht zurück. Das heißt, das ist jetzt das Endgültige, beziehungsweise die finale Mission, kann man sagen. Aber wir gehen natürlich durch, weil wir haben ja alles mitgenommen. Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Weißt du, was ich denke? Ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon, vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich, wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lasse dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Oh. Ich schaffe das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon. Verlasse mich auf dich. Ich weiß. Oh, da haben wir dann das ID-Armband bekommen. Oh, das nimmt sogar ein Inventarslot weg. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, hier sind wir jetzt in dem Umbrella-Labor. In der Basis. Die Ada bleibt anscheinend da. Wir ziehen das komplett alleine durch. Halten Sie bitte Abstand, tork ! Oh, ja. Halten Sie bitte Abstand ! Ist die Türen vollständig geöffnet worden. Halten Sie bitte Abstand,áiß die Türe vollständig geöffnet worden. bin ich mal gespannt, ob uns auch hier ein paar Zombies entgegen kommen in dem Labor weil bis jetzt sieht das ja relativ steril aus, ID-Anbänder ja, das wissen wir ja wir speichern kurz einmal zack so Truhe können wir einmal reingucken das blaue brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr unnötig, das brauchen wir wahrscheinlich auch nicht mehr jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, wie denn unsere wie unser Equipment denn aussehen wird wenn wir jetzt hier in so ein Gebiet reingehen ich würde vielleicht sogar sagen, ich weiß ja nicht, ob wir einen Bossfight bekommen oder nicht, je nachdem was kommt, ich würde mir jetzt ehrlich gesagt alles was wir haben an Waffen reinpacken und dann werden wir sehen äh, die packen wir auch nochmal rein Brenngranate nehmen wir mal vorsichtshalber mit Schießpulver haben wir einmal können wir uns sonst noch irgendwas bauen, was wir bräuchten ähm wir könnten hier mit dem Schießpulver mit dem gelben und dem mit dem normalen, das können wir wieder kombinieren jetzt haben wir wieder Flinten Munition zack, fertig, ab Kampfmesser haben wir auch noch äh, eins was bis zur Hälfte geht, okay Mech Munition müssen wir natürlich dann auch mitnehmen die haben wir hier und dann würde ich sagen dann reicht das eigentlich auch, wir haben jetzt leider nichts mehr zum Healen, haben wir halt Pech gehabt, aber hm, vielleicht findet man noch was Moment, dann speichere ich kurz noch einmal nach das müssen wir wieder das Inventar machen falls wir sterben so, hier können wir was machen Schlafraumprotokoll okay okay, okay wir haben hier drei Türen ich würde sagen, wir gehen durch die erste ja, hier sind definitiv Zombies, wenn das hier so aussieht sind anscheinend noch welche am fressen, oder? da steppen wir jetzt mal kurz raus okay, die bleiben auf jeden Fall da kommt mal durch One-Shot, easy Okay, der ist hin Irgendwas ist doch gerade aufgestanden Gottverdammt Können wir hier irgendwo Licht anmachen? Das ist schon sehr, sehr dunkel muss ich sagen ähm, hier haben wir Benzin oh, perfekt das hatte ich doch eben angesprochen dass wir dafür noch gar keine Munition hatten okay, da ist auch Schießpulver okay, sehr geil das brauchen wir höchstwahrscheinlich dafür, ne? können wir das direkt nachladen? zieht er dann die, äh, Dinger ab? ja also es läuft auf jeden Fall nicht auf den Tank hinaus so sage ich das mal dass der immer einen kompletten Tank voll hat und den wechselt er dann aus anscheinend stackt er das das ist ja schon mal gut dann sparen wir ordentlich was an Platz so, für dich ist jetzt ist aber gut hier ich würde sagen wir gehen jetzt erstmal eins nach dem anderen durch dann werden wir ja sehen wo wir rauskommen wenn wir da runterspringen kommen wir in die Küche mhm okay, hier scheint nichts zu sein das ist sehr gut hier haben wir Schießpulver okay hier ist auch irgendwas ein Messer ja richtig warum nicht äh, 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 äh die kann man alter diesmal hast du mich nicht erschrocken ich habe mich glaube im Let's Play so zwei, dreimal erschrocken so wirklich aber das war in Ordnung Axis denied warum mein Gott, ey so ein kleiner Fresser okay, hier haben wir jetzt eine verschlossene Tür in der Küche ist anscheinend auch noch was da müssen wir vielleicht irgendwas machen weil die ist ja noch rot mhm egal schauen wir erstmal weiter ein Chip okay okay den packe ich mir mal unter das ID Armband so ein bisschen sortieren ne dass das auch ein bisschen schön aussieht so äh ja gucken wir uns hin den Chip mal an kann man damit was machen ne ist einfach nur ein Upgrade Chip kann man das kombinieren mit dem Armband ist jetzt die Frage ah wunderbar sehr geil so gefällt mir das jetzt sollten wir auch wieder zurückkommen ne jawoll jawoll okay das haben wir schon mal abgeschlossen jetzt haben wir so ein verbessertes Armband hier ist aber noch sehr sehr viel rot ist hier etwa noch was zum aufheben ah hier äh ne Handgranate okay Pistolenmuni ist wichtig jo einmal so bitte gut jetzt haben wir alles perfekt gehen wir hier mal weiter da haben wir am Ende noch den Schlafraum das ist dann auch eine Sackgasse hier muss nämlich auch noch was liegen hier haben wir so kleine Spinte regulierer Flammenwerfer das ist wahrscheinlich ein Aufsatz oder können wir uns mal angucken was das Teil gemacht hat verringert den Benzinverbrauch ja wichtig auf jeden Fall Benzin finden wir ja nicht alle Tage hier wunderbar dann haben wir hier auch noch was äh da scheint was reinkommen zu müssen okay das heißt müssen wir was looten das ist wahrscheinlich Strom oder so okay dann gehen wir mal weiter haben wir schon mal den ersten Abteil so gut wie ja eigentlich alles fertig bis auf hinten den Stromkasten dann gehen wir mal in die zweite Tür welche haben wir hier dann würde ich sagen hier die linke okay das ist wahrscheinlich diese äh Doktor was weiß ich wovon wir den Chip haben das ist auch nur ein kleiner Raum okay hier ist auf jeden Fall Flintenmunition die nehmen wir mit mhm hier haben wir was zum Lesen Karte des Labors ach so okay wunderbar dann war's das auch dann speichern wir einmal ab und dann gehen wir durch die letzte Tür jo brauchen wir inventar technisch was nö eigentlich nicht oder haben wir sonst noch Schießpulver oder irgendwelche Granaten ja die haben wir auch die würde ich dann zusammenpacken ja so machen wir das ein Messer können wir auf jeden Fall rauspacken genauso wie das Schießpulver und dann passt das auch so jawohl so lassen wir das okay okay was ist hier Überstrom Schutzeinrichtung ja dazu haben wir leider noch nichts gefunden Aufnahme der Spezialanheiten oder wie gesagt Pause drücken gerne wer sich das durchlesen möchte okay der ist tot kein Bock dass mir da irgendwas entgegenkommt jetzt wollen wir mal schauen was hier so abgeht also diese Einrichtungen von Umbrella sowie in den Spielen als auch in den Filmen sind schon immer sehr sehr cool gemacht Axis denied okay wie sieht's hier aus was kann man hier machen hier kommen wir ran General Staff Staff ist doch sowas wie Vorratsraum oder Staff Büro irgendwie sowas auf jeden Fall irgendwas Gutes oder okay schauen wir mal Ostbereich ist das ach das hat sogar die Alte da gesagt okay hier ist irgendwas kaputt gegangen sehr komisch der Weg ist auf jeden Fall versperrt hier haben wir einen Speicherpunkt grünes Kraut wichtig damit wir auch mal wieder was zum Heilen haben kann man nicht aufmachen hier haben wir Schießpulver wichtig okay dann haben wir alles gelootet dann würde ich sagen machen wir uns mal eine schöne Mixtur aus der roten und der grünen kombinieren so jetzt haben wir erstmal was zum Heilen und dann haben wir hier noch Schießpulver das hier und das würde ich dann einfach mit dem hier kombinieren jetzt haben wir wieder vernünftig Pistolen Munition wunderbar einmal zwischenspeichern jawohl so hier war alles gelootet jawohl dann gehen wir hier mal in den anderen Raum scheint clean zu sein hier klebt irgendwas an der Scheibe der hat auf jeden Fall ein Armband ich glaube das brauchen wir um weiterzukommen weil da stand hier Access denied an dem einen Personalrechte für Computerzugriff erforderlich ja da brauchen wir wahrscheinlich das Armband für der ist zu ne der ist auf ok werden wir uns das mal anschauen jetzt müssen wir wahrscheinlich gegen irgendwelche Pflanzenzombies ballern alter der frisst aber ganz schön muss ich sagen cool dass sie so spät im Spiel noch neue Gegnertypen machen ah ja ich auf jeden Fall ok hier haben wir Schießpulver wichtig ich muss die gelben Punkte sehen und darauf ballern das sind wohl seine Schwachpunkte da oben an der Schulter wie wachsen die wieder oder was scheiße da müssen wir uns wohl anscheinend ein bisschen beeilen ok Blendgranate ja können wir gebrauchen können wir hier was machen dann müssen wir anscheinend irgendwas reinstecken oder jetzt haben wir eine verteiler kartusche eine kartusche mit der diverse lösungen im gewächshaus verteilt werden können ok können wir das mal anschauen bitte kann man damit irgendwas machen nein wofür wir das auch immer brauchen jetzt haben wir hier ein input code ach du scheiße ok das bringt uns natürlich jetzt nicht weiter hier haben wir steuerungsterminell und das lösungssprinkleranlage aha alter geiles level design auf jeden fall wir haben hier eine sackgasse überall außer hier vorne dann würde ich sagen gehen wir mal da hin hier haben wir wieder ein rotes kraut unkrautvernichter synthese leere kartusche im lösungsausgeber platzieren erforderliche menge umb 21 einfüllen umgehen kühlen ok was heißt das ist abgesperrt oder was aha was ist das denn weitere handgranate können wir aber leider nicht mitnehmen ok sehr komisch es ist die frage was müssen wir hier machen hier haben wir wieder schießpulver das können wir vielleicht kombinieren jawohl sehr geil das kombinieren wir auch direkt hier zack ähm ja jetzt ist halt die frage was müssen wir machen anscheinend müssen wir hier irgendwie was freischalten dass das hochfährt ja wie kriegen wir das jetzt hochgefahren ist die frage wo müssen wir da hin würde einfach mal sagen wir beißen in den sauren apfel und laufen laufen jetzt hier einfach mal rum okay ach du scheiße das ist das ist jetzt der code für das teil okay ähm wie könnten wir das denn mal nehmen ich würde sagen wenn wir seitlich gucken könnten wir einfach sagen brücke strich strich keine ahnung brücke okay jetzt müssen wir schnell wieder zurück brücke strich strich komisches teil dann nochmal brücke keine ahnung wir werden das schon irgendwie finden so hier müssen wir jetzt die sogenannte brücke von mir beschrieben dann den strich dann glaube das hier und dann nochmal brücke bestätigen enter input ok leiter geöffnet leiter ach hier haben wir genau die karte also wir gehen jetzt hier runter wenn wir runter gehen geradeaus und dann muss hier eine leiter sein das wird wahrscheinlich auch genau unser weg hier sein super der ist jetzt eingezeichnet dann schauen wir mal hier runter jetzt geradeaus durchpushen und dann ist hier die leiter mhm ok 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 also mir persönlich gefallen diese pflanzen zombies gar nicht weil die unmengen an munition fressen alter so viel loot brauchen auf jeden fall ein safe room damit wir uns hier unser inventar lernen können aber das können wir erstmal mitnehmen gottseidank hm wo ist es hier gar nichts ok schauen wir mal hier haben wir wie gesagt wieder die leiter wir gehen mal richtung server raum hm lecker hier haben wir sogar einen raum das ist der sogenannte server raum gucken wir mal da ist power aus das heißt wir brauchen strom ok viele zombies aufenthaltsraum links wer direkten raum tieftemperatur testlabor ich glaube da da müssen wir rein für dieses für dieses teil was wir eben aufgehoben haben ach du scheiße hier ist zu schön da bleiben da ist irgendwas hinter da wollte ich gerade sagen alter fressen die viel aber dafür wenn wir vielleicht später mal einen heftigen Gegner Typ kriegen haben wir richtig viel Pumpen Munition weil wir die nicht verschwendet haben an den zombies hier ok was ist das hier schießpulver gelb das könnten wir kombinieren haben wir wieder flinten muni moment so kombinieren zack nehmen wir ruhig meine pumpe hier so feierabend notiz eines unbekannten ok signal modulator aha vollidiot eine kugel eine kugel wegen dir verschwindet ok diesen signal modulator haben wir jetzt anscheinend und den konnten wir ja auch da vorne fein machen alter wir brauchen unbedingt einen safe raum können wir den vielleicht mit der blendgranate austauschen schade das wäre wichtig für uns gewesen wir gehen mal weiter ach hier kommen wir wieder in die lobby rein nice easy geil wunderbar dann würde ich einfach mal sagen packen wir uns mal alles in die blendgranate signalmodulator ich würde sagen den flammenwerfer scheiß drauf den lassen wir jetzt erstmal da dann die bisschen flinten munition lassen wir auch da erstmal unwichtig aber wir brauchen unbedingt ein bisschen platz blendgranate scheiß drauf lassen wir drin anscheinend kommt jetzt noch kein boss oder sonstiges deswegen können wir dann auch einmal abspeichern so und jetzt wollen wir mal schauen das war erstmal wieder zurück gehen nee da muss ich ein ganz schönes Stückchen zurück dann lass mal wieder hier runter gehen wohl wir gehen jetzt konferenzraum dann durch diese pflanzen zombies kacke da schwierig medikamenten testlabor hier haben wir noch pistolen munition holen wir noch die pistolen munition die ist hier vorne irgendwo da oben so mal nachladen perfekt alles gelootet dann würde ich vorschlagen gehen wir den weg wieder zurück obwohl nee da ist ja dieser wir müssen mal gucken warte mal wenn wir jetzt einen runter gehen hier haben wir ja nur den aufenthaltsraum hier den serverraum da haben wir ja eben gesehen dass da komplett alles dicht war das ist jetzt natürlich eine frage schwierig 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 weil wir müssen ja im Ende Effekt diese scheiß Serum da machen dann lass uns mal wieder hier durch gehen dann schauen wir einfach mal das so op dass die wieder aufstehen können wir hier irgendwas mit machen ne kartosche leer medikamenten test labor mein gefühl sagt mir dass wir mit diesem komischen teil irgendwas machen müssen können wir das mal kombinieren kann man das anscheinend hier kann man irgendwas machen ah warte mal muss ich genau die wellen in die höhe machen wie sie hier sind so dann sind wir doch fast schon am ziel so so richtig oder nicht so jetzt müssen wir die die auch entscheint ja haben wir da kriegst du einen am kasten bei der mucke hä jetzt sind sie wieder alle verschoben hm es ist der aber wieder verschoben verstehe ich nicht bin ich zu blöd für ne die sind jetzt alle ne warte mal hier so oder müssen wir alle so machen dass sie perfekt aufeinander passen ne geht ja nicht ich keine ahnung was wir damit machen wir holen das jetzt erstmal die rote pflanze und dann gehen wir nochmal in diesen komischen raum da rein vielleicht ist da ja auch so ein ding in wo wir das reinstecken können keine ahnung ach guck mal der zeigt da ein code an okay er zeigt da ein code an hm hab ich jetzt erst gesehen ich dussel hab ich gar nicht drauf geachtet also er zeigt uns auf jeden fall schon mal zwei stück an und das andere ist abgekratzt äh liegt das hier irgendwo rum ich schätze nicht ne dann müssten wir das höchstwahrscheinlich uns irgendwie zusammen texten schwierig schwierig aber das ist auf jeden fall das was wir machen müssen wir haben ja auf jeden fall zu 100% das zeichen und dann würde ich sagen dann probieren wir einfach rum bis das ding dann aufgeht ich hoffe der gibt uns da so eine kleine bestätigung okay ja guck mal da zeigt er auch an dass da was gesperrt war also war es schon mal ich glaube das hier war es dann so einer und die letzten zwei dinger wissen wir halt nicht das ist halt das ganz große problem error error obwohl könnte auch der hier gewesen sein ne da müssen wir auf jeden fall das zweite von finden hm schwierig 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 lass uns mal auf erkundungstour hier gehen okay hier ist feierabend wenn wir hier durchgehen kann man hier irgendwie was machen ne ich würde jetzt nicht gegen die kämpfen wollen ehrlich gesagt weil die ja sowieso unbesiegbar sind sage ich einfach mal so das bringt uns ja nix aber hier würde ich gerne mal gucken gehen vielleicht können wir die da ein bisschen weglocken dass die uns beide folgen so jetzt sollten wir da durchkommen ach das sind sogar drei stück alter schwierig 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 dann lasst uns folgendes machen wir gehen jetzt wieder mit der leiter nach unten weil wir müssen ja bei diesem komischen liquor da noch irgendwas machen ne ich glaube da sollten wir erstmal schauen dass wir da weiterkommen ja hier kann man nix einsetzen hier geht's weiter war der jetzt direkt der war direkt hier ne oder war ne der war hier hier war der ungefähr das problem ist da sind auch zombies ne und da hinten müssen wir auch hin das ist richtig schwierig ich glaube wir müssen in den sauren apfel beißen und unser flammenwerfer holen weil ich glaube anders kriegen wir dieses große vieh nicht tot und da lang schleichen kann man sowieso klicken ja knicken wenn man ehrlich ist scheiße sind wir jetzt komplett tot oder was fuck also one hitten die uns sozusagen da müssen wir aber wohl kämpfen kann man ja vorher nicht wissen okay wir werden erstmal handgranaten mitnehmen wo haben wir welche die hier hier ne blendgranate obwohl wir dem direkt drei mit dann packen wir das ding hier weg hallo wegpacken das messer scheiß drauf nimmt unnötig platz weg und jetzt werden wir fighten einmal kurz zwischenspeichern so jetzt schauen wir uns den den spaß mal an ist halt die einzige möglichkeit für uns hier okay ich lasse das kraut extra mal liegen nicht wundern vielleicht brauchen wir da hinten den platz noch ach jetzt kommt der idiot auch noch aber dann können wir gerade noch mal gucken dass wir vielleicht diesen anderen code hier noch irgendwo finden weil vielleicht liegt er hier noch irgendwo rum kann ja möglich sein äh mhm notizen können wir auch gerne mal gucken mhm ne spezialeinheit wird es nicht sein das wird es auch nicht sein ne schwirig jetzt müssen wir uns mal überlegen wie wir da jetzt am besten vorgehen gegen diese ganzen viecher da ich hoffe es nur ein dicker und nicht zwei das wäre mega ätzend scheiße ist noch einer kann ich denn okay so jetzt verreck aber auch schnell heilen du willst auch nicht nochmal aufstehen oder die jetzt anscheinend alle hier zerfetzt okay schrot munition okay wir müssen ja versuchen jetzt aus der sache irgendwie mit plus rauszugehen okay da haben wir jetzt murph steht drauf müssten wir das ja so einstellen dass es auf murph funktioniert hallo so sieht es gut aus ja das haben wir jetzt eingestellt okay okay das haben wir eingestellt jetzt müssen wir das da rein legen und ja super geil ist das denn ich hab's so extra auf murph eingestellt ach nee wir ach nee das war ja wie blöd bin ich denn wir haben muff gemacht brauchen aber murph so jetzt geht's aha wichtig ne trophäe alter was soll ich denn mit der scheiße unter dem ach das ist der code von diesem scheiß raum glaube oder das ist das der hat doch der ist doch genau so angefangen mit diesen beiden zeichen ah geil alter das ist nice gemacht perfekt jetzt werden wir hier einmal reingehen alter wie geil verbrannt die aussehen also grafisch wirklich echt bombe was haben wir hier ok schießpulver mhm kann man auch schon was bauen ne mhm ne benzin mhm ach gott sei dank wichtig ganz ganz wichtig war das jetzt werden wir erstmal die trophäe reinpacken dann obwohl ne die trophäe das kann ich mir nicht merken machen wir so äh so dann werden wir einmal gucken ob wir schießpulver oder einen roten kraut haben äh nein nein das heißt zack zack ok wenn sie mitnehmen so dann werden wir den einmal hier kombinieren zack dann müssen wir den einmal nachladen wunderbar dann hat uns das spiel ja einiges zurückgegeben dann hat sich ja der fein ja ein bisschen gelohnt also war jetzt nicht so ein riesiger verlust jetzt müssen wir allerdings mal hier gucken was hier drin ist weil das scheint ein tieftemperatur testlabor zu sein glaube das ist wichtig für uns hier scheiße wieso ist das hier so dunkel mhm schon Feierabend bei dir ne man also so langsam rechnen wir das echt mit den Viechern hier das ist Pistole die macht kaum noch Damage ok Posteingang alles klar dachte schon so ne kleine Gürteltasche wär das ja da kommen wir sicherlich mit rechnen dass da gleich was aufsteht äh jetzt auf jeden Fall die scheiße da erstmal rein ich glaube wir müssen das Ding erst dann in den anderen Raum bringen ja ich glaube wir müssen das Teil jetzt erst in den anderen Raum bringen wo wir auch ähm sagt mal schnell ähm wo wir gerade den Code für gefunden haben das wollen wir jetzt auch erstmal machen also wieso ist denn hier jetzt so ein Pflanzenviech das fühle ich ja gar nicht klein Abfucker noch man explodieren die gar nicht doch jetzt reiß drauf frisst die Granate und lasst mich in Ruhe ihr nervt so die Behinderten die Nerven unerträglich weil die sich immer regenerieren so eine Verschwendung äh ja jetzt brauchen wir mhm mhm okay also der hier dann der hier dann der hier und der hier ne ich hab's sogar noch falsch eingegeben ich dussel ach so einer okay falsche Reihenfolge also der hier dann der hier dann der hier dann der hier enter okay alles klar das Teil ist jetzt offen wunderbar nehmen wir jetzt mit scheiß drauf so jetzt müssten wir das da reinstecken können und dann äh einmal tieffrieren das Ding ach du scheiße ist das richtig ich jetzt okay schwierig was ist gar nicht so vielleicht so dann tauschen dann hier tauschen dann hier hin dann so wie blöd ist das denn Schwierig mhm bräuchten wir ja rein theoretisch nur ein kleines bisschen ne können wir da nicht was reinballern kartuschengröße welches war denn unsere kartusche ich weiß das gar nicht mehr ich glaube ist das scheiß egal oder mal den jetzt tauschen naja im prinzip ist es glaube egal so jetzt ist hier noch ein bisschen drin jetzt würde ich das mal tauschen bis der hier hin kommt dann so würde ich das da rein füllen so ähm so okay tauschen wir mal das hier und dann ballern wir das ach ne das reicht nicht Mist 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 jetzt ist er wieder zu hoch dass man das auch nicht abbrechen kann Schmutz so jetzt ist hier glaube fast gleich viel drin oder aber dass man das auch irgendwie automatisch nicht stoppen kann das fuckt ein bisschen ab hier haben wir jetzt so viel drin zu viel wieder zu viel was ist was ist wenn wir den jetzt tauschen und wir lassen da ein bisschen was rein das ist auch wieder ein bisschen zu viel ne ah da fehlt jetzt einiges wir müssen jetzt sozusagen davon noch irgendwie die Hälfte bekommen mal vielleicht so machen dann so ok jetzt haben wir ungefähr gleich viel in beiden warte mal lassen wir alles vollkommen in den großen rein machen der müsste dann ja komplett voll werden jawohl jetzt machen wir ein bisschen in den kleinen rein man kann es auch leider nicht stoppen ey das ist ein abfuck schwierig jetzt fehlt wie gesagt so ein bisschen da wird er wieder überlaufen wenn wir davon jetzt ein bisschen was wegnehmen na das ist nämlich eine komplette füllung von dem ganzen dingen das ist die scheiße scheint ja gar nicht so einfach zu sein heiße ist das doch lassen lassen wir den mal ein bisschen voll laufen dann haben wir hier noch ein kleines bisschen dann tauschen wir den dann lassen wir den dem hier tauschen und füllen da was rein so jetzt bräuchten wir einmal so das müssen wir mal gucken ich würde sagen wir pumpen den größeren haben da rein ja geil ist jetzt was kaputt gegangen oder was ne müsste doch richtig sein cooles kleines rätsel ah ne mitnehmen wenn dann schon mitnehmen so die Trophäe haben wir safe wir werden jetzt wieder nach unten gehen diese unsterblichen pflanzen zombies sie fucken echt ab man hier müsste jetzt ja alles tot sein ja hier haben wir alles weg gemacht nur für die eine pistole haben wir kaum munition die muss wohl richtig stark sein habe ich so das gefühl gefühl Unkraut fand ich da. Perfekt. Jetzt gehen wir den gleichen Weg wieder zurück, weil ich habe keinen Bock wieder die ganzen Granaten an den anderen zu verschwenden. Gehen wir lieber den Weg hier. Ich glaube, jetzt können wir das Teil noch mitnehmen. Müssen wir nicht noch mal hier runter. Können wir gar nicht mitnehmen. Blöd ist das denn? Was bleibt da wohl drin? Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob alle Pflanzenzombies in diesem, ich sag mal, großen Terrarium das sterben. Das wäre ja schon echt fett. Wir müssten jetzt ja da eigentlich einfach alles platzsprühen, oder? Lösung wird zerstört. Ja, alles wird kaputt gemacht. Das hat funktioniert. Jetzt müsste der ja hier liegen, ne? Was will der denn jetzt von uns? Ah, kombinieren. Ja. Hm, Posteingang. Wann ist Nest ein Nest für? Wie? Ja. Ja. Okay, nichts Besonderes. Hm. Ist ja Mr. X jetzt schon wieder weg. So, Mr. X ist schon unterwegs. Wir werden uns jetzt Richtung den Hauptschacht machen. Ich glaube, hier haben wir eigentlich alles. Ach, hier liegt noch Pistolen, Munition. Das ist natürlich verlockend. Scheiße. Wieder eine Nate verschwendet. Und wir müssen noch schnell unser Inventar, unser Inventar leeren. Also, das kommt hier oben hin. Schießpulver haben wir auch. Was haben wir noch? Grünes Kraut brauchen wir auch zum Heilen. Einmal bitte so. Zack. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier... Ach, nee, das Signalmodulator haben wir anscheinend behalten. Okay. Ähm, haben wir sonst noch irgendwas? Hm. Flinden Munition könnten wir einmal aufstocken. So. Obwohl, die nehmen wir mit Scheiß drauf. Ähm. Daraus bauen wir uns auch noch was. So, Flinden Muni haben wir jetzt ohne Ende. Dann haben wir noch, glaube ich, hier noch so ein Kraut. Dieses hier. Nehmen wir auch einfach mal mit Scheiß drauf. Äh, jetzt mal wieder abspeichern. So. Äh, zack. So. Jetzt werden wir uns hierhin begeben. Da sollten wir jetzt, glaube ich, dieses G-Virus-Serum da bekommen. Weil ich meine, wir haben jetzt alle... Alle Mikrochips in dem Armband mit drin. Geht das jetzt? Access... Ah, Access denied. Okay. Müssen wir wahrscheinlich noch hier lang. Jo. Senior Staff. Da bekommen wir jetzt anscheinend die G-Probe im Westbereich. Okay. Bin ich mal gespannt, was da auf uns lauert. Ich denke jetzt nicht wieder Pflanzen-Zombies. Vielleicht mal was Neues. Schauen wir mal. Und. Hm. Oh, was liegt hier denn alles? Ne Video-Kassette. Interessant. Ne Handgranate. Ne Safe-Room. Hier haben wir OSS. 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 Ach, scheiße. Hier. So. Jetzt wieder reinsetzen. Wunderbar. Videokassette. Werden wir uns mal anschauen. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin. Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Ramsey, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Röger. Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn Leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Hm. Also waren das die Proben. Scheint so. Okay. Was können wir hier noch machen? Ein Kraut, ein blaues. Okay. Das würde ich dann aber wieder reinpacken. Hier scheint wieder ein großer Abschnitt zu sein. Der Mr. X kommt anscheinend auch nicht hinter uns her. Das ist sehr, sehr gut. Den könnte ich jetzt ehrlich gesagt hier nicht gebrauchen. Ich bin mal gespannt, ob wir den noch umlegen zum Schluss. Weil den würde ich schon gerne mal den Arsch versohlen. Ach hier, dieses Laserding. Das kennen wir doch aus dem Film. Aber ich glaube, das ist nicht so wie im Film dargestellt. Das ist nur so ein Scanner. Hier sind Schritte. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Bioreaktorraum. Bioreaktorraum. Okay. Hier brauchen wir anscheinend auch wieder so ein Mikrochip. Oha. Das sieht schon sehr, sehr nice aus, muss ich sagen. Sehr geil. Hammer, ey. Was ist das hier? Das war doch klar. Das war doch sowas von klar, ey. Wir werden das jetzt nochmal kombinieren. Dann haben wir jetzt wieder einiges. Und dann nehmen wir den Rest hier noch mit. Moment. Den packen wir wieder rein. Haben wir sonst hier noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nein. Haben wir noch ein grünes Kraut? Auch nicht. Okay. Es kommen doch hier bestimmt noch ein paar Gegner. Du wieder. Weg. Er gehört mir. Das muss enden. Was zur Hölle geht hier vor? Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Sie nannten das Ding William. Wieso? Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt er nicht davon. So einfach kommt er nicht davon. Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch nicht schon. Was zur Hölle. Ach, scheiße. Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen. Ach, du Scheiße. Wie muss das gegen den Fighten? Alter. Hat die Alte sich mal das Viech angeguckt? Was macht er da? Ja, nee. Ist klar. Als wenn er nicht schon brutal genug ist. Oha. Bitte was? Entschuldigung. Nein! Das interessiert ihn gar nicht. Holy shit. Das interessiert ihn null. Ist das krank. Scheiße ey. Komm, was zu healen. Da müssen wir uns jetzt erstmal umschauen. So, komm. Schnell hier hin. Überspringen. Schnell hier durch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas looten können. Ach, kacke Mann. Komm, erste Hilfe Spray direkt rein und dann werden wir mal hier die Knifte ausprobieren. Müssen wir nur noch damit treffen. Alter, das ist gar nicht so einfach. Ach, Mist. Ein Auge ist, glaube ich, schon mal weg. Auf dem Rücken das auch. Ich glaube, hier war sogar noch eine Handgranate. Aber ich glaube, die bringt uns nicht so viel. Wir müssen halt wirklich Real Talk den sein. Was ist das hier? Benzin, okay. Ich würde sagen, können wir das hier wegwerfen? So, das sieht schon besser aus. Dann hätte ich das gewusst, hätte ich mir noch diesen komischen anderen Kram reingepackt. Schöne Flashbang, wichtig. Ich glaube, das Ding one-hitted den in seiner Augen. Ne, anscheinend nicht. Mann, dass das Aiming so beschissen ist, das fuckt so ab. Schnell wieder hochziehen. Jetzt hat er auf dem Rücken noch irgend so ein komisches Teil. Äh, geht doch kaputt. Ach du Scheiße, was macht er denn jetzt? Holy shit, ist der verrückt, oder was? Scheiße, wir haben nichts mehr zum Healen. Wir haben nichts mehr zum Healen. Kacke, ey. Das ist ganz schön schwierig. Was ist das denn? Zum Spielmodus assistiert. Nein, wir wollen das Ganze nochmal spielen jetzt. Ich glaube, wir müssen einfach besser versuchen, auf die Augen zu ballern. Direkt mit der Dingens hier. Ich glaube, dieser Flammenwerfer, der bringt Real Talk gar nichts. Schwierig. Müssen wir uns wieder irgendwie an ihn langschleichen, ohne dass er uns hier einen Hit gibt. Das haben wir eigentlich gut gemeistert. Das würde ich erstmal vorschlagen, das Messer. Das brauchen wir sowieso nicht. Das wegwerfen wir. So. Dann schauen wir uns hier mal um. So, looten. So, weiter geht's. Komm, lass uns bitte vorbei. Da ist er. Du Drecksau. So, hier auch nochmal vorbeilassen. Wichtig. Jetzt ein paar Meter hier gewinnen. So, das Auge haben wir schon mal. Jetzt hat er, glaube ich, noch eins oben am Rücken. Ja, das ist Tacke. Das ist, das ist ganz schön scheiße von ihm. Jetzt müssen wir einmal hier nachlegen. So. Jetzt müssen wir gucken, dass er uns einmal den Rücken zudreht. So. Jetzt haben wir ihn. Jetzt müssen wir... Die Dinger hier kaputt machen. Vielleicht können wir da auch eine Mate entworpen. Müssen wir aber auch die richtigen auswählen. Ach, wir haben noch gar keine. Scheiße. Ah, ich renne immer den falschen Weg. Scheiße. Scheiße. Das ist der Hilfe Spray. Ich glaube, wir werden mal hier mit den Blammenwerfern versuchen, was zu reißen. Vielleicht platzen ja dadurch auch die Augen. Naja, anscheinend nicht. Was macht er jetzt? Was? Hat er da vorne irgendeins bekommen oder was? Ach ja, jetzt geht er wieder in den Modus rein, dass er die Scheiße hier rumwirft. Flashbang, okay. Nice. War anscheinend doch nicht so schwer wie gedacht. Auf jeden Fall ist die Pistole wirklich der Hammer. Okay, wir haben alles. Ich dachte, es werden jetzt mehrere Phasen, aber das ging ja eigentlich noch. Hatte ich mir im Endeffekt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Und hat ja eben gar nicht mehr so viel gefehlt. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söderin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffen, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... So, jetzt müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen. Ich glaube, wir haben sogar noch einen Benzinkanister eingesammelt. Den können wir dann einmal nachladen. Dann ist der auch aus dem Inventar schon mal weg. Irgendwie hat der Flammenwerfer bei ihm gar nichts gebracht. Das haben wir voll verschwendet. Jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen. Munition. Für die Pistole haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel. Das ist auch sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir mal weiter. Wir haben kein Kraut gesammelt. Das ist sehr schade. Wir werden hier noch die drei Blendgranaten mitnehmen. Weil es uns wieder so ein Kampf bevorsteht. Und dann diesmal aber auch hier so ein Ding. Vorsichtshalber. Okay. Doki. Das Einzige, was ich aber noch machen möchte... ...wäre einmal hier in den Raum nochmal zu gehen. Weil der Schlafraum, der ist ja aus irgendwelchen Gründen versperrt. Obwohl, damit schalten wir auch nur Licht ein, ne? Das bringt uns ja im Prinzip gar nichts. Dann können wir das Teil auch rauspacken. Als wir das nicht mehr brauchen. Machen wir einmal so. Fertig. Thema erledigt. Können wir hier jetzt nochmal abspeichern irgendwo? Ne, ne? Hier ist nichts zum Abspeichern. Schade. Ah, der wird ja wohl einen Checkpoint gesetzt haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Alles nachgeladen hier. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die Jeep-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konnte es, würde sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertrauen will. Ich tue es nicht. Ich hab wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen. Also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Dann erschieß mich. Ich finde, du glaubst, du kannst es. Jetzt kriegt niemand die Probe. Festhalten! Ich glaub, ich kann... Scheiße! Vergiss es! Sei still, ich hab dich. Das ist es nicht wert. Tut es nicht. Pass gut auf dich auf, Leon. Nein! Nein! Oh, scheiße, wir haben einen Timer. Äh, was müssen wir jetzt machen? Äh, hier rein? Äh, war mir auf jeden Fall klar, dass die nicht vom FBI war, weil so wie die drauf war, kann man ja nicht beim FBI sein. So komisch, wie die immer verschwunden ist und so. Die hatte schon mehr auf dem Kasten. Aber naja, die ist jetzt auf jeden Fall weg vom Fenster, kann man sagen. Und ich hoffe, wir kommen hier rechtzeitig raus. Zehn Minuten, haben wir Zeit. Dianett wird wahrscheinlich auch sterben, nehme ich mal ganz stark an. Überwachungsraum, okay. Wer ist da? Lea! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib den Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Verschwinde von hier. Verdammt! Hm. Oh, warte mal. Scheiß auf die Zeit. Wir müssen jetzt erstmal schnell noch das erste Hilfespray einsammeln. Das hat Priorität, ganz ehrlich gesagt. Wir nehmen alles mit, natürlich. Könnt er mich ja. Hier haben wir einen Speicherpunkt. Jawohl. Äh, nehmen wir mit. Weiß war das verkacken, aber ich hoffe nicht. Hier gibt es anscheinend auch noch was zu looten. Och, ne. Nicht unsere Freunde. Die gehen mir so auf den Sack, ey. Von dem will ich nichts mehr wissen. Okay. Warte mal, dann werden wir das hier auf jeden Fall raus machen. Weil da ist mir das Grüne schon wichtiger, ehrlich gesagt. Wegen Heilung. Boah, wir haben nicht mehr eine lange Zeit. Hier gibt es anscheinend auch was zu looten. Okay, Pistolen-Muni, wichtig. Was will er denn jetzt schon wieder? Alter, der ist so rund ein penetranter Wichser. Ich hoffe, den können wir noch töten. Ich laufe jetzt einfach durch. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Jawohl, das müssen wir auf jeden Fall. Wo sind wir denn hier jetzt? Verbindungsstecker. Ach, wir haben gar keinen Platz mehr. Ach, hier ist eine Truhe. Okay. Brandgranate rein. Das brauchen wir wahrscheinlich nicht mehr. Hier haben wir noch was zum Kombinieren. Wunderbar. Finde ich geil, dass jetzt hier noch was auf die Schnelle ist. Ich glaube, eine Gürteltasche haben wir vergessen im Spiel leider. Schade. Das machen wir auch weg. Dann müssen wir einmal einen kleinen Trick machen. Nämlich so und so. Dann werden wir einmal gucken, ob wir noch was zum Mixen haben. Aber ich glaube nicht, ne. Haben wir nicht. Okay. Hier kommt anscheinend der Stecker rein. Okay. Let's go. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Den zünden wir auf jeden Fall an. Oh, 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 oh. Der haut auf jeden Fall rein. Da werden wir immer im Kreis laufen. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen. Das macht die Sache natürlich noch ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ach, scheiße. Ich dachte, ich konnte den als Deckung verwenden. Was hat da zwei, oder was? Ach, du Scheiße. Okay, der One hittet uns. Da müssen wir aufpassen bei der Attacke. Äh, so. Das können wir wieder überspringen. Jetzt werden wir uns mal die Mixtur hier reinkloppen. Komm, lauf, 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 lauf. Scheiße. Ach, kacke, Mann. Ich glaube, der Flammenwerfer ist nicht so gut für das Ganze. Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Was ist das hier? Okay, das können wir nur kombinieren. Okay. Das müssen wir wieder aufpassen. Pistole. Pistole. Munition haben wir auf jeden Fall. Wir müssen nur aufpassen mit dem Ausweichen, dass wir das vielleicht ganz gut hinbekommen. Ich glaube, so zieht er uns gar keinen Schaden ab, wenn wir das machen, ja. Also, wenn er uns so trifft, ist in Ordnung. Okay. Okay. Was? Ach, du kacke. Jetzt ist es noch enger. Jetzt ist es noch mal gut mit der Fresserei hier. Ach, du kacke. Ach, du Scheiße. Wie geil ist das denn? Alter, hat's den zerfetzt. Das muss man nur noch schnell nach draußen. Ich glaube, ich würde gut sein. Okay. Ich meine, ich glaube, sondern DU und ich glaube, Ah! Unglaublich, aber ich vermisse sie. Leon? Hey! Geschafft. Habe ich dir doch gesagt. Ja, meine Freunde, das war Resident Evil 2. Ich muss persönlich sagen, mir hat das Spiel wirklich sehr, sehr gut gefallen. Jetzt wäre natürlich noch interessant, die Claire Story zu spielen. Ich denke, die werden wir auch irgendwann mal durchspielen. Ich denke, wir werden jetzt in nächster Zeit mal mit Resident Evil 3 weitermachen und dann vielleicht nochmal Claire spielen, dass wir auch alles komplett haben. Natürlich gibt es dann noch von Leon A und, also jetzt haben wir Kampagne A gespielt, dann gibt es noch Leon B sowie Claire A und B. Aber ich sage euch ganz ehrlich, einmal Claire reicht für mich vollkommen aus, weil jetzt haben wir, wenn wir mit Leon durchgespielt haben, automatisch für Claire den B-Run freigeschaltet. Soweit habe ich mich informiert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel, grafisch wirklich eine Bombe. Wer damals Resident Evil 2 gespielt hat, der wird auch mit diesem Teil hier sehr, sehr zufrieden sein. Ich muss persönlich nur sagen, den Endfight mit Mr. X, den fand ich ein bisschen enttäuschend. Der hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr was gewünscht. Da fand ich den vorherigen mit dem Doktor schon viel, viel besser. Der war viel besser gemacht mit den Augen und so. Den hatten wir ja auch schon mal in der Kanalisation. Und ja, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar da, abonniert den Kanal. Ich fühle solche Projekte auf jeden Fall, auch wenn sie vielleicht nicht jeder bis hierhin gucken wird. Aber ich persönlich habe meinen Spaß und das ist das Wichtigste, was zählt. Ist ja immer alles noch ein Hobby. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und schreibt gerne, wie ihr Resident Evil 2 fandet, in die Kommentare. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.